Zweites Buch, Kapitel 2 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Klaus Störtebecker von Georg Engel Zweites Buch, Kapitel 2 Das Glöckchen der Kapelle läutete noch sacht, da knarrte das Tor in der roten Schlossmauer, und über den hölzernen Pfad der Brücke bewegte sich ein Zug von unerhörter, einzigartiger Pracht. Draußen vor den Wellen blieb ein dichter Schwarm zusammengelaufenen Volkes zurück, der winkte dem einziehenden Freibeuterfürsten mit Tüchern und hocherhobenen Händen unermüdlich seine Grüße nach. Denn das arme Volk liebte jene streifenden Gesellen, von denen es um billigen Preis Lebensmittel, Kleidung und Zierrad aus fremden Ländern einhandelte. Und es billigte auch das seltsame Freigericht der Seefahrer, weil der Übermut seiner Großen davor zitterte, in einer rechtlosen Zeit bildeten diese Urteile ein letztes märchenhaftes Wunder, beinahe wie die Tröstungen der Religion. Im Schlosshof glitzerte es, den Sonnenstrahlen sprangen Lichtfunken aus einem Goldharnisch entgegen. Kein rechtmäßiger Völkerhirt, noch weniger ein Untertan, hatte jemals in solchem an Wahnwitz streifenden Glanz diese Städte betreten. Hinter ihrem Fenster beugte sich Königin Margaretha vor. Ob schon sie bereit war, etwas Außerordentliches zu erleben, so ließen die Schönheit des wilden Prunkes sowie die ragende Würde und die schlanke Stattlichkeit des bestaunten Besuchers ihre Spottlust zuvörderst verstummen. Langsam, und wie um einen dort hängenden Traum abzustreifen, fuhr sich die Frau über die ganz von Licht und Blitz erfüllten Augen, und ihre Stimme klang weniger klar als sonst, da sie sich zu ihrer mädchenhaften Gefährtin kehrte, die allein mit ihr den engen Raum des Arbeitszimmers teilte. Es war die einzige Hofdame, die die Fürstin sich ebenbürtig wähnte, denn Gräfin Linda von Ingerland entstammte einem norwegischen Urgeschlecht, von dem schon die Lieder der Edda sangen. Gott Thor selbst hatte ihrer Sippe einen roten Hammer als Zeichen seiner Gunst in die Schwelle geschlagen. »Sieh dort, meine Tochter!«, wies die Regentin unsicher, und es schien, als ob sie sich durch Menschenworte selbst zur Besinnung bringen möchte. »Der kurze purpurblaue Waffenrock!« »Wer von Goldstaat?« »Und welche Königsgestalt?« »Zögerte sie weiter.« »Ich sah nur einmal einen Mann in gleicher Rüstung, König Wenzel zu Prag.« »Aber der war kurz und dick«, besann sich ihr abschätzendes Urteil sofort. Doch das blonde Mädchen wurde von keiner Neugier erregt. Frostig, abweisend, griff es nach einem langen, schwarzen Kreuz, das über seiner weißen Gewandung nonnenhaft herabhing. Die Bewegung schien geeignet, einen nahenden Spuk zu vertreiben. »Was kümmert es uns?« Entgegnete sie, wie eingehüllt in das starre Leichenhemd einer Heiligen. »Woher der unselige Mensch seinen Schmuck geraubt hat?« »Nicht so!« Die Fürstin hob ihr kluges Haupt. Sie war nicht länger einverstanden mit dieser herben Verurteilung, seit ihr mannslüsterner Blick auf dem strahlenden und blitzenden Seefahrer dort unten geruht. Jener kam vielleicht, um ihre Macht zu mehren, und dann war es in ihrer Hand gegeben, Sünde in Tugend, Verbrechen in Staatsnotwendigkeit zu kehren. »Nicht so, mein liebes Kind«, belehrte sie nachdenklich, jedoch mit ihrem gütigen Lächeln. »Dein frommer Abscheu führt dich zu weit. Überhaupt, gib acht, dass sich deine Himmelssehnsucht mehr mit Demut nach unten mische.« Die Fürstin hatte vielleicht schon vergessen, was sie eben geäußert, denn ihre ganze Aufmerksamkeit war auf drei riesige Matrosen gerichtet, die hinter ihrem Gebieter eine breite, ganz in einen Teppich gehüllte Tafel auf ihren Schultern schleppten. »Womöglich ein Gastgeschenk«, rief Margareta zwischen Spott und Begierde. Über die Wangen ihrer Dame jedoch hatte der Vorwurf eine flüchtige Röte gejagt. »Du tust mir Unrecht, Königin«, verteidigte sie sich in stolzer Haltung. »Mein Sinn steht, wie du weißt, nach dem Kloster. Das Erdenleid mit seinem Weh und seiner Ungerechtigkeit jagt mich von hinnen.« Auf den Treppen knirschten Tritte. Das leise Klingen einer Rüstung zitterte hindurch. »Gut, gut«, wandte sich Margareta hastig zurück und strich prüfend an ihrem engen grünen Kleid herunter. »Darüber, meine Linda, sprechen wir, wenn du mannbar geworden. Und jetzt, ich will dir nicht zumuten, eine Luft mit einem von dir Verachteten zu atmen. Du bleibst nur bis zu seinem Eintritt, damit ich nicht unbegleitet erscheine. Dann«, sie lehnte sich erwartend an den Tisch, »will ich allein sein, und niemand soll unsere Zwiesprach stören.« Verstummt verneigte sich die Hofdame. Der Vorhang teilte sich, und ein blau berockter Weppner trat ein. Breitbeinig meldete er, »Nikolaus Störtebecker, Königin, bittet um deine Gunst.« Er nennt sich Admiral und Mera des Rechts. Eine Sekunde wollte ein bitteres Lächeln um den breiten Mund der Regentin fliegen. Fast verlegen streifte sie die unbewegliche Gestalt ihrer Hofdame, dann jedoch entschnürten sich ihre Brauen und herablassend nickte sie. »Er ist willkommen.« Gleich darauf stand der Admiral den beiden Frauen gegenüber. Ein Goldschimmer ging von ihm aus, ein Hauch von Jugend und Kühnheit umspielte den Hochaufgerichteten, und in dem dumpfen Gemach verbreitete sich etwas von der Freiheit und Majestät des Meeres. Unwillkürlich verlor die Königin das Gezwungene ihrer angenommenen Herrschergebärde. Sie musste sich jetzt wirklich kräftig auf den Tisch stützen, denn ihr war, als sei noch niemals ein solch ungebrochener, deutlich von einem sichtbaren Stern geleiteter vor sie getreten. Wortlos, ohne Zeichen, ohne Gruß fuhr sie fort, ihren Gast, der sie mit seinen braunen Locken weit über ein Haupt überragte, zu betrachten, seinen purpurblauen, von den Hüften an abgeschrägten Waffenrock, die goldgestickten Löwen darauf und den hohen Goldhelm in seiner Rechten. Und erst, als sich der Admiral leicht und mit natürlicher Ehrfurcht vor ihr verneigte, gewann ihr breiter Mund das ihm geläufige Lächeln zurück. Halbabwehrend holte sie aus sich heraus. »Du bist willkommen,« Nikolaus störte Becker. Völlig war ihr dabei entglicken, dass sie diesen gefährlichen Freibeuter als Admiral anreden wollte. Auch vergaß sie, ihm nach ihrer Absicht gnädig die Hand zu reichen. So rückhaltlos war sie von einem kindlichen Staunen erfüllt. Nur eines bemerkte sie mit den unfehlbaren Sinnen der Frau, dass nämlich ihre Hofdame, die sich nach der Verabredung jetzt entfernen sollte, ungehorsam oder gezwungen mit ihrem weißen, hochmütigen Antlitz an ihrem Platze verharrte. Das blonde Mädchen hatte das schwarze Kreuz fest an ihre Brust gedrückt, wie zur Gegenwehr gegen eine böse und sündhafte Macht. Allein auch Margareta hatte noch immer nicht das Bewusstsein ihrer Erdenhoheit zurückerlangt, sondern sie stand befriedigt als Zuschauerin eines nicht alltäglichen Schauspiels. Inzwischen waren die so ungleichen Frauen auch von dem Admiral gemustert worden. Ein kurzer, scharfer, durchaus nicht verschämter Blick hatte das blonde Fräulein abgeschätzt, der Blick eines Übermütigen, der eine wahre, rasch und ohne Umstände einzuhandeln gewohnt ist. Länger und prüfender blieben die dunklen Augen an der Fürstin hängen. Alles ohne knechtische Demut, sondern wie der Träger eines neuen, die weltverändernden Gesetzes. Als aber die Stille beharrlich anhielt, da regte sich der Seefahrer entschlossen, sodass die langen Sporen an seinen goldgeringelten Schuhen einen scharfen Ton gaben. Ohne Erlaubnis abzuwarten, erteilte er seinen Dienern, die noch unter dem Vorhang harten, einen gebieterischen Wink. Sofort wurde die noch verhüllte Tafel an eine leere Wand des Zimmers gelehnt. Dann verschwanden die Träger. Erhabene Frau, begann nun der störte Bäcker, mit einer so hellen, schmeichelnden Wärme, dass es Margareta vorkam, als wenn die umgebende Luft ihren Hals mit weichen Händen zu streicheln anhöbe. Wohlig überließ sich die Frau jenem, ungewohnten Schauer, Gräfin Linda jedoch schreckte zusammen, und ihre Züge nahmen plötzlich den Ausdruck einer bestützten Feindseligkeit an. Erhabene Frau, erklärte der Gast, leicht gegen die Tafel weisend. Wer wagte ohne Fürsprach noch Geleit, vor eine Fürstin zu treten, die von dem bewundernden Urteil ihrer Zeit, die Semiramis des Nordens genannt wird? Aber, o Königin, mein Geleitsmann spricht nicht so laut und vernehmlich zu den Gekrönten, als vielmehr sanft und bittend, zu denen die warmen, mitleidsvollen Herzens sind, und besonders zu euch, ihr milden, erbarmenden Frauen. Schau her, du kennst ihn. Ein rascher Griff in den Teppich, die Hülle fiel. War es ein Ausruf des Staunens oder des gottseligen Entzückens, der den beiden überraschten das Herz sprengte? Vor ihnen in einen geschnitzten Spitzbogen eingefasst, milde aus einer üppigen Goldwand herausgewachsen, da hing der Erlöser an seinem Kreuz, und unter der leicht geneigten Stirn suchten zwei tiefe, schwarze Augen, weit über die gemalten Zeugen, aber auch über die lebenden Beschauer hinweg, ernst und dringend nach etwas Unauffindbarem. Die Augen wurden größer und öffneten sich immer weiter, je länger man ihre Frage aushielt. Rechts von dem Pfahl kniete eine Schar anbetender Mönche in faltenreichen, blassleuchtenden Kutten. Jeder den Heiligenschein um das inbrünstige Haupt, die göttliche Mutter kauerte vor dem Materholz, sie hielt das Fußbrett umklammert und drückte ihre Lippen, unsägliches Leid verkündend, auf die blutigen Male. Auf der linken Seite trauerten die Jünger, angetan mit lichten, blauen und roten Gewändern, und den Heiland selbst umschwebten in dem Goldhimmel kindliche Engelsgestalten, deren Leiber der Maler, um das Unirdische anzudeuten, von der Mitte an in Rauch und Wolken aufgelöst hatte. So aufreizend und betörend wirkte das Ganze, dass die Frauen ein haltloses Zittern befiel. Zum ersten Mal durchschlug jenen nordischen Menschen das Wunder der Kunst, denn statt der gewohnten, leblosen Gliederpuppen offenbarte sich ihnen Sterbliches und Göttliches, eingetaucht in die Qual und das Heilige des Alltags. Und diese Erhabenheit spendete ein Seeräuber? Die Königin wankte. Sie war leichenblass geworden. Die mahnenden Augen hatten ihr Herz geöffnet, und in ihrem wallenden Blut brannte die Frage weiter, die der Menschensohn dort am Kreuz in aller Einfalt an sie richtete. »Glaubst du an mich, wirklich?« »Wer, wer hat das geschaffen?« stammelte die Regentin und warf wie abwehrend die Hände vor. Aufmerksam stand der Admiral neben der Tafel. Auch ihn erregte das stürmische Drängen des Künstlers nach Wahrheit und Beseelung. Aber er war mit dem Eindruck zufrieden. Mit einer bezeichnenden Handbewegung erwiderte er, »Du siehst, o Königin, dies hat ein aufrührerischer Geist gebildet, Meister Giotto di Bondone zu Florenz, der sich auch nicht um altüberlieferte Satzungen scherte, sondern das Stückwerk und die Stümperei aller menschlichen Dinge kannte. Wo schaust du hier, selige Verheißung? Verheißen ist uns allein Qual und Selbstbefreiung. Dort nur wirkt unsere Auferstehung, Königin.« Und erkennend, dass er bei der großen Bestürzung, die er erregte, noch mehr wagen könne, setzte er mit bewußter Grausamkeit hinzu, »Du sollst wissen, ich selbst nahm dieses Bild aus einem sinesischen Kirchlein, das mir das dankbare italienische Landvolk öffnete.« Langsam ließ Margareta bei diesem Geständnis ihre Hand sinken. Sie starrte den kühnen Sprecher an. Alles um sie herum war ihr verwirrt. Plötzlich jedoch überraschte sie die Scham, weil ihr Niederbruch auch von einem anderen Weibe erlebt würde. Und von diesen widerspruchsvollen Empfindungen bestürmt, kehrte sie sich heftig gegen ihre Begleiterin. Verdeckt und erzürnt klang, was sie vorbrachte. »Was ist das? Seid ihr noch da, Gräfin? Wir danken euch. Aber nunmehr bedürfen wir eures Beistandes nicht länger. Ihr seid beurlaubt.« Und mit einer höfischen Handbewegung sprach sie die Entlassung aus. Seltsam, in der stolzen Edelingstochter bäumte sich kein Widerspruch gegen die ungewohnte Behandlung. Ja, sie schien den Tadel kaum zu begreifen. Und doch, hinter der ruhigen, weißen Stirn regte es sich umso wirbelnder, in den großen blauen Augen erfror ein offenes Grauen, denn das Letzte, woran sich diese Einsame klammerte, drohte zusammenzustürzen. Wie? Ein unseliger, geächteter, tausendfach Gebranntmarkter bekannte hier frechen Tempelraub, und er stand doch in Gold und Seide gehüllt, übermütig und herrisch und dazu verwöhnt und gekost von den hultvollen Blicken einer Fürstin? Die wunderreinste Offenbarung wurde durch beschmutzte Hände gespendet und zugleich das tiefste und ewigste der Leere von grausamer Verachtung erschlagen. Die Verheißung wurde vom Himmel gezerrt, der letzte Trost aller Verlassenen? Nimmermehr! Das durften aufrechte Bekenner nicht dulden. Aus der Bahn gerissen, jedoch noch bis zuletzt bestrebt, ihre gefasste, ablehnende Haltung zu wahren, so schritt das frierende Geschöpf nach einer Verneigung dem Vorhang zu. Indes ihre Prüfung war noch nicht erschöpft, noch ärger sollte sie versucht werden. Ihr musste es ein böser Blick angetan haben, denn unvermutet schlug es in sie ein, als ob die schwarzen, feurigen, ergründenden Götteraugen ganz in der Nähe auf ihr roten. Sie waren da, sie drängten sich an sie, ihr weißes Gewand fühlte sich von ihnen durchbrochen, ihr Körper von ihnen angetastet, und jetzt, jetzt merkte es die Aufgestörte erst, der Mann in dem blauen Fürstenrock, der Seeräuber, der Gesetzesverächter, in ihm leuchteten jene heilig-unheiligen Erdensohnenaugen nur schamlos und gemein auf sie nieder. Da verkümmerte ihre Selbstbeherrschung, verwundert raffte sie ihre lange Gewandung an sich, brach durch den Vorhang und stand jenseits der Schwelle, sich selbst unbekannt und entfremdet. Geheime Vorsätze gewannen Macht über ihr Denken. Auch sie glich einem geraubten Heiligenbild. Der Vorhang zitterte in ihrer stützenden, entschlußlosen Hand. Jetzt sind wir allein, sprach Margarete bedeutungsvoll, und darum lass mich dein Geschenk verehren. Demütig kniete sie nieder und versank vor der Tafel in ein unhörbar Gebet. Die schmiegsamen grünen Linien des Weibes lagen vor dem Bild hingegossen wie frischer, wölbiger Rasen. So sehr hatte die Menschenkennerin ihre Beherrschung wiedergewonnen, dass selbst der scharfsichtige junge Admiral zweifeln konnte, ob sich hier Echtes äußerte oder der gewohnte Drang zur Darstellung. Allein um die Lippen des Seefahrers regte sich doch ein verborgenes Lächeln. Die Königin musste es ahnen, denn sie erhob sich rasch. »Ich danke dir, Admiral«, sagte sie herzlich, und reichte ihrem Besucher die Hand. Es war eine weiche, bannende Frauenhand, und in der Umspannung bebten die starken Kräfte des Willens und der Unterjochung. Der störte Bäcker aber stand fröhlich vor ihr, ungebrochen und sie um ein Haupt überragend. Da erkannte Margareta mit Bedauern, dass es Zeit sei, diesem Willensmächtigen vorerst kleinliche Gelüste zu opfern. Voll Würde und mit einer freien Anmut ließ sie sich auf ihrem hohen Sitz nieder. Ihr scharfes Antlitz nahm dabei etwas Festliches an. »Setzen wir uns«, forderte sie. »Auch du, Nikolaus störte Bäcker, laß dich nieder, hier neben mir, und dann will ich dir verkünden, warum mich meine Gedanken schon lange mit dir beschäftigen.« Allein Klaus störte Bäcker rührte sich nicht. Unanfechtbar sicher klang es von dem Aufgerichteten zurück. »Ich kenne deine Gedanken, Königin, und du brauchst mir nichts zu verkünden.« »Was war das?« Margareta zuckte getroffen zusammen. »Was weißt du von mir?« herrschte sie dem Mann an, der sie so mühelos entgöttlichen wollte. Unerschrocken und seinen dunklen Blick fest in den ihren verstrickt, entgegnete der Admiral, »ich weiß, dass du ein Reich in Not und Kummer zusammengerafft hast, aber auch der Dieb, der über die Mauer steigt, erduldet Schmerz und Plage. Jetzt willst du herrschen, wie vor dir Zahllose deinesgleichen, Berufene und Unberufene, ihre Gewalt zärtlich hegten, und deshalb musst du deine Krone täglich waschen, mit Gottes Wort, mit dem Schweiß der Namenlosen, mit List, Tränen und Blut, damit sie den Deinen die Augen blende.« »Was wagst du?« hauchte das Weib. »Nichts wage ich, denn weil du dich unaufhörlich selbst krönen musst, so liegt es dir ob, jeden glänzenden Stein von der Straße in dein Diadem aufzulesen, und solch ein Stein bin ich.« Eine Pause entstand. Verstört klammerte sich die Regentin an beide Armlehnen, und es war fast, als versuchte sie, ihren Leib rächend gegen ihren Bedränger emporzurichten. Noch war es ihr unentschieden, ob sie Strafe oder Verachtung gegen das Niegehörte aufbieten sollte, und sie selbst erschrak, als ihr aus dem tosenden Wirbel zuerst nichts als die langsam demütige Klage aufstieg. »Mann, siehst du nicht, dass ich ein Weib bin? Noch nie stand ein solch ehrfurchtloser vor mir. Ich weiß nicht, was mich abhält, dich zu züchtigen.« »Ich aber weiß es«, sagte jetzt der störte Bäcker, jeden Widerspruch dämpfend, indem er auf sie zuschritt. Die Sporen an seinen Ringelschuhen wisperten und kicherten aufreizend mit. »Verstell dich nicht, Fürstin! Dich lähmt zur Stunde der volle Aufruhr deines Herzens. Zum ersten Mal blickst du hinüber aus dem blutigen, waffenstarrenden Ring deines vermeintlichen Rechtes in den bereits heranschwellenden Kreis der angeblich Rechtlosen. Dort herrschst du, hier gebiete ich. Tausende verbluten und verröcheln unter deinem Urteil, da sie deinen Erwartungen oder deinem Nutzen nicht entsprechen. Aber schau dafür auch meine Fäuste! Sie dampfen vom Blute gerade deiner Ergebensten, weil sie es sind, die wiederum meinen Hoffnungen ein Hindernis bereiten. »Wer von uns beiden ist der Übeltäter? Willst du es entscheiden? Du möchtest deinen Herrgott am Bate für dich aus den Wolken zerren? Vergebens, denn dein Gott hat zahllose Male die Empörer gesegnet. Dort, der Gekreuzigte, an den du dich angstvoll drängst, war er nicht der Aufrührer fürchterlichster? Und du willst entscheiden? Du, deren verstopftes Ohr nicht einmal vernimmt, wie unter der dünnen Decke deiner Füße, bereits tausende meiner Stimmen schreien und heulen und winseln?« Schonungslos füllte der helle Klang den engen Raum. Die Glut einer verzehrenden Überzeugung wehte das halbbetäubte Weib an. Alle ihre Gedanken wandten sich zur Flucht vor dem fürchterlichen Eroberer, der mit Räuberfäusten an ihr bisher so geschontes Bewusstsein hämmerte. Aber, o Wunder, gerade aus ihrer natürlichen Todesangst, aus der Furcht vor persönlicher Vernichtung oder Schmach, da erhob sich, wie der weiße Felsen aus dem überschäumenden Gischt, das Eigenste dieser Frau, das Gefühl ihrer königlichen Einsamkeit. Und gewohnt, jede Hilfe, jede Rettung aus ihrer herrschsüchtigen Seele zu holen, überrauschte sie ein Schauer widerspruchsvollen Ergötzens an der nahen Gefahr. Wie von ungefähr verspürte sie sogar das Lockende jener gewalttätigen, grausamen Männlichkeit. Nur eines glitt an ihr vorüber, und dies war gerade das Neue, das sie aufgefangen, das dumpfe Brausen der dunklen, wilden Gestalten, die der seltsame Mensch eben vor ihr beschworen. In dumpfem Murren erstarb ihr der unheimliche Laut hinter einem wohlverwahrten eisernen Tor, zu dem ihr jeder Schlüssel fehlte. Aber stattlich richtete sie sich auf, bis sie in voller Höhe von ihrem Herrensitz ragte. Als sie den Arm ausstreckte, blitzten die goldenen Schnüre im Sonnenschein bis auf den Boden. »Nimm dich in Acht«, warnte sie schneidend, und zugleich griff ihre sinkende Hand nach einem winzigen Hämmerchen. »Besinn dich, wo du stehst! Ein Schlag auf diese Platte, und meine Gewappneten würden dich lehren, wer von uns beiden im Namen des Ewigen richten darf.« Da stieß der störte Bäcker ein kurzes, herausforderndes Lachen aus. »Weißt du kein anderes Lied?«, zuckte er geringschätzig die Achseln. »Komm zu mir auf die Agile, und es würde dir vielleicht nicht anders entgegenscheinen. Aber«, und er schlug wuchtig auf seine Brust, »diesmal wird es nicht gesungen.« »Woraus schließt du das?« »Es geschieht mir nichts, Königin«, beharrte der Seemann unabänderlich, »denn ich war nicht so töricht, dir mehr zu trauen als meiner Gewalt.« Bedeutsam wies er nach dem Fenster. Margareta folgte der Bewegung, und fern auf der Rede schwollen ihr die schwarzen Rümpfe der Freibeuterkoggen entgegen, und da sie diese schärfer betrachtete, fielen der Argwöhnischen mehrere dunkle Ringelaugen auf, die drohend und lauernd zu ihr herüberstarrten. Der Admiral lächelte eigentümlich. Da versuchte auch die Regentin, ein gleiches Zeichen der Gemütsruhe zu geben, obwohl ihr die Heiterkeit nur wie ein bleierner Schein um die Lippen irrte. Und doch, dort draußen diese schlanken Masten, sie waren es ja, an denen all ihr Ehrgeiz hing. Über die schaukelnden Planken dort konnte sie stolz und sieghaft beneidet und bewundert ins Weite schreiten, durch die Jahrhunderte und an ferne Küsten. Und gezogen von ihrer eigenen Leidenschaft, lief das Weib fast willenlos an den Ausguck. Als sie sich zurückwandte, da flimmerte mit einem Male wieder das ganze Netzwerk ihrer seeleneinfangenden Künste in ihren scharfen Zügen, und ihre rostbraunen Augen dämmerten dazu fraulich und verzeihend. »Wunderlicher Mann«, stellte sie sich dicht vor ihren Gast, und sie legte ihm leicht die Hand auf die Brust, als wenn sie das stürmische Herz darunter besänftigen müsse. »Was streiten wir uns? Da du meine Absichten kennst, so nenne deinen Preis, und bei meiner Ehre, ich will weder Knauser noch feilschen. Denn, Klaus störte Becker, ob schon du mir unsanft genug in meinen Fürstenzierrat fuhrst, ich finde dennoch Wohlgefallen an dir und deiner brausenden Art, und ich bin keine Undankbare.« Sanft schmiegte die Frau auch noch die andere Hand auf die Goldlöwen des blauen Wappenrockes, und es gefiel ihr, wie der mächtige Atemzug des Seefahrers ihre Finger gleiten und schwellen ließ. Eine kurze Weile betrachteten beide einander, keiner dieser Stolzen betroffen oder bedrückt über die große Nähe ihrer Leiber. Aber während das Weib allmählich mit lebhaften Nüstern den Keckensturm des Fremden einzuatmen begann, da streifte ihr Gegner jede Lust nach Abenteuer und Rausch fast vollständig von sich. Gerade das überlegene Wesen der Fürstin, ihre herablassenden Augen und dabei doch das verstohlene Spiel ihrer Hände belehrten ihn, dass er gekommen sei, um ihre hochmütige, ungerechte Welt aus den Angeln zu stoßen. Und kaum gedacht, gab es schon kein Zaudern mehr für den Entschlossenen. Noch einen halben Schritt machte er auf sie zu, und so nah hingen sie nun zusammen, als ob sie sich umfangen oder einander das Verborgenste zuflüstern wollten. Erwartend verschmitzt hob Margareta das Haupt. »Königin!« stieß plötzlich der störte Bäcker stürmisch heraus, und auf seinen dunklen Wangen brannte die Erregung des Augenblicks. Eine ungeheure Erwartung hatte ihn gepackt, ein wildes Sehnen nach Angriff. »Du fragst nach meinem Preis?« »Erwarte nichts Geringes. Dich selbst verlange ich mit Leib und Leben.« Margareta wich nicht, denn sie war ja auf etwas Ähnliches gefasst. Genießend schloss sie die Augen, und es war fast, als ob sie leise genickt hätte. Das Wüste und Tolle dieser Werbung bestärkte sie nur in dem sie umspinnenden Missverständnis. »Verdinge dich mir!«, verhieß sie mit ihrer glatten, überredenden Anmut, und zugleich griff sie zum Zeichen des Bündnisses nach der behandschuten Rechten des Mannes. »Verdinge dich mir mit deinen Schiffen, deinen Lederschlangen und all deinen Gesellen, und welcher deiner Wünsche sollte dir unerfüllt bleiben.« Und da sie zu spüren glaubte, wie die Finger ihres Gefährten schwer und nicht so willfährig, wie sie erwartet, in den ihren ruhten, lockte sie heißblütiger weiter. »Gib dich mir, Nikolaus störte Becker, und sieh, ich will die Rechtlosigkeit, die dich quält, von dir und den deinen nehmen. Keines Richters Hand soll deine Taten nachblättern dürfen, und dich selbst will ich stellen als Dänemarks Seeobersten auf die erste Stufe meines Thrones. Graf von Gottland sollst du heißen, und es soll mir keiner näher sein als du, keiner.« »Das genügt mir nicht«, sagte der Seemann dumpf, und mit einer harten Bewegung setzte er hinzu. »Noch ahnst du nicht, Königin, dass ich nichts für mich selbst fordere?« »Nichts für dich?«, wiederholte Margareta enttäuscht, und ohne Begreifen stach ihr scharfer Blick von nun an in dem drohen schwärmerischen Antlitz ihres Gastes umher. In schroffem Übergang fing der wilde Mensch wieder an, ihr unheimlich zu werden. »So nenne deine Bedingungen«, rief sie beleidigt, während sie ihm ihre Hand entzog. »Bei solchem Handel gelten keine Geheimnisse.« Der störte Becker aber reckte sich, und mit ausgestrecktem Arm auf die Tafel des Giotto weisend brach er von neuem in sein rücksichtsloses Gelächter aus. »Meinst du wirklich, o Königin, dass ich dir den dann nur zum Beschauen brachte? Du irrst, weil er der Einzige ist, der auf der weiten Erde mein Geheimnis erfassen könnte, wenn er nämlich lebte, darum lehnt er an der Mauer. Weil das sanfte Lämmlein nur halbe Arbeit leistete, deshalb stehe ich vor dir. Weil er sich fürchtete, Waffen anzulegen, deshalb trage ich sie an seiner Stadt. Aber sei gewiß, wenn er mich hörte, er würde herabsteigen und mir folgen. »Lästere nicht«, rief Margareta ehrlich erblasst. Ihr krauste vor der mörderischen Wut gegen das große Unbestimmte, vor dem sie sich selbst abergläubisch oder doch beinahe überzeugt neigte, und ihr Herz klopfte auch widerwillig gegen jenes Neue, das ihr der Frevler dort anvertrauen wollte. »Komm zu Ende«, mahnte sie ihn daher ungeduldig, und sie schritt hinter den Tisch, wo sie sich gebieterisch aufstützte. Ihre Minen trugen jetzt deutlich den Ausdruck der Verschlossenheit und Erkränkung. »Endige, damit ich erwäge, wie sich mein Vorteil mit dem Deinen verträgt.« Klaus Störtebecker trat an das andere Ende der Tafel, dann schlug er leicht auf die eichene Platte. »Jetzt sprichst du endlich«, verurteilte er mit verhaltenem Tadel. »Wie ist dich deine Welt gelehrt? Dein Vorteil, mein Vorteil. Königin, und du fragst gar nicht, woher die Stimme dringt, die sich jetzt in nie wiederkehrender Stunde an dein Ohr wendet.« »Ich weiß, woher sie stammt«, schnitt die Königin höhnisch dazwischen. »Meinst du, ich hätte mich nicht vorher über dich belehren lassen, du törichter Mann?« »Ein Bankert bist du«, stieß sie verbissen hervor. »Edlingsblut und Knechtsblut streiten in deinen Adern, »aber die Abstammung von den Unfreien sitzt dir tiefer, da du dich nicht scheust, mit einer Schar von Dieben und Mördern den Richter gegen unser besseres Blut zu spielen.« Oh, es tat ihr wohl, als sie die Beschimpfung gegen den schönen, fürstlich geschmückten Mann geschleudert hatte. Erst jetzt glaubte sie sich wieder im Besitz ihrer Hoheit und Macht zu befinden, da sie das tödlich erblaste Antlitz ihres Gegners von einer wilden Verzerrung zerrissen sah, und sie hätte es bejubelt, wenn sich noch in diesem Augenblick der Freibeuter zu irgendeinem schamlosen Ausbruch gegen sie hätte hinreißen lassen. Erwartend hielt sie schon das Hämmerchen in der Hand. Allein nur in den dunklen Augen ihres Gastes stolpte es wüst auseinander. Seine hohe Gestalt jedoch klammerte sich mit beiden Fäusten an den Tisch, um in erschütternder Bändigung und fast flüsternd die bittere Entgegnung zu finden. »Aber die Mörder und Diebe des Bankers möchtest du für dich rauben und stehlen lassen, und ihren Anführer kannst du zum Grafen von Gottland erhöhen?« Die Fürstin schwieg, hierauf wusste sie keine Antwort. »Weib«, kochte es in der bebenden Brust des Herausgeforderten weiter, und erschüttelte den schweren Tisch, als ob es sich um ein Spielzeug handele. »Diebe und Mörder«, sagst du, »merke dir, was du jetzt erfahren wirst. Es ist nicht mehr und nicht weniger, als was dein Gekreuzigter zu sagen vergaß. Diebe und Mörder sind wir alle. Alle, hörst du? Nur, dass ich und die Meinen uns immer nur Schrammen und Wunden stehlen, du hingegen mit den Deinen die leckeren Gerichte von der Tafel trägst. Glaubst du, es mache mir Freude, unter den dunklen Seenächten dahin zu fahren, um das zu richten, was sich doch nimmer ausrotten lässt?« »Erkennst du das endlich?«, fuhr die gespanntlauschende triumphierend dazwischen, denn es freute sie, dass sie etwas wie Zerknirschung in dem Freibeuter zu wittern glaubte. »Unausrottbar, Königin, ist der Hang der Glücklichen zur Unterdrückung, Plage und Entrechtung von uns Armen«, sprach der Seeräuber ganz ruhig weiter, und seine schwarzen Augen richteten sich über die Regentin hinweg auf die leere Wand, »als wenn dort all die Elenden litten und stürben, die er in seinem schweifenden Dasein hatte niederbrechen und verenden sehen. Unaustilgbar dafür aber auch der Hass, der Neid, die fressende Mordlust, die Zerstörungswut der Gemißhandelten. Dies ist das Natürliche, und daran ändert weder deine Gnade etwas, noch das dunkle Gericht, das mit mir über die Fluten jagt.« »Das hast du erkannt?« zuckte die Königin empor. Noch nie war die Aufmerksamkeit der klugen Haushälterin auf etwas Ähnliches gelenkt worden, obwohl ihr Zeitalter doch von den Verwünschungen und Aufstandsversuchen der geringen und bedrückten Widerhalte. Man hatte sie eben niedergeschlagen, wie man ein bissiges, unvernünftiges Tier fesselt. Jetzt wurde das Weib von der sonderbaren Ahnung ergriffen, dass hinter dem Toben der Bestie im Stall sich am Ende doch eine eigene Sprache verberge, und deshalb suchte sie nach Weiberart, zuvörderst ihre aufspringende Neugierde zu befriedigen. »Und wem gibst du an dem ewigen Kampf die Schuld?« erkundigte sie beflissen. Der störte Bäcker erkannte ihre Spannung, mit frechem Lächeln gab er zurück. »Deinem Gott!« Als der König in dieser Anklage zugeschleudert wurde, verzog sie ein wenig wegwerfend den breiten Mund. Der Mann da vor ihr hatte offenbar zu viel gesonnen und gegrübelt. Das lange, vergoldete Schwert, das an seiner Linken funkelte, bildete wohl gar nicht das rechte Werkzeug für den Schwärmer. Ganz unvermittelt verlor die tatkräftige Rechnerin die letzte Furcht vor ihrem Gast. Mit dem Anschein der Ermüdung ließ sie sich auf ihrem erhöhten Sitz hinter dem Tisch nieder, um lässig, fast überdrüssig hinzuwerfen. »Wohl an, da es für eine Änderung zu spät ist, warum gibst du dich mit fruchtlosen Wünschen ab? Ich weiß bessere Arbeit für dich. Lass dich anwerben«, störte Bäcker. »Es ist nicht zu spät?« »Wie?« »Wer sprach hier?« »Ging es wirklich wie junges Erwachen durch den Raum?« Margareta erschrak bis ins Innerste. Der Seeräuber hatte beide Armlehnen ihres Stuhles umklammert. Nun beugte er sich über sie, als ob er sie gefangen nehmen wollte. Sie wusste nicht mehr, ob sie ihm seine Worte vom Munde ablas, oder ob sie ihr aus den wilden, glühenden Augen bleifüßig entgegenschmolzen. »Königin«, stieß sie sein heißer Atem, »die Zeit ist da. Du stehst vor deiner Entscheidung, aber künftige Geschlechter werden dich dafür anbeten.« »Was willst du?« murmelte das Weib entsetzt, während sie sich immer tiefer in ihren Stuhl verkroch, und ihre Hände vorstreckend stammelte sie unwillkürlich, »tu mir nichts.« Das dunkle Gesicht ruhte unverändert über ihr. »Du bist sicher, Königin, denn du wirst ja die in Hass und Neid, in Brudermord und Unrecht, in Hochmut und Verleumdung eiternde Erde endlich reinigen. Keinen wirst du verjagen und damit das siebente Tagewerk schaffen.« »Lass mich, du fieberst, ich verstehe dich nicht.« »Doch, doch, du bist das Werkzeug, weil ich dir jetzt mein Geheimnis preisgebe. Mein Werkzeug wirst du sein, höre.« Deutliche Zeichen wallen durch die Welt. Was treibt die Geißelbrüder zu ihrer blutigen Selbstpeinigung durch deine Städte? Zu welchem Ziel schwärmen die Scharen halbnackter Kinder durch die Felder und fallen wie Heuschrecken über die Frucht? Welcher Wahnsinn, welche zitternde Unrast jagen Knechte und Herren von dir fortgen Sonnenaufgang? Ein ungeheures Suchen hat sie ergriffen, denn sie alle fühlen, dass die Erde den wühlenden Ekel nicht mehr länger erträgt. Ein anderes will sich gebären. Nun steh auf, Königin, rufe die Menschheit endlich, endlich nach jahrtausendelangem Irrtum zu neuem Schöpfungsmorgen zusammen. Sie, um mich her habe ich die Unbändigsten der Ausgestoßenen und Verlassenen gesammelt. Ihr Atem ist Hass, ihr Wort ist Neid, ihre Sehnsucht ist Mord. Diese Verzweifelten lade von ihren unsicheren Pfaden ans Land, in ein Land der Verheißung. Ungezählte Hufen liegen dir ungenützt, lass sie mich in gleicher Lose für die neuen, für die erstaunten Menschen einteilen. Lass mich ihnen verkünden, dass Pflug und Egge, Stier und Ross fortan ihrem großen, glücklichen Bunde gemeinsam gehören. Lass sie sich selbst richten und schützen, wo es nichts mehr zu richten und zu schützen geben wird. Denn dann, o Königin, aber auch nur dann wird dem Beseeligten die Göttergewissenheit aufgehen, das hoch und niedrig verschwand, weil der Mensch, der ursprünglich gute und reine Mensch, wieder an seinen unschuldigen Anfang angelangt ist. Das will ich vollenden, das muss ich vollenden. Horch, bräutlich schmückt sich schon die Erde zum Bund mit dem frohen Menschen. In ein markerschütterndes Jauchzen wandelte sich das Letzte, der junge Seefahrer stand da, angestrahlt von der Röte des Morgens, wie er erwählten, nur einmal aufzugehen pflegt, die Rechte herumgeworfen zu dem Knauf des Schwertes, als gelte es nur noch eine Schar siegestrunkener, begeisterter, jenen kurzen Weg zu führen, den seine sengenden Augen förmlich aus dem Nebel hervorlockten. Margareta's Züge jedoch hatten sich verzerrt, feindlich öffnete sich ihr breiter Mund, ihre großen Zähne schoben sich vor, zum Biss gegen einen ihr Gesicht umwindenden Faden. Nur eins hatte sie erfasst, aber dies mit der ganzen Schlauheit des Weibes, wie der Machthaberin nämlich, dass der Boden unter ihr wanke, weil der von einem wahnwitzigen verkündete Bund ihrer und ihresgleichen nicht mehr bedürfe. Vergessen war ihr ursprünglicher Plan, hingemäht von der Schärfe ihrer eigensüchtigen Ansprüche, die Unmöglichkeit eigenen Entsagens entfachte ihr nichts als einen bitteren, giftigen Hass. Kaum sah sie daher ihren Sitz freigegeben, als sie empor sprang, um sich gleich darauf des kleinen Hammers zu bemächtigen. Mit einer scharfen, ätzenden Ruhe sprach sie so dann, »Sage mir, Klaus«, störte Becker, »sind deine Spießgesellen bereits von dir eingeweiht?« Vor dem Huhn der Anrede erwachte der Admiral. Trotzig setzte er seinen gewappneten Fuß auf die Stufe des Sitzes und ließ die Rechte nicht von der Waffe. »Königin«, warnte er grollend, »das, was mir die Nacht und das Elend in langen Jahren anvertrauten, das wissen nur du und ich.« Die Königin erkältete sich immer mehr. »Und mit einer Bande von Dieben und Räubern willst du die ewige Gerechtigkeit begründen?« Der Freibeuter entfärbte sich. Wild schrie er hinauf. »Auch Rom wurde zu das Gottesmaß Zeiten von Dieben und Räubern geschaffen, aber Verantwortung, Arbeit und Gemeinsamkeit, das sind die Bausteine eines edleren Geschlechtes.« »Und wenn sich meine übrigen Lande von der Empörung anstecken ließen? Wenn sie anfingen, das Lang Erworbene anzugreifen, die Ämter zu verjagen, den gesetzten Hohn zu sprechen, meinst du, das Blut der Zufriedenen sei weniger heilig als der Fiebersaft der Mordbrenner?« »Weib, deine Augen deckt Blindheit«, tobte nun der störte Bäcker außer sich. Schaum trat ihm vor die Lippen. Drohend schüttelte er die Faust. »Du siehst nicht, dass du dich selbst nur von Raub und Diebstahl mäßtest.« »Und du bist ein Feind des Menschengeschlechtes«, sagte Margareta unbewegt. »Ich bereue, dass ich dir mein Antlitz zeigte. Hebe dich von mir, und fortan sei Feindschaft zwischen uns, bis du ausgerottet bist.« Da stieß der Admiral sein helles, schmetterndes Gelächter aus. Dann aber verbeugte er sich plötzlich tief. »Es sitzt wieder einmal eine Leiche auf dem Thron«, wies er mit ausgestreckter Hand. »Es wäscht wieder einmal ein Lauer seine Hände in Unschuld. Aber bei den Schweren und Lumpen der Bettler sei's geschworen. Ich will für ein königlich Begräbnis sorgen.« Kein weiterer Abschied. Er riß den Vorhang auseinander und trat hinaus. Da, dicht hinter den Falten, stand es wie ein weißes Bild. Eine schneekalte Wolke stand dort, in der es bebte und blitzte. Ein paar wirre, von frommem Wahnsinn geblendete Augen irrten hinter dem stürmisch enteilenden Herr. Der stutzte. Irgendwo musste er eine ähnlich behütete Puppe des Wohllebens schon einmal erschaut haben. Und frech und unverschämt winkte er ihr zu, bevor er die enge, hölzerne Treppe hinuntersprang. Aber auch die Königin hatte hinter dem geöffneten Teppich etwas Fremdes entdeckt. Heftig erzürnt, noch geschüttelt von den umwälzenden Eindrücken des eben Vergangenen, teilte die Regentin mit einem Riß den Vorhang, um dann sprachlos auf der Schwelle anzuwurzeln. »Was ist das?« rief Margareta bebend vor unterdrückter Wut, indem eine fahle Blässe über ihre Wangen zog. Denn die niederschmetternde Gewissheit sprang sie an, dass der Ausgang ihres zweifelhaften Ringens nun nicht mehr der Vergessenheit anheimfallen würde. »Gräfin Linda, ich merke, ihr vertragt nicht die Luft des Palastes. Wir sind um eure Gesundheit besorgt. Verlasst auf der Stelle die Stadt und wartet ab, was ich weiter zu eurer Heilung beschließen werde. Keine Widerrede, geht, ich mag euch nicht länger.« Und nachdem die weiße Wolke Schritt für Schritt, traumwandelnd, hinter der schmalen Pforte verschwunden war, da stürzte die Königin zurück und hieb besinnungslos auf die silberne Platte. »Schafft den Kanzler zur Stelle!« herrschte sie den eintretenden Weppner an. Es klang mehr wie ein bösartiges Kreischen. Mit beiden Armen lag sie über den Tisch gebettet, verworren kratzten ihre Nägel auf der Platte herum, als das bunt geschmückte Gerippe ihres Ratgebers endlich vor sie schlich. Sie hob nicht das gesenkte Haupt, ohne Gruß jedoch, begleitet von einem widerspruchsvollen, unbegreiflichen Lächeln, stieß sie hervor. »Sammelt Friedenschiffe! Ihr selbst und alle Edlen rüstet Weppner! Stiftet einen Bund der Hansischen! Schreibt an den Hochmeister von Preußen! Keine Ruhe bei Tag und Nacht, bis die Seepest vertilgt ist! Dies ist unsere Bestimmung! Wie eine beißende Fliege sticht sie uns in die Augen!« Und voll Entsetzen sah der betroffene alte Mann, wie der schöne Busen seiner Herrin mitten unter einem hämischen Lachen von krampfhaften Schluchzen geschüttelt wurde. Ende von zweites Buch, Kapitel 2, gelesen von Markus Wachenheim Zweites Buch, Kapitel 3, von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Klaus Störtebecker Von Georg Enge Zweites Buch, Kapitel 3 Es war an demselben Abend. Auf Burg Ingerlüst, an der schmalsten Stelle des Öresund, eine gute Rittstunde von Kopenhagen entfernt, saß Gräfin Linder in der Ausbuchtung ihres niedrigen, ganz aus dunklem Kiefernholz gezimmerten Saales und grübelte verloren und weitendrückt auf das Anprallen der dampfenden Schaumketten hinab. Ein ununterbrochenes, dumpfes Donnern stieg zu ihr auf, und hinter dem pfeifenden Seewind zitterten die Lichter von der jenseitigen, schwedischen Küste. Das stille, blonde Mädchen weilte nicht allein. Ihr gegenüber, auf der zweiten Seitenbank, lehnte ein untersetzter, derbschrötiger Mann, dessen überlegtes, bartloses Antlitz sich kantig aus dem Otterkragen seines schwarzen Reisemantels abhob, da Herr Nikolaus Tschocke, der junge, neu gewählte Bürgermeister von Hamburg, noch in dieser Stunde zu Schiff nach Falsterburg zurückkehren gedachte, wo der Friede unterzeichnet werden sollte. Und er hatte nur deshalb immer von Neuem gezögert, seinen Besuch endgültig abzubrechen, weil er bisher diesem stolzen, weißen, jungfrauen Antlitz gegenüber nicht den rechten Mut gefunden, dasjenige zu enthüllen, was ihn in Wahrheit hierher getrieben. Auch beengte ihn nicht allein der seltsam abwesende Schein, der bisweilen über den stahlblauen Augen des jungen Mädchens hing, sondern er fühlte sich auch beeinträchtigt durch die Gegenwart eines Zeugen. Am anderen Ende des kahlen Saales nämlich saß dicht vor dem hohen Steinkamin ein geistlicher Mann in einer braunen Reisekutte, und von Zeit zu Zeit streckte sich dort eine, seine, weiße Hand den brennenden Buchenklötzen entgegen, die den Schauer des kühlen Frühlingsabends vergeblich zu mildern suchten. Unrastig pustete oft ein Windstoß durch den Rauchfang herunter, und dann hüstelte der Ab Franziskus vom Rügener Kloster Kona kurz und gestört, um sich gleich darauf doppelt emsig der vorgeschriebenen Andacht hinzugeben, die er aus einem kleinen, geschriebenen Brevier vor sich hin psalmodierte. Die Äbte des Konaer Klosters gehörten seit Alters zu den Gastfreunden auf Ingerlüst, und dieser, der gleichfalls von Falsterbo herübergekommen, hatte zudem um ein Nachtlager gebeten, weil er am morgigen Tage der Ehre teilhaftig werden sollte, der Königin vorgestellt zu werden. Friedsam hing die seine, schmiegsame Gestalt in ihrem Armstuhl, versenkt in Andacht, trocken und steif knisterten die harten Seiten des Büchleins, sobald sie umgewandt wurden, und gerade dadurch war Herr Nikolaus Tschocke allmählich in seiner kühlen, kalkulierenden Überzeugung bestärkt worden, dass er aus jener Entfernung wohl keinen Lauscher zu fürchten habe. Auch hatte den jungen, weltkundigen Bürgermeister einen Blick auf die weißgedeckte Tafel in der Mitte des Saales darüber belehrt, dass man die Zeit der Schlossherren nicht ungebührlich in Anspruch nehmen dürfe. So hatte er denn ein paar Mal an der schmalen Stehampel gerückt, deren niedriges Ölflämmchen zwischen ihnen schwankte, um endlich, würdig und gemessen, ganz so, wie er es sich auf der langen Fahrt überlegt, seine Schicksalsfrage in Ehrbarkeit und redlichem Selbstbewusstsein an das schöne, blonde Weib zu stellen. Nun wartete er voll Ruhe und Anstand auf ihren Bescheid, und das kantige Bürgergesicht mit der kräftigen Hakennase hütete sich, irgendwie Bewegung zu verraten, obwohl es ihm Wunder nahm, dass die Blonde ihre Augen auf ihn richtete, wie auf ein fremdes, ihr unverständliches Wesen. Weit ausholend hatte der Patrizier ihre beiderseitigen Beziehungen zueinander abgewogen, und durch Linda lief ein Schauer der Erinnerung, als nun jene Begebenheiten, die sie stets lebendig umstanden, in der Schilderung des Kaufherrn ein so sachlich aufgezeichnetes Gepräge annahmen. Es durchfröstelte sie, weil sie ihr Schicksal, losgelöst von sich, bei einem Fremden gebucht fand. Trocken und ohne Umschweife, wie aus einer Chronik, hatte ihr der Hamburger das Verbluten und Zersplittern ihres Geschlechts geschildert. Ein harter, unbeugsamer Stamm, in nordischer Blutrache und Familienfeder verwildert und von seinen eigenen Königen, häufig als Empörer, an den Block geführt. In roten Strömen verbrauste allmählich die Lebenskraft der unbändigen Sippe, bis sich bei den letzten zwei Grafen von Ingerland, bei Lindas Brüdern, die böse Erbschaft, nur noch in Landhunger und Wüsterraubsucht verlor. Ein schreckhaftes Bild aus Feuerlärm und glimmender Asche stieg vor der Lauschenden auf. Ihre Brüder hatten sich nicht gescheut, die eigene Mutter, die mit der unmündigen Tochter zurückgeblieben, auf ihrem nordischen Witwensitze bewaffnet zu überfallen, ja, den beiden rohen Wichten, die mit ihrem Christentum nur Spott trieben, wäre wahrscheinlich das untilgbarste Verbrechen nicht erspart geblieben, hätte nicht ein hansischer Gastfreund die beiden Frauen in grausiger, branddurchlotter Nacht schnell entschlossen auf seinem Handelsschiff geborgen. Freundlich führte der Retter die Verarmten in sein Stattlichhaus nach Hamburg und hier, unter dem Schutz des ehrsamen, herzenswarmen Aldermann Hinrich Schocke, des Vaters des Bürgermeisters, erwachte die kleine Flüchtige erst zum Bewusstsein einer bürgerlich behüteten Lage. Fast ungläubig sah sie die regelmäßige Arbeit in den dämmernden Kontoren des Hauses, denn Herr Hinrich eignete die blühendste Brauerei der Handelsstadt. Mit großen Augen verfolgten die Frauen aus den niedrigen, vergitterten Fenstern die bunten Umzüge der Zünfte und Kaufmannschaft, und sie lernten auch etwas von dem Stolz verstehen, mit dem die Häupter der regierenden Familien die Angelegenheiten ihres Gemeinwesens ordneten. Und doch, die Seele der Heranwachsenden blieb dem Anprall des frischen, tätigen Lebens um sie herum verschlossen. Im Kern ihrer festgefalteten Blüte nistete zu sehr das Entsetzen, das wie ein Wurm in ihre Kindheit gekrochen, und ihr banges Gemüt löste sich nicht von dem frühen Eindruck, dass Ungerechtigkeit und Gewalttat alle Macht auf Erden an sich gerissen und wieder einzelne schutzlos herumirre, um sehnsüchtig nach einem Retter auszuspähen. Ein krankhaftes Mitleid mit den Bresthaften, Armen und Beladenen hatte das schweigsame Kind ergriffen, und ihre schönsten Stunden nahten, wenn sich an Feiertagen unter dem mächtigen Ahorn auf dem Hofe des Handelshauses die Kranken und Bettler um den dort sitzenden Aldermann versammelten, um Speise und kleine Geldgaben zu empfangen. Dann war es Sitte geworden, dass Linda selbst die irdenen Näpfe herumreichte, und nur in diesen Augenblicken erhellte sich ihr weißes, vergrämtes Andlitz zu einem beseligten Lächeln, und der junge Nikolaus, der Sohn des Hauses, fand dann, dass die fremde Adelstochter mit ihren blonden Flechten unter dem lumpen Volk ein mildes Licht verbreite, gleich einem schönen Bernsteinschmuck. Als 15-Jährige war sie endlich, nachdem in der Schlacht von Falkjöping Lindas beide Brüder als Aufständige gegen die Königin ein wildes Ende gefunden hatten, aus dem deutschen Hause geschien. Jetzt hielt es nämlich die kluge Margareta für angebracht, die Verwaisten mütterlich zu betreuen. Für die eingezogenen norwegischen Güter des Hauses wurde ihnen Burg und Herrschaft ingelöst eingeräumt, und hier, dicht unter den Augen der Königin, saß nun nach dem Tode der Mutter der letzte Spross des dahin gewelkten Geschlechtes, weltscheu und abgeschieden als Hofdame der Regentin. Aber heimlich verlangte ihr verwundetes Innenleben noch inniger als früher, nach dem unauffindbaren Trost gegen die täglich sich offenbarende Missachtung von Recht und Sitte, und fast verletzt wies sie den Gedanken von sich, etwa durch eine Vermählung mit einem rauen, erwerbssüchtigen Gebieter, noch tiefer in die Händel und Ungerechtigkeiten dieser Welt verstrickt zu werden. Näher und näher rückte ihren sehnenden Blicken die Klosterpforte mit dämmernden Schatten, und ihr Fuß schritt jener Grenzschwelle immer willfähriger entgegen. Bis heute. Da. War es möglich? Heute hatte ihr traumbefangener Tritt zum ersten Mal gestockt, gezögert. Welch eine heilig-wüste Vision, welch eine wetterleuchtende Wolke hatte ihr ganzes Denken und den noch kurzen Weg umnebelt. War es Wirklichkeit? Oder hatte ihr bangverschlossenes Gemüt selbst, jene unheimlich blutige Gnadengestalt geboren? Nein, nein, während sie hier saß, um fast gedankenlos auf die ihr unbegreifliche Bitte des Hamburger Jugendfreundes zu achten, da begann unten aus dem Gedröhnen der Strandwellen von Neuem, diese heiße, markt durchzitternde Stimme zu sprechen, und bald wurde für die Lauschende ein Ruf daraus, der über die Welt hinhalte, um herrisch von Tauben und verstockten Seelen Erbarmen für Millionen Geknechteter zu heischen. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer! Aber bei jedem Wort pfiff gleichzeitig ein Schwertstreich durch die Luft, und das höhnische Gelächter des Räubers und Mordbrenners mischte sich drein. Eine unschuldige, befreite Welt wollte auftauchen aus einem kreisenden Meer von Blut. Ihre Sinne verwirrten sich, ihr ganzes Wesen neigte sich entgeistert über einen Abgrund von Höllenfeuer und Himmelslicht, und während sie sich irgendwo festzuklammern suchte, drang mit größter Klarheit die Werbung des ehrsamen Bürgers an ihr Ohr, in dessen wohlbestelltem Hause Ruhe und Sicherheit wohnten. Und sie musste doch mit Schrecken auf das Klopfen ihres aufgescheuchten Herzens hören, da sich in altererbten Edelingshochmut vor der Versorgung in dem Krämerkontor sträubte. Wie um Schonung flehend schlug sie ihre großen blauen Augen gegen den Mann in der schwarzen Ratsherntracht auf. Herr Nikolaus Tschocke jedoch hatte inzwischen hinter dem flackenden Lichtlein der Stehampel aufmerksam die Veränderung in den Zügen der jungen Freundin geprüft. Auch er hatte sich noch einmal wiederholt, was in langen Beratungen mit seinem Vater sorgsam erwogen war, wie wichtig nämlich die Verbindung mit dem uralten Grafenstamm für die aufstrebende Patrizierfamilie werben könnte. Die Tschockes gehörten nicht zu den ritterwürtigen Geschlechten der Stadt, sondern da sie durch Reichtum und Handelsunternehmung heraufgekommen waren, so mußte es ihnen nützlich werden, sich von außen ihre Ansprüche bestätigen zu lassen. Dazu aber eignete sich, nach Meinung des greisen Aldermanns, keine bessere als Gräfin Linda von Ingerland, da sie nur misstrauisch beargewöhnt neben der dänischen Ur-Suppertorin leben durfte und zudem durch die Bande der Dankbarkeit an die frühe Zuflucht ihrer Jugend geknüpft war. Als aber jetzt das in der Zugluft wehende Wind das stolze weiße Antlitz des Mädchen bestrahlte, da fühlte der Bürgermeister wieder mit Verwunderung die einstige Ehrfurcht vor der fremdartigen Edelingstochter. Ich wollte euch nicht erschrecken, lenkte er endlich ungewiß seinem Ziele entgegen. Ihr solltet nur wissen, wie weit das alte Haus am Mönkedamm seine Tore für euch öffnen würde. Es hat jetzt eine galustige Malerei von Giebel bis zur Einfahrt erhalten, setzte er lobend hinzu. Schalknarren und Engelein tanzten um ein Bierfass und was mich und die meinen angeht, so hat die Zeit euer Angedenken nicht verwischt. Nur eins hat sich verändert. Er rückte sich jetzt bedachtsam zurecht und zugleich schlug er den Mantel zurück, damit sich die schwarze Ratsherntracht mit den ziegelroten Aufschlägen deutlicher offenbare. Ich nehme nunmehr, wie er seht, in dem Stadthaus den ersten Sitz ein und ich darf wohl sagen, es könnte manche Fürst für die, so ihm lieb sind, weniger sorgen können als ich. Wollt auch dies bedenken, Gräfin Linder, denn die Zeiten sind rechtlos und unsicher und die Ordnung gedeiht fast nur noch hinter sorgsam behüteten Stadtmauern. Als er das letzte vorbrachte, da drang zwischen die klare Vorbereitung doch eine raschere Wärme hindurch, denn das blasse Mädchen Antlitz in seiner Scheu und Ratlosigkeit hatte das Mannesbewusstsein des festen Bürgers erregt und so wagte er es, ohne weiter an den Zeugen zu denken, seine Rechte auf die schmale Wachshahn zu betten, die sich gerade gegen die Ampel ausstreckte. Die kühlen Finger blieben auch ruhig in den Seinen. Das konblonde Haupt jedoch wandte sich, wie gezogen, der Nacht entgegen, und jetzt merkte ihr Gastfreund erst, wie emsig das junge Weib das wüste tosender Wasser zu enträtseln strebte. Schlag auf Schlag krachte die Brandung auf den flachen Strand und Linda zitterte, ob auch ihr Gefährte die gewaltige Stimme vernehme, die von unten herauf brüllte. Huch, bräutlich schmückt sich schon die Erde zum dann Stille und darauf wieder das grässliche aufrührerische Gelächter. Nein, nein, dort draußen lauten Verbrechen und Wahnsinn und hier, hier drinnen, wie zur Flucht bereit zog sie ihre Hand zurück und während sie sich verstört gegen das Fenster kehrte, gab ihr das Entsetzen über sich selbst das nächstliegende ein. Ihr wisst ja nicht. Was? Ich, ich habe schon gewählt. Gräfin? So wenig hatte der Kaufherr mit einer solchen Möglichkeit gerechnet, daß ihm zuvörderster Sinn ihrer Weigerung verschleiert blieb. Aufrecht verharrte er vor ihr auf seiner Bank. Die blonde aber tastete nach dem Kreuz, das ihr noch immer über ihre weiße Gewandung herabhing, und hob es empor, ihrem Freunde zur Erklärung, sich selbst aber als einem Wegweiser aus Tumult und fratzenhaftem Taumel. Hier, hier, klammerte sie sich an das Stückchen Holz fest, als ob es ihr immer merklicher zu einem harten Balken aufwüchse, hinter dem sie sich verstecken könnte. Hierhin laßt mich gehen, ich tauge nicht in eure Welt und nicht in die eines anderen. Keinem würde ich behilflich sein können und ihm nützen. Denn, Nikolaus, ihr mögt es wissen, ich fürchte mich vor den Menschen, da sie nichts als übles Sinnen und keiner dem anderen zur Freude und Wohltat bereit ist. Keiner? Sie stockte, denn aus der Nacht schlug wieder die dumpfe Trommel den Strandsaum entlang und im Wirbel prallte es gegen die Hausmauern. Huch, bräutlich schmückt sich schon die Erde zum Bund mit dem frohen Menschen. Da entfärbte sich die Verwirrte und das Kreuz fiel ihr in den Schoß. Langsam gab der Bürgermeister seinen Sitz auf. Ungern war ihm die Erkenntnis aufgegangen, dass weiteres Drängen seinem Wunsche nur schaden müsse, weil er es hier mit einem verschlossenen Gemüt zu schaffen habe, das am Leben blutete. Die Wunde musste erst heilen, bevor sich ein neues Vertrauen entfalten könnte. Und obwohl es ihm vorkam, als ob er jetzt einen Verlust erleide, wie es ihn noch nie in seinen Lederbüchern zu verzeichnen gehabt, so griff er doch mitleidig nach der Hand der Verstummten in der redlichen Absicht den Eindruck seiner plötzlichen Werbung nach Möglichkeit wieder zu verwischen. Ich wollte euch nicht erschrecken, Gräfin Linder, beruhigte er freundlich. Ihr solltet nur erfahren, wo euch stets eine Heimat bereitet ist. So will ich euch auch nicht weiter drängen, denn wir beide sind doch jung und werden uns nach dem, was ich euch jetzt eröffnete, schwerlich vergessen. Das hoffe ich. Was aber euren Entschluß betrifft, so sollt ihr mir versprechen, dass ihr euch eine Frist gönnt, bis ich in Tag und Jahr abermals vor euch trete. Denn mein Weg und mein Wille führen mich wieder zu euch und die Zeit ist ein kundiger Arzt und ein gütiger Fürsprach. Damit drückte er die kühlen Finger, heißer als er es selbst geahnt und schritt mit seinem nachdrücklichen Gang über die knarrenden Dielen des Saales, um sich von dem Abt zu verabschieden. Der hatte sein Buch sinken lassen und seine tiefliegenden, klugen Augen hingen schon seit geraumer Zeit an den beiden jungen Menschen. Ehe jedoch der Aufbrechende den Sessel des Mönches erreicht hatte, stockte der Bürgermeister wie von einer Eingebung befallen. Noch eins, erinnerte er sich in seiner bestimmten Weise. Ist eure Dienerschaft zuverlässig, Linder? Das Mädchen stand schon an einem weißgedeckten Tisch. Jetzt musste es über die unerwartete Frage lächeln. Ich halte nur eine Schaffnerin, gab sie kopfschüttelnd zurück. Wenige Mädchen und Knechte und hier diesen verwaisten Knaben aus unserem Kirchspiel, fügte sie deutend hinzu, denn ein schöner, schlanker, etwa siebzehnjähriger Bursche in der kleidsamen schwarzen Dänengewandung war eben eingetreten, um die Tafel mit allerlei Geschirr zu bestellen. Und diesen wenigen versage ich nichts, was ich mir selbst gewähre, sprach die Herrin ruhig weiter. Nicht wahr, Heinrich? Es lag so viel mütterliches Wohlwollen in ihrer Aufforderung, dass es nicht verwunderlich war, wenn dem Jungen die Wangen zu brennen begannen. Er warf einen jugendlich schwärmenden Blick auf seine Gebieterin und nickte verschämt, bevor er sich entfernte. Jetzt mischte sich auch der Abt in das Gespräch. Weshalb fragt ihr, Herr Nikolaus' Schocke? wandte er sich gespannt an den Bürgermeister. Euer Blick ist nicht frei von Sorge. Der Hamburger streifte sich die schweren Handschuhe auf und prüfte unwillkürlich den kurzen Dolch, der ihm am Ledergürtel hing. Ich sorge mich auch, rang er sich endlich vorsichtig ab und heimlich umfasste er abermals das Bild des blonden Fräuleins dort an dem Tisch. Und deshalb bestelle ich eine Bitter an euch, hochwürdiger Herr. Ihr wisst, die Gegend hier ist noch unbefriedet und wir haben durch Kundschaft eine Erfahrung gebracht, dass die Freibeuterflotte gegen Mittag ganz unerwartet Segel setzte und aus dem Hafen verschwand. Wohin, weiß niemand. Er strich sich unsicher über das glatte Kinn. Nie habe ich die Vorliebe einzelner unserer hansischen Bundesgenossen für dieses schandbare, gesetzlose Volk geteilt, fuhr er hastiger fort. Und ich werde nicht eher ruhig sein, als bis der schwarze Fleck von unserer Ostasee getilgt ist. In euch aber dringe ich. Hochwürden, nehmt das Fräulein morgen mit euch in die Stadt hinein, wo es am Königshofe sicherer ist als hier in dieser flachen, menschenleeren Einsamkeit. Noch hat er nicht geendet, als dem Eifrigen auffiel, wie erregend sein Vorschlag auf das von ihm umsorgte Mädchen wirkte. Unruhig heftete sie die Augen auf das weiße Linnen, als ob sie angestrengt dort etwas suche, kämpfte mehrfach eine rasch aufsteigende Antwort nieder, bis sie sich endlich zu der Mitteilung entschloss. Ich danke euch, Nikolaus. Aber ich darf Burg Ingerlyst nicht verlassen. Die Königin gerade verwies mich hierher. Und auf den fragenden Blick ihres Jugendfreundes bekannte sie mit ihrer gewohnten, bedingungslosen Ehrlichkeit. Ich habe mich einer Verfehlung in ihren Diensten schuldig gemacht. Ihr? Linda nickte, entgegnete jedoch nichts mehr, denn abermals glaubte sie, dass Wellen von Scham und Entsetzen gegen sie anstürzten. Der Bürgermeister hingegen forschte nicht weiter. Nun gut, Vater Franziskus, beschied er sich, dann gebraucht bei Hof euer Ansehen, damit eine Besatzung hierhergelegt werde. Tut euer Möglichstes, denn solange die Schwarzflaggen in der Nähe wehen, wälzen sich Gesetz und Billigkeit im Kot, und der gemeine Verstand ermisst den frechen Umsturz alles Bestehenden nicht länger. Eure Hand, ich verlasse mich auf euch. Das dürft ihr, stimmte der Abt bereitwillig zu. Und nun, Herr Nikolaus Schocke, nehmt meinen Segen, den ich für jeden Redlichen habe. Wind und Wetter seien euch günstig und mögen sich die besten Wünsche eures Lebens erfüllen. Der Bürgermeister heftete einen raschen, prüfenden Blick auf das feine, durchgeistigte Antlitz. Als er aber in den abgeklärten Zügen nichts als das reinste, gütigste Verstehen las, da riss er sich schnell los, verbeugte sich noch einmal nach der steifen Sitte der Zeit vor dem Fräulein und ohne auch nur noch eine Falte ihres weißen Kleides berührt zu haben, schritt er mit seinem festen, lauten Tritt aus dem Saal. Die Flamme der Stehampel zuckte, stieg und fiel. Sie war im Verenden. Dafür schickte über den beiden zurückgebliebenen der der eiserne der Rund der Rundreifens aus, wodurch die Nacktheit der geäderten Kiefernwandung noch deutlicher hervortrat. Auf dem Vorsprung des Kamins ließ eine Sanduhr ihren bunten Staub rinnen und erinnerte die halblaut Plaudernden an das rasche Enteilen der Zeit. Gräfin Linder und der geistliche Herr hatten ihre Abendmahlzeit beendigt, allein der Zisterzienser Abt machte noch keinerlei Miene, sein Lager aufzusuchen. Vielmehr gab er sich Mühe, seine Aufmerksame, wenn auch stille und nachdenkliche Wirtin auf eine feine und anregende Weise zu unterhalten. Leicht konnte die Zuhörerin da merken, welch ein vorurteilsloser und gerechter Geist sich hier über die Unbilden und Streitigkeiten ihrer Zeit verbreitete. Wie von ungefähr war ihr Gast so auf die aufsehenerregenden Schriften des Oxforder Professors Wycliffe gelangt, die der Gewalt so kühn zur Leibe rückten. Und jetzt schien es, als ob der Erzählende mit einer besonderen Absicht länger bei den Angriffen des Engländers gegen die Klosterzucht zur Verweilengedächte. Spielen drehte er den Stil seines silbernen Weinkelches zwischen den Fingern, während ergesenkten Hauptes, aber doch mit auffälliger Betonung hinwarf. Siehst du, liebe Tochter, wenn wir offen sind, so werden wir fast immer in den Anklagen und Schmähungen sogar eines Aufruhrers etwas finden, das uns stutzen lässt. So will mir das massenhafte Flüchten der sogenannten Weltmüden in die Zelle niemals gefallen. Ist doch die Welt selbst in unzählige Zellen geteilt und der Mensch dazu da, die Rechte für sich zu öffnen, damit er seinen Anteil an dem erlangbaren Friedensschatz empfänge. Glaube mir, er quillt da und dort reicher, als jene frühzeitig Besiegten sich träumen lassen. Ist doch das Leben ein ebenso köstliches Geschenk wie der Tod, und das Licht ein heiligeres als das Dunkel. Linder legte sich in ihren Armstuhl zurück und verfolgte träumerisch über die Schulter des Mönchs hinweg das Versickern des bunten Sandes in der Uhr. Sehr klar empfand sie, der Abt, billige ihre eigene Sehnsucht in die Stille zu entweichen, keines Weges, ja, wie ein Aushalten und Bestehen aller Gefahren geradezu für würdiger erachte. Und doch, sie fühlte, wie ihre Natur dem Hang nach Aufhören immer inbrünstiger nachgab, da gerade jetzt etwas in ihr ins Schwanken geraten war, das sich nicht wieder ins Gleichgewicht bringen ließ. Fröstelnd wandte sie sich und lauschte von Neuen auf den hohlen Trommelschlag längs der Küste. Als sich aber die gefürchtete Stimme nicht mehr vernehmen ließ, stürzte sie beinahe flüchtend in das rettende Gespräch zurück. Hochwürdiger Vater, tastete sie vorsichtig, denn das Herz schlug ihr, da sie sich mit jedem Wort vor dem Klugen zu verraten wähnte. Ihr meintet vorhin, dass man auch auf das Drohen und Wüten von Aufrührern und Empörern lauschen solle. Sagt mir, glaubt ihr wirklich solche Ausgestoßenen und Verdammten, die die Welt mit Gräueln füllten, sie könnten jemals zum Guten gesendet sein? Abt Franziskus setzte seinen Becher nieder und seine sprechenden Augen schienen tiefer in seine Gefährtin einzudringen, als ihr angenehm war. Dann fragte er bestimmt, sag mir, Kind, denkst du an einen Lebenden? Da zuckte wieder diese schreckliche Angst in ihr auf, erblassend senkte sie das blonde Haupt und während sie emsig auf dem weißen Linnen herumstrich, da suchte die Gräfin, sich der drohenden Beichte durch eine Ausflucht zu entziehen. Die Erde ist jetzt voll von Gewalttat und Umsturz, wich sie unsicher aus. Man weiß oft nicht mehr, welchen Pfad man wählen soll. Der Mönch nickte sacht. Er strebte, diese verstörte Seele zu sänftigen. Wohl, meine Tochter, stimmte er mit seiner milden, tröstlichen Stimme zu. Aber alle Pfade, die der Mensch schreitet, sind Gottes Wege, darin besteht eben das Wundersame dieses uns geschenkten Lebens, das sein Teppich so bunt und voller Farben prangt. Der Ewige verkündet seinen Willen nicht nur aus eines einzigen Menschen Mund, sondern gerade im Widerstreit der vielen feindlichen Stimmen will er sich offenbaren. Wer von uns schwank im Rohrgeschlecht darf behaupten, ich allein habe die Wahrheit? Wo ist Wahrheit? fragt Pilatus noch immer. Sinnend senkte der Mönch seinen Haupt auf die Brust, rückte seinen Armsessel herum und die ersterbende Glut des Kamins war Flammenspritzer auf die sich stark verbreitende Tonsur des Alten und erreichte auch seine noch dunkelblonden Haarbüschel. Sieh, verlor er sich in das Springen und Laufen der Funken zu seinen Füßen, auf meiner Heimatinsel Rügen, da kannte ich vor mehr als einem Jahrzehnt einen Knaben, ein Kind adeliger Gewalt, dem Groß Unrecht geschehen. Dieser taumelte wie trunken zwischen Hölle und Himmel, als sei er ein Spiegelbild oder der Schatten der ganzen leidenden Menschheit. Und ich weiß, er rang redlich mit seiner düsteren, grimmigen, lechzenden Leidenschaft nach Wahrheit und Segen, nicht für sich, sondern für die vom Leben Vergessenen und Verfluchten. Aber dann, ehe er das gefunden, was nur einem vorausschauenden Gott beschieden sein kann, verschlang den Ungerüsteten, Unvorbereiteten bereits die Woge der tollen Zeit und nur ein Gerücht meldete noch von ihm, dass er ein Mächtiger unter den Gesetzlosen und Ausgestoßenen geworden sei. Ich habe ihn lieb gehabt und liebend gedenke ich heute noch seiner, weil ich ahne, dass er selbst in seiner jetzigen Gestalt ruhelos, wenn auch auf wirren, verworrenen Faden dem Wolkengebild der Wahrheit nachjagt. Wo ist Wahrheit? Wehmütig lächelnd schwieg der Abt und streckte seine feinen, durchsichtigen Hände näher gegen das Feuer aus. So gewahrte er nicht, dass seine Gefährtin von seiner Erinnerung getroffen war, als habe sie eine Faust vor die Brust geschlagen. Atemlos und völlig unvermögend, den Sturm, der sie rüttelte, noch länger zu bestehen, hing das blasse Weib ihrer erschreckten Augen an den Mönch und gab sich keine Mühe mehr, sich zu verstellen. War das der störte Beker? fügte sie mühsam aneinander. Der geistliche Herr aber, ohne sich scheinbar über den verdächtigen Ton zu wundern oder an dem Zusammenhang deuteln zu wollen, schüttelte leise das Haupt. Ich weiß es nicht, mein junger Freund führte wohl einen ähnlichen Namen, aber vieles, was man von dem Freibeuterfahrer im Volke erzählt, widerspricht doch gar zu sehr meinem jugendlichen Bilde. Zum Beispiel seine ausschweifende Trunksucht oder die kalte Gleichgültigkeit gegen Rechte und Leben Einzelner. Nein, nein, diese helle Jünglingsgestalt habe ich, so wie sie war, in meinem Gemüt bestattet und einen Segen darüber gesprochen. Gebe Gott, dass aus der Gruft nicht ein anderer Mann auferstehe. Damit versank der Mönch in ein erneutes Grübeln und ließ Linda Zeit, sich notdürftig zu fassen. Unruhig blickte sich die Gräfin in dem kalten Raume um, sie zählte die Windstöße, die um die Mauern heulten, und als irgendwo auf den Fluren ein Trittlaut wurde, da ertappte sie sich dabei, wie sie alle Verstecke und Schlupfwinkel des alten Meerkastells durchstöberte, um sich womöglich dort zu verbergen. Ihr ererbter nordischer Wikinger-Mut war gänzlich von ihr gewichen. Plötzlich erhob sie sich, ihre Brust ging schneller als sonst. Auch ihr Gast wurde aufmerksam. Ich wünschte, ich könnte euch morgen in die Stadt folgen, hochwürdiger Vater, überwand das Mädchen einen sie überfliegenden Schauer und dabei schritt sie in die Ausbuchtung, wo sie die kleine Ampel an sich zog. In dem finsteren Gemäuer hier ist's schlimm, überall springen Gestalten aus den Wänden, die mir zurufen, ohne dass ich darauf eine Antwort wüsste. Es sind Ausgeburten Einsamkeit und ich habe keine Hilfe gegen sie als Schlaf und Gebet und ein heiteres tätiges Frauenwerk wie es den Müttern ziemt, schaltete der Abt sanft ein, der geräuschlos seinen Sitz verlassen hatte und nun teilnehmend vor ihr stand. Sachte hob er die Rechte gegen das müde Licht, sodass das rinnende Blut in seinen Fingern zu schimmern begann. Alte Hausweisheit, erinnerte er mahnend, Sorge für Gatten und Nachkommenschaft, der schließt den Jungweibern ihre eigene Seele. Alles davor ist Traum und Umweg. Aber nun, ich will mir nicht mehr von dir anmaßen, als du mir selbst gibst. Nun sei Friede über dir diese Nacht. Er wandte sich, und die Gräfin folgte ihm, die Leuchte in der erhobenen Rechten. Vor den Schreitenden glitten schwarze Schatten über die rohen Kiefernwände. Aus dem Holz beugten sich undeutliche verzerrte Gebilde und griffen nach ihnen. Der Mönch öffnete gerade die Pforte, als beide wie auf Verabredung innehielten. Jeder las in den Zügen des Gefährten, ob auch der andere diesen hellen Schrei aufgefangen, jenes hemmungslos tierische Kreischen, das aus dem Pfeifen des Windes mit schriller Verzweiflung herausgälte, um gleich darauf wieder in dem langgezogenen Winseln zu verschwinden. Linda zitterte und doch lächelte sie matt. Eulen, erklärte sie, sie horsten oben auf den Türmen und fliegen jetzt aus, es sind meine Haustiere, wollte sie noch mit trübem Spott hinzusetzen, ohne sich doch selbst dem Glauben an ihre Worte hingeben zu können. In diesem Augenblick donnerte durch das Gebäude ein kurzes, scharfes Krachen. Ein Schlag schien die Steine aus den Mauern zu reißen, die Dielen wankten, selbst auf dem Tisch klirrte das Metallgeschirr einen singenden Ton. Ungläubig, verängstet hielt sich der Mönch an dem Pfosten zwischen Saal und dunklem Gang fest. Sein verblasstes Antlitz aber war der Gräfin zugekehrt, als er Deutung. Und Linda, obwohl ihr Herz in der Erwartung nahen Unheils wie zwischen Eisstücken geschichtet lag, sprach in unnatürlicher Ruhe. Der Sturm sprengt die Torangeln, aber da du hier bist, Vater, wird Gott bei uns sein. So standen sie eine Weile, und da sich nichts weiter rührte, so begannen sie einander ihren Kleinmut fortzulächeln. Aber seltsam, warum verharrten sie noch immer, um auf einen einzelnen Schritt zu lauschen, der sich langsam, schwer und wuchtig in den langen Gängen vor dem Saal verkündete. Es war natürlich einer der Knechte, der das Licht zu löschen kam. Nur hätte er schneller nahen können, dienstfertiger. Gleich viel, worauf warteten sie noch? Gemessen drehte sich die große Eingangstür in ihren Angeln. Und dann, in dem Saal wurde es still, als ob der Tod eingetreten wäre. Wirklichkeit und Wahnsinn tanzten miteinander. Keiner wagte auch nur, durch einen Luftzug zu verraten, daß hier noch Sinn für die gewöhnliche Ordnung der Dinge atmete. Auf der Schwelle ragte ein übergroßer Mensch, in einen nassen, schwarzen Mantel gehüllt, die Lederkappe zerbeult in die Stirn gedrückt. Gleichgültig schickte der Eindringling einen raschen Blick in den Raum umher. Dann schritt er ohne Eile, wie ein Bewohner des Hauses, auf die Tafel zu, schleuderte Mantel und Mütze mitten auf den Estrich und warf sich selbst in einen der leeren Sessel. Den Tisch, der ihn beengte, stieß er krachend mit dem Fuß beiseite. »Schafft Wein und Speise«, befahl er den beiden Leblosen. Und als sich die Gebannten nicht dregten, stieß er ein kurzes Gelächter aus, ein helles, wohlklingendes Lachen und wirkte lässig. »Irda, zeigt fröhliche Gesichter! Was steht ihr und haltet Maulhafenfeil? Eilt euch, ihr seid geladen!« Daran leben in die beiden Entsetze starrend zurück, fieberndes, beißendes Blut und während die Hausherrin sich gegen die Pfosten lehnte, um die Hand gegen die Erscheinung auszustrecken, als hätte sie dadurch die Macht, diesen wahnwitzigen, wohl nur aus vergifteten Gedanken aufgestiegenen Spuk, wieder zu verscheuchen? Da wankte der Abt etwas weiter in den Saal hinein, entschlossen, seine geistliche Würde gegen den Niederbruch aller Sitten zu setzen. »Wer bist du?« rief er, indem er sein Zittern überwand. »Im Namen Gottes und seiner unverbrüchlichen Gebote frage ich dich, was du vorhast und wer du bist.« Die Stimme verstärkte sich, je kräftiger der Sprecher den Widerhall von den Wänden zurückempfing. Auf den hochgewachsenen, schlanken Eindringling jedoch schien sie jede Wirkung zu verfehlen. Das Bellen eines kleinen Hündchens hätte ihn nicht weniger behelligen können. Der Schein der Unschlittkerzen vor dem Rundreifen umflackerte ihn, wie er jetzt den ungeheuren Weinhumpen an sich riß, um ihn ohne Umstände mit beiden Fäusten an seine erhobenen Lippen zu führen. Durstig schluckte er den übrig gebliebenen Trank. Es war eher ein Stürzen zu nennen, nur, dass sich zuweilen in der gelehrten Höhlung dumpf und Kolland sein spöttisches Gelächter fortsetzte. Der feierliche Anruf des Konea Abtes schien ihn höchlich zu ergötzen. »Still! Keine Predigt, Braunrock!« atmete er endlich auf, während er das schwere Gerät auf den Tisch krachen ließ, und dabei schob er sich, zur neuen Taten bereit, die der Jacke zurück, so dass weite, rotseidende Ärmel zum Vorschein kamen. »Gib Ruhe! Wer soll ich sein? Ein Mensch bin ich, also ein armselig Ding, das von Gott kaum eine Spur und vom Teufel eine reiche Erbschaft miterhielt.« Er lehnte sich zurück und trommelte mit beiden Fäusten auf den Linnen herum. »Möchtest aber lieber nach Stand und Namen herumkramen? Komm, trink mit mir und denk inzwischen einen Witz aus, warum deiner Kumpanei der gemeine Mensch in seiner Armut und Nacktheit einen solchen Schrecken einjagt, du Nachfolger Christi!« Ohne eine Antwort abzuwarten, rückte der Fremde ungeduldig an den leeren Schüsseln, blickte hinein, dann wandte er sich und schrie ein paar Namen gegen den Eingang, als ob er eine eigene Dienerschaft mitgebracht hätte. Draußen wurde es lebhaft, man hörte eilige Tritte in den Gängen und von unten aus den gewölbten Hallen drang undeutlich Frauenkreischen und das Geräusch von Waffen. »Wird hier gemordet?« zitterte Vater Franziskus. Der andere horchte gespannt und schnurrte die Augenbrauen über den schwarzen Sternen fester zusammen. »Blutvergießen!« tadelte er endlich zurücksinkend. »Ist ein töricht und unnützlich Geschäft.« »Vernichtet und heilt nicht.« »Aber warum wehrt sich euer Geiz auch so hartnäckig dagegen, wenn wir daran gehen, in das Erbgut von Mutter Erde nachträglich ein wenig Ordnung zu bringen?« »Mensch, entsetzlicher!« rief der Mönch, jetzt all seinen Mut zusammenraffend, da er merkte, wie in dem schmalen, edel gebildeten Antlitz des Fremden sich ein grüblerischer Zug einzeichnete. »Was ersinnst du lügnerische Ausflüchte, für Raub und Diebstahl!« Der in dem Lederwams schüttelte sich leicht, als wenn ihm fröstelte. Trotzdem warf er plötzlich auch noch die Überjacke auf den Estricht und saß nun da, in seiner rotseidenen Schecke, eine goldene Kette über der breiten Brust. Den braunlockigen Kopf stützte er nachdenklich in beide Hände. »Keife nicht!« brachte er nach einer Weile versonnen hervor, und es war, als ob er mehr mit sich selbst spräche. »Für dieselben Streiche hast du geflennt und Gebete gejammert, wenn sie von euren Trabanten herrührten!« Er strich über die hohe Stirn und schüttelte sich wieder. »Aber darin gebe ich dir recht. Es ist kein Sinn und Verstand dabei, die hübschen Goldstücke nur etwas schneller von einer Hand in die andere rollen zu lassen, wenn sie zu nichts anderem verwendet werden, als zum Saufen, Huren und Prassen. Zwar auch dies ist ein gut Ding.« Wuchtig schlug er mit der Faust auf den Tisch, dass die zinnernden Schüsseln in die Höhe sprangen. »Komm, bring die Dirne damit, sie hat einen ranken Leib, und dann trinken wir uns einen Rausch darauf, dass Gott oder der Teufel eine feinere Lebensweise für ihre zweibeinigen Ebenbilder ersinne.« »Was gibst du mir, wenn der Gedanke schon unterwegs ist?« »Vielleicht wälzt er sich bereits im Hirn eines Übeltäters.« »Denn, Halleluja, der Gedanke wenigstens braucht kein Edelhaus, er wohnt überall.« Gerade wollte sich der Rotseidene wieder herumwerfen, um sich zu überzeugen, ob seinen herausgeschriebenen Befehlen endlich Folge geleistet würde, da brach die Eingangstür auseinander, und vor den fassungslosen Blicken der Hausherrin und ihres Gastes quoll ein Schwarm derber, wettergebräunter Seeleute herein. Alte und junge Männer, verdächtig anzuschauen mit ihren Narben zerrissenen Gesichtern, voll Auflehnung und Zuchtlosigkeit, und alle Arme beladen mit der Ausbeute ihres wilden Handwerks. Die einen schleppten Lindenballen und silbernes Gerät mit sich, die anderen schleuderten jauchzend, schinken oder Schüsseln voll geräucherte Fische auf den Tisch, ja, ein paar junge Burschen rollten sogar in verschimmeltes Weinfass herein, schlugen den Spund heraus und begannen unter Flüchen und rohen Scherzen eine Kanne um die andere mit dem roten Saft zu füllen. Klatschend stürzte das köstliche Nass auf die sauberen Dielen. Es sah aus, als wäre die Fessellose, an keinen Befehl gebundene Gesellschaft bereit, den Rausch ihres so leicht erworbenen Besitzes sogleich an Ort und Stelle auszukosten. Kaum aber hatten die ersten Tropfen des starken Weines ihre Lippen benetzt, da wurden sie alle von einem Freudentaumel erfasst, die letzte Zurückhaltung ging unter. Genießen, schlürfen, fressen und saufen schien ihr einziger Zweck. Wo sie gingen und standen, fielen sie auf den Estrich nieder, hieben die Becher gegeneinander, gröelten, lachten und zankten, und mitten aus dem Wüstenbraus fingen sie an, ihre Zunftglieder zu heulen. Gierige Blicke und geschwungene Humpen richteten sich gegen das Weib, das matt und müde, geschlossenen Auges an dem fernen Pfosten lehnte. Heiser brüllten die rauen Kehlen, die Jauchzer überschlugen sich, schrille Pfiffe gelten durch den Raum. Die Begeisterten wälzten sich auf den Dielen, rissen und zerrten sich gegenseitig an den Frauengewendern, die viele von ihnen verkehrt über die Schulter geworfen hatten, und üble Reden flogen zu den beiden Menschen aus einer anderen Welt herüber. Ein grausig Gelächter wurde aufgeschlagen, dann spritzte es wieder aus dem Fass, und der Wein klatschte auf die Erde. In all dem Lärm hatte der Hauptmann, zu dessen Füßen sich der Knäuel verschlang, mit einem sonderbaren, erfrorenen Lächeln hineingeschaut. Nun aber schüttelte er sich erwachend, wie jemand, der angespritzten Kot von sich abschleudert, und um seinen herrischen Mund irrte ein Zug von Grausamkeit und Hohn. »Ja, das sind meine lieben Kinder, an denen ich meine Freude habe,« sagte er mit einer biblischen Anspielung, und dabei bewegte er die Hand, als ob er die Rotte in ihrer Gesamtheit vorstellen wollte. »Sie geben sich nicht anders, als sie sind. Lug und Trug kennen sie nicht.« Und als er das ungemessene Entsetzen, den Ekel und den Abscheu in den Augen seiner beiden Gefangenen las, stieß er trotzig und voll grimmiger Rechthaberei hervor. »Folglich sind sie echt! Wer kann das in dieser falschen Welt noch von sich behaupten? He!« Plötzlich riß sich der Sitzende herum, bückte sich, und packte den vordersten der Gesellen unsanft an der Brust. Ein Zug, und das Stiernackige, war auf die Beine gebracht. Da unterbrachen auch die anderen ihr Schlemmen, und es wurde so still und lautlos, wie es vorher wüst und unbändig gewesen. »Wulf, Wulfram!« herrschte der Anführer scharf. »Was habe ich dir befohlen?« Der herkulische Bootsmann wurde verlegen, erkratzte sich in seiner rotbraunen Schifferkrause und suchte sich, wie ein Schüler vor dem Lehrer, auf seine Aufgabe zu besinnen. »Du sagtest, Admiral, du sagtest...« »Was, Mensch?« »Wir sollten Gold und Silber von hier zu Schiff bringen. Mehr nicht.« »Mehr nicht. Nun wohl an, das ist deutlich.« »Aber, Wulf, Wulfram!« Und er zerrte ihn heftiger an die Brust. »Lauert hinter deiner Fratze nicht noch ein anderer Gelüst? »He?« Ungewiß starrte ihn der Schiffer an. Allmählich erstarb sein Grinsen, und seine anfängliche Sicherheit ging in Scheu und Unterwürfigkeit über. Auch seine Genossen hielten kleinlaut in ihrem Toben inne. Scharrend erhoben sich die Seeleute und rotteten sich verstohlen um ihren Bootsmann zusammen. Lauschend streckten sie die Köpfe vor, als gäbe es nichts so Wichtiges, als das winzigste Wort ihres Führers aufzufangen. »Herr!« suchte sich der Bootsmann in verlegenem Trotz zu verteidigen. »Wir dachten, wir meinten...« Und unwirsch polterte er heraus. »Der alte Kasten hier wäre auch längst reif für den Teufel und zum Ausräuchern.« Weiter kam er nicht. Eine Blutwelle schnellte bis in die Stirn des Admirals. Mit einem erbitterten Griff zuckte er nach seinem Dolch, riß ihn vom Gürtel und preßte das haarscharfe Messer dem Erschrocknen gerade auf die Kehle. Ein Lautschrei entfuhr dem anderen. Aber auch Linda und der Gast klammerten betäubt, schutzsuchend ihre Hände umeinander. »Du räudiger Hund!« keuchte der Rotseidne mit einer jedes Maß überlodernden Wildheit. »Meinst du, du seist der Erste, den ich vor meinen Kindern stillgemacht?« »Wir stehlen nicht, wir sammeln einen Schatz. Zu welchem Zweck weiß ich allein. Und wehe dem! Einen Strick am höchsten Mast für den, der meine Pläne stört. Hast du es dir gemerkt?« »Wohl, Herr!« stotterte der Bootsmann bezwungen. Ein Murmeln erhob sich unter der Schar. »Das Verborgene, Geheimnisvolle, das hier angedeutet wurde, oder der unerbittliche Zwang, der von diesem einen ausging.« Er schloß die Ausgestoßenen wieder zu einem willigen Bund. Das dunkle Gefühl ihrer Sendung packte sie abermals. Der Admiral aber winkte heftig mit der Hand, als hätte er schon zu lange mit dem Haufen geschwatzt. »Fort! Tut, was euch geheißen! Und mit dem Morgengrauen sind wir von hinnen!« Da schob sich die Rotte lärmend in übersturztem Gedränge zur Tür hinaus. Jeder froh, der Gesellschaft dieses einsamen Mannes dort drinnen überhoben zu sein. Hinter ihnen blieb nichts als die leis aufgewirbelten Stäubchen, die blau und durchsichtig zu den Lichtern emporstiegen. Der Verlassene jedoch reckte die Arme, schüttelte nach seiner Gewohnheit das eben Vergangene unbegreiflich schnell ab, und, nachdem er die lockigen Haare leichtsinnig in den Nacken geworfen, beugte sich hungrig über die ihm vorgesetzten Schüsseln. Hastig und doch ganz mit den Gebärden eines großen Herrn begann er zu tafeln. Dabei vergaß er für eine Weile völlig der beiden Zuschauer, die an der fernen Wand, eng aneinander geschmiegt, unter Grauen und Schrecken beobachten mussten, wie oft der gewaltige Weinhumpen an die Lippen des Fremden stieg. Von Zeit zu Zeit wandte sich der Seefahrer und ließ einen neuen Trank in die Kanne laufen. Allein bei einer dieser Bewegungen mussten dem Eindringling endlich die beiden Schatten dort drüben an der Kiefernwand auffallen, denn er ließ das Weingefäß sinken und richtete seine schwarzen Augen, mehr verwundert als in irgendeiner feindlichen Absicht, auf die unfreiwilligen Zeugen seines Schmauses, die verzerrte Bestürzung in ihren Gesichtern. Die Quellen der Angst, mit der sie ihr Schicksal erwarteten, schienen den Zecher zu stören. Unvermutet sprang er auf, so dass alles auf der Tafel zitterte, und während er rasch auf die ihm preisgegebenen Zuschritt, empfanden diese, trotz ihrer wachsenden Not, das Wunder, wie geschmeidig und unangefochtener Seefahrer auch nach jenem unerhörten Trunk seinen Gang beherrschte. Kein Rausch hatte ihn unterjocht, nur die dunklen Augen waren unnatürlich erweitert und sprühten und blitzten, als ob sie in Brand geraten wären. Jetzt stand der Hochgewachsene dicht vor ihnen, setzte die Hände in die Seiten und schlug endlich ein kurzes Gelächter auf. »Kommt, ihr beiden Lämmer«, lud er sie ein, »nehmt das Ding, wie es ist, und steht nicht wie die armen Schindluder vor dem Henkerkarren. Muss denn Donnerwetter und Gewitter immer nur von oben kommen? Es kracht doch einmal von unten, wie euch der Feuerberg auf Island lehren sollte. Und die Anwohner glauben dann, es gäbe ein Fruchtreich Jahr.« Spielend fasste er den Mönch an der Kutte. Überdies, hochwürdiger, wie schrieb dein Freund, der Rechtsbeuger Cicero, »Varietas delectat«, »und ich setzte hinzu, der Teufel dachte ebenso, da er Buttermilch mit der Mistgabel aß.« Dringender zehrte er den Geistlichen an seinem Faltenrock, denn er wollte ihn zwingen, ihm an den Tisch zu folgen. Der aber wich schützend vor die Gräfin zurück und schlug plötzlich beide Hände zusammen. Ein entgeisteter, verzweifelter Blick des Erkennens brach aus den guten Augen des Alten. »Barmherzigkeit«, flüsterte er schwach, »Klaus Bäckerer, du bist's, verbirg dich nicht, auferstanden aus dem Grabe als blutige Geißel, als ein vergiftet Saatkorn, von dem die Menschen sterben. Mann, Knabe, deine Eltern, deine Mutter, deine Jugend!« Im Saale wurde es still, so still, daß man den feinen Streusand auf dem Estrich unter den Füßen der Menschen knirschen hörte. Schwelgend, unbeweglich stand der störte Bäcker dem Mönche zugekehrt, und man hätte glauben können, daß er gelähmt, erschüttert sei durch das Auftauchen jener längst entschwundenen Gestalt. Allein kein Anzeichen kündete dies. Weder reichte er dem so unvermutet gefundenen Freunde die Hand, noch hieß er ihn sonst durch ein freundlich Wort willkommen. Nein, er starrte nur unverwandt in die greisen Züge, bis endlich ein tiefer Atemzug verriet, daß er aus Erinnerung und Abwesenheit zurückgekehrt sei. »Es ist gut, Alter«, sagte er halb im Ton des Befehls, »ich will dich nicht kränken, aber ich kenne dich nicht. Dich nicht, dein Vaterland nicht, und vor allem nicht eure Gesetze. Klaus, still, nur in einem trafst du das Rechte, auferstanden aus dem Grabe, zu einer neuen Sonne, deren Wärme du nicht mehr fühlen kannst.« Ohne eine Antwort abzuwarten, tat er einen starken Schritt auf die Gräfin zu und hob ihr Haupt gewaltsam am Kinn in die Höhe. Die Zusammengesunkenheit des Mädchens schien seinen Hohn zu reizen. »Warum zitterst du, Weib?«, fragte er scharf. Spürbarer faßte er sie an, um sie heftig ins Bewusstsein zu rütteln. »Du siehst aus wie eine Heilige«, rief er wild, sich über sie beugend. »Und deine Hand krampft sich um ein Kreuz.« »Flenst du vielleicht darüber, weil dein Hab und Gut sich zu Speise und Trank wandeln sollen für die, die nicht so rein und wohlbekleidet sind wie du, Gottselige?« Da geschah etwas Seltsames. Weit öffneten sich die blauen Augen des von einem schweren Traum befangenen Mädchens. Abwehrend streckte sie die Hände aus, als wollte sie das Grauen von sich fernhalten. Allein, während ihr Körper in Erbenqual sträubte, da faltete eine bezwingende, eine ihr ganzes Dasein heiligende Macht die Finger zusammen, und über ihre Lippen drängten sich Worte der Demut und des beseligten Gehorsams, wie sie ähnliche, niemals vor Altar noch Betstuhl gefunden. »Nimm, was mein ist«, hauchte sie mit bangen, entgeistertem Lächeln. »Da du gekommen bist, die Erde zu reinigen, so geschah dein Wille.« »Meine Tochter«, rief der Mönch über diese fromme Anbetung entsetzt dazwischen und griff sich verzweifelt an das betäubte Haupt. »Du lästerst, du gute Seele, erwache, in deinen Augen spritzt die goldglitzernde Schlange ihr Gift, die Verführung, die selbst Getäuschte, schaut dir ins Antlitz.« Der störte Beker preßte plötzlich die Hand des Alten, daß der Abt laut aufschrie. »Schwatze nicht, grauer Lügner«, fuhr er ihn an. »Meinst du, mein Wein würde schlechter, weil er in einem Mistkübel gereicht wird?« Allein das Weib, um das der Streit ging, vernahm nichts weiter. In roten Blitzen hatte sich ihr die Vision offenbart, nach der ihre Verlassenheit Tag und Nacht gebankt. Er war da, der Ersehnte war erschienen. Ein herrlicher Mann, blutig und gebieterisch zugleich, beugte sich zu ihr herab, eine rote Wolke umschwebte ihn, und tief unter ihm hoben sich aus dem Morgengrauen tausend und abertausend Hände, die lobpreisend nach ihm verlangten. Damit sank ihr Bewusstsein in die Knie. Nur verlöschend empfand sie noch, daß sie aufgefangen wurde und geborgen war. Klaus störte Beker, hielt den Leib der Hingestreckten in seinen Armen. Ein Blatt, das auf ihn herabgeweht war, konnte ihn nicht lastender beschweren. Aber gespannt, fiebrig, hingenommen, starrte er jetzt auf diese erste Seele, die er von den Zinnen der Menschheit gebrochen und die sich doch zu ihm bekannt. In halbem Verständnis nur, streichelte er ihr das blonde Haar aus den Schläfen und wandte sich erst unwillig ab, als er sich unvermutet am Arm gehindert fühlte. »Was willst du?« wies er den Mönch zurück, der sich noch einmal an ihn gedrängt hatte, um jetzt eine schwache Bewegung zu vollführen, als wolle er die Willenlose von ihm empfangen. »Was willst du?« »Klaus«, bat Pater Franziskus, am ganzen Leibe bebend, »ich will dir vergeben, ich will annehmen, daß meine Zeit und die Deine einander nicht verstehen können. Aber hier, gegen diese Unmächtige, laß mich meine Pflicht erfüllen, wie ich sie gelernt habe. Hier, weiche vor meinem Amt, und ich will dich trotz allem, wie Vorzeiten, segnen.« Es war eine Stimme, die vor Seelenangst und Güte brach, aber der, den sie erweichen sollte, schüttelte hastig und finster das dunkle Haupt. »Die ist mein«, widerstrebte er auflodernd, »um Seelen wird nicht geschachert.« »Klaus, im Namen«, der Abt taumelte und vermochte kaum noch die Rechte zu erheben. »Unglücklicher Mensch, denke daran, was seiner Mutter geschah.« Da wirbelte ein schneidendes Gelächter aus der Brust des Seefahrers. Mit einem rücksichtslosen Stoß befreite er sich von dem alten, und während er seine Last fester an sich raffte, schritt er rasch und sicher bis zu dem dunklen Gang, wo er die Tür dröhnend hinter sich ins Schloß warf. Dann drehte er auch noch den ungefügen Schlüssel herum. Gleich darauf halten schwere Schritte auf dem gewundenen, endlos laufenden Flur. Nur ab und zu brach durch ein Bogenfenster wolkiges Mondlicht über die Steinfliesen. Und dann konnte der Träger diese und jene Wendeltreppe unterscheiden, die mit romen Geländergebälk in ein oberes Stockwerk leitete. Wiederholt hatte der Gewalttätige Vorhänge zurückgeschlagen oder eine schwere Tür geöffnet. Doch immer musste er in der Dunkelheit einen der kahlen Wohnräume erkennen, wie sie solch alten Kastellen eigen. Allmählich aber begann er sich mit den Herzschlägen des stillen Wesens, das er an sich preßte, eins zu fühlen. Eng und warm ruhte es an seiner Brust. Nicht mehr als unnahbare, frostige Heilige, sondern weich und biegsam, ähnlich den unzähligen anderen, die der Unbändige nur geschaffen wähnte, um seinen Körperdurst zu stillen. Aber hier war doch etwas anderes. Mit seinen untrüglichen Nerven spürte er, dass dieses hochgeborene, verschlossene, vor allem unsauberen schaudernde Geschöpf im Innern des Menschen, der ihr gewiß ein Räuber, ein frecher Wegelagerer sein mußte, die goldene Flamme blitzend sah, wie sie einst auf den Altären gelodert. Und dieses Feuer wollte doch aus Kot und Unrat hinauf zur Gottheit, als ein Notschrei, als eine Anklage, als ein Signal. War sie nicht vor jenem Brand verstehend, beselig dahingesunken? So etwas hatte der Verwöhnte, der noch befehlen durfte, der Gesetze umstieß und verborgene Wünsche losband, noch nie in seinen Armen gehalten. Ein Eigentum, unlöslicher als jedes andere, erworben, geknechtet, ohne Blut noch Schwert. Unsicherer wurde sein Schritt, schwerer seine Bürde, summend hörte das vom Wein und Siegerbewusstsein aufgepeitschte Blut in seinen Adern rauschen. Und nicht gewöhnt, seinem Willen ein Hemmnis entgegenzusetzen, riß seine Rechte den dünnen Schleier vom Hals seiner Last, und sein Haupt bettete sich suchend auf die kühle Brust seines Opfers. »Mein bist du«, murmelte er, während er verworren auf den regelmäßigen Herzschlag lauschte. »Mein, die Welt ist mein, was kannst du Besseres verlangen, als einzugehen in das, was du erkannt hast?« Da stand er auch schon vor einer starken Bohlen-Tür. Er stieß sie auf, und vom hohen Kamin beleuchtete eine einsame Kerze das starke, sechsfüßige Bett, einen Himmel darüber und einen schmalen, mannshohen Stuhl daneben. Und bedenkenlos, Freude geschwellt, brach der Störtebäcker in den Frieden dieses nie entweiten Raumes. Zweites Buch Kapitel 4 von Klaus Störtebäcker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Klaus Störtebäcker von Georg Engel Zweites Buch Kapitel 4 Sie lag auf ihrem langen, breiten Lager und der Wind der Morgendämmerung, der die Läden aufgestoßen und nun durch die eng vergitterten, scheibenlosen Fenster hindurchstrich, er ließ ihre Glieder unter der dünnen Linnendecke frösteln. Empfindlich zog sie die Hülle bis zum Hals und die Blicke der Erwachten wanderten ruhelos an der glattgespannten Fläche des Betthimmels, als ob dort etwas geschrieben stände, auf das sie sich besinnen müßte. Aber gelähmt, verworren, zerwühlt versagten ihre Gedanken jede Selbstbesinnung oder Erkenntnis und trotz aller Anstrengung wußte die Hingestreckte nichts weiter von sich, als dass sie ein wüster, zackiger Feldstein auf die Brust geschmettert sei und wie sie zu matt wäre, um sich der Wucht zu entwinden. Vor ihr auf dem Strohteppich atmete etwas, und als sie sich mühsam wandte, erkannte sie ihr schlankes Windspiel, das sich wohl gegen Morgen zu ihr gestohlen haben mußte. Das Hündchen lag, den Kopf zwischen den Pfoten und eugte über seinem ärzenden Halsband achtsam zu ihr hinauf. Da streckte sie die Hand aus und wollte das Tier anrufen. Allein, seltsam, sie vermochte sich nicht an den Namen ihres Begleiters zu erinnern, und in der Qual ihr eigenes Wesen verloren zu haben, sank sie wieder zurück, eine fremde, unbekannte in ihrem eigensten, heimlichsten Bezirk. Draußen auf dem Ahrenbaum begannen ein paar Meisen zu zwitschern. Sonst bedeutete dies den Weckruf des Morgens, denn auf Ingerlist erhoben sich Herren und Knechte mit der Sonne. Heute jedoch blieb alles unverändert still. Das Vieh brüllte nicht in den Ställen, und die Holzschuhe des Gesindes klapperten weder auf dem Hof noch in den Burggängen. Auch die Zeit schien sich gewandelt zu haben. Auch sie starrte leer und ausgeplündert, gleich der Gebieterin hier auf ihrem kalten Lager. Geduldig bettete sich die Verlassene auf ihren Arm, lauschte angstvoll auf die zuckernden Schläge ihres Herzens und wartete, ob der Bann noch einmal von ihr genommen werden könnte. So hätte sie vielleicht noch lange hingedämmert, verstoßen von ihrer Vergangenheit und nicht fähig, den Wirbel vor der Gegenwart zu durchbrechen, wenn sich nicht ein leises Ticken gemeldet hätte, das vom Holzwurm herrührte. Ihr gegenüber über dem schmalen Kamin war bis unter die Tafeldecke ein altes, wuchtiges Holzkreuz eingelassen, und in dem braunen Gebälk bohrte und pochte es manchmal, als wäre selbst das heilige Symbol vor Zermürbung und Vergänglichkeit nicht sicher. Richtig, richtig, Linda raffte sich auf, denn sie meinte, sich jetzt zu besinnen, dass sie jeden Morgen noch vom Lager aus ihre Arme zu jenem gewaltigen Stamm erhoben habe. Ja, ja, gewiss, allerlei kleine Bitten und Wünsche bedrückten stets ihr Herz, und dann die eine große Sehnsucht nach Reinheit und Stille. Aber als sie nun nackt, entblößt, frierend auf ihren Kissen kniete, da starb ihr plötzlich die volle Bewegung. Über ihr blasses Antlitz zog starres Entsetzen, und wie von einem Blitzstrahl getroffen, stürzte sie rücklings auf ihr Linnen. Ein Wunder, ein Wunder! Vor ihren weit aufgerissenen Augen spielte sich das Herzlähmende ab. Ein fremdes Haupt erschien an dem Querholz, ein braunes Lockenhaupt mit Lippen rot von Küssen, und wilde, schwarze Augen gierten über ihren Leib. Und jetzt wand sie sich mit einem Mal in einem Feuermeer, das sie verzehrte. Gnade, Erbarmen! Allein der Brand der Erkenntnis überheulte alle früheren Begriffe. Zu Hilfe! Die Welt war eingebrochen. Das Erdrund taumelte und schüttelte alles Lebende durcheinander. Der Heiland des Schmerzes von seinem Holz gezerrt, und an seiner Stelle lachte ein Unbändiger, voll Grausamkeit, Kraft und Willensstärke. Schwarz war weiß, Verbrechen Tugend, Sitte Torheit, Entsagung Wahnsinn. Sieh da, sieh dort! Eine unwiderstehliche Faust packte das fliehende Glück, das sonst niemand halten konnte, und knechtete es seinen Anhängern. Allen! Auch dir! Auch dir! Das Glück! Sie wollte schreien, aber sie fühlte, wie sie in unsichtbaren Armen verging. Alle Glieder spannte sie zu Kampf und Widerstand. Sie biss, sie wirkte, aber in der Unterjochung sank sie hin, erlöst von aller Erdenschwere, eine Freie im Angesicht der Natur. Als sie erwachte, war der Rausch verflogen. Sie fand sich wieder, wie sie tränenlos auf ihrem Lager hockte, um mit ausgehöhlten, erfrorenen Augen zu beobachten, wie sich die Blätter des Ahrenbaumes vor ihrem Fenster in Morgenröte kleideten. Drinnen, in der kleinen Kemenate, webten noch die unerwärmten Schatten, und jedes der spärlichen Gerätschaften schien zu frösteln, zu zittern und zu schaudern. Stumpf, teilnahmslos warf sich das blonde Weib die gewohnten Hüllen über, und je bekanntere Dinge sie ergriff, ein desto trüberes Erstaunen beschlich sie, dass sie sich bewege oder warum überhaupt noch Leben in ihr walte. Unbegreiflich, gar nicht messbar, sie war doch gemordet, ihr Name verschwunden von der Tafel, wo die Reinen und Ehrbaren verzeichnet standen. Eine unbarmherzige Räuberfaust hatte die Züge fortgewischt, aus keinem anderen Grunde, als weil sie eben seine Beute geworden. Sie, ihre Diener, ihr Hab und Gut, ihr Heim und alles, was sie früher geliebt hatte. Eine kurze, ungestüme Lust hatte genügt, um aus einer Aufrechten eine geduckte, Verworfene zu formen, beladen mit unaustilgbarer Schande und nur noch dazu bestimmt, vor ihrem eigenen Ekel in ein geräuschloses Ende zu flüchten. Das war das wirkliche Dasein, so verkündete es sich. Ein Tier wurde von dem anderen gefressen, ohne Güte noch Gnade, und alles, was darüber hinaus geredet wurde, von umfassender Bruderliebe unter den wilden Geschöpfen, großer Gott, es war nichts als Staub, Wind und schwärmender Wahn. Ein Tier wurde von dem anderen gefressen. Hilfe, Hilfe! An welch lächerliche Narreteien hatte sie denn früher geglaubt? In der unermesslichen Angst, dass ihr bald auch noch das Letzte, der klare Verstand geraubt werden müsste, griff sich die nun Aufgerichtete an beide Schläfen. Ihre auseinanderspringenden Gedanken wollten sich an irgendetwas klammern, an ein lebendes Wesen, das ihren Sturz begriffe, an ein Herz, von dem sich liebevoll scheiden lasse. Sie musste doch irgendwo festhaften. Oder war sie schon immer wie ein dürres Blatt durchs Leere gewirbelt? Aber wohin ihre Verzweiflung auch jagte, immer fand sie sich allein vor dem großen braunen Kreuz wieder, um das ihre Rechte sich krampfte, weil ihre Knie vor Schwäche zitterten. Das Kreuz, das Kreuz! Eine fürchterliche Pause des Wartens entstand. Fordernd, dringend tasteten ihre erweiterten Augen an dem toten Holze hin und her, und je mehr Zeit ergebnislos verstrich, desto verächtlicher begannen ihre getäuschten Lippen zu zucken. Dort oben regte sich nichts. Derjenige, der ihr früher an dem Querholz oft in verzückten Stunden erschienen war, dem sie sich geweiht und dessen Güte sie sich bald ganz ergeben wollte, er hatte tatenlos, schwächlich zugeschaut, wie Leib und Seele seiner Jüngerin zu seinen Füßen verheert und besudelt wurden, von einem anderen, der gleichfalls zu den Armen und Beladenen herniederzusteigen meinte, nur, dass er seinen Weg mit Blut begoss und dass der Pesthauch aller verdammten Laster ihn umwölkte. Wie gestoßen fuhr die Gehetzte herum, grub ihre Blicke ungläubig in das zerwühlte Lager und strich dann ruhelos an den Wänden herum, gleich einem Tier, das einen Ausweg aus unübersteiglichen Mauern sucht. Und sie fahndete auch nach etwas. Der giftige Atem der Nacht musste sie benebelt haben, denn sie suchte fieberhaft rastlos nach einer Erklärung für ihren grausigen Niederbruch, nach einer Auflösung des Rätsels, warum ihr Körper den geistigen Tod auch nur um eine Sekunde überdauert habe. Vielleicht hatte der große, schöne, gewalttätige Mann ihre Seele mit Zärtlichkeit umstrickt, vielleicht ihr Gemüt dürstend, überredend zu seinem Werk herübergelockt, das wie eine blutrote Erdensonne hinter ihm stand. Nichts, nichts, alles Ausrede und Wahn, ihre Ehrlichkeit gestand sich etwas anderes. Über ihr hatte sich ein Gewitter ausgetobt, in dessen kalte Blitze sie offenen Auges, betäubt, entgeistert, demütig und duldend hineingeschaut. Und jetzt war die Wetterwolke vorübergezogen und hatte gleichgültig die geknickte Flur hinterlassen. Prüfen fuhr Linda an ihren Gliedern herab und jetzt erlangte sie endlich die ersehnte Gewißheit. Alles tot, gebrochen, leblos. Ihr blieb nur noch übrig, den Leichnam einzusagen. Das war ihr Ziel, ihr letztes. Es stimmte im Grunde mit ihren Kindheitswünschen zusammen, die von je nach Aufhören und Verstummen gelangt hatten. Mit fliegender Hand warf sie noch ihr zerdrücktes Gewand über und schlich auf den morgengrauenden Gang hinaus. Nicht einmal Zeit hatte sie sich genommen, die Lederschuhe anzulegen. Doch ihr abgeirrtes Bewusstsein empfand die Kälte der Steinfließen nicht mehr. Mit stützender Hand hielt sie sich an den Wänden und so schwankte sie ein paar der gewundenen Treppen hinab. Überall offene Türen, sonst Stille und Lautlosigkeit. Einmal stutzte sie. Von fern konnte sie in den großen Saal hinein lugen, in dem sich gestern Abend das wüste Zechgelage abgespielt. Und eine flüchtige Sekunde klammerte sich eine jähe Hoffnung an ihr fest, ob der Abt, der mildherzige, verzeihende Christenlehrer, vielleicht noch zwischen jenen Mauern ihrer Harre. Gleich darauf reilig zog sie schuldbewusst zusammen, und wenn der weite Raum auch nicht so menschenleer und unrastig gegähnt hätte, die abgründige Scham würde sie gerade vor dem Angesicht des Priesters in besinnungsloser Flucht vorbeigetrieben haben. Nein, nein, nur keinem Genossen, das gestern mehr in die Augen schauen müssen, nur schnell und unbemerkt irgendwo den Sprung in die fegenden Höllenflammen wagen, damit die Lohe vielleicht die grässliche Unsauberkeit läutern könnte. Selbst jetzt, wo ihr Erdenweilen kaum noch nach Augenblicken zu bemessen war, da presste ihr die Scham, eine ganz unausdenkbare, umwühlende Scham, beide Hände vor das Antlitz, und ein winselndes Stöhnen entrang sich ihrer Brust. O, nur dieser überwältigenden, giftigen Verachtungen fliehen, die wie ein Regen überall auf sie niederfiel, nur schnell diesem letzten heilsamen Entschluß zustreben, bevor das unschuldige Licht des Tages den für die befleckte so wohltätigen Dämmer zerstreute. Weiter, weiter, die Treppen liefen an ihr vorüber, die Hoftür war nur angelehnt, und als sie sich über den Wirtschaftsplatz drückte, da drängte es sich ihr auf, dass auch hier alles Leben erstorben sei. Nirgends mehr ein Stück Vieh, weder im Stall noch an der Tränke ein Knecht. Öde und ungenutzt lag das alte Gemäuer, und nur der Wind knarrte ab und zu mit den offenen Türen. Allein gerade jene gespenstische Verlassenheit nötigte dem Schatten, der hier vorüberstrich, ein mattes Wohlgefallen ab. Kein Auge, das sie in ihrer früheren Reinheit gekannt, dürfte sich fragend an sie heften. Ungestört ließ man das namenlose, geschändete Geschöpf seines Weges ziehen. Er führte sie nicht mehr weit. An der hinteren Umwallung waren in schrägem Anstieg ein paar Stufen in die Mauer gehauen. Sonst hatte die verwöhnte Herrin niemals diesen Katzentritt benutzt. Nun kroch sie bedenkenlos hinauf und beachtete es nicht einmal, dass ihr das Mörtelwerk die nackten Füße zerschnitt. Keuchend, schwankend langte sie auf der Mauerkrönung an. Und sofort fuhr der Seewind in ihr Gewand und stäubte es auseinander. Ein letzter, vor Vernichtungstrieb bereits trüber Blick belehrte sie, dass sie an der rechten Stelle angelangt sei. Unter ihr zog der Burggraben seinen grünen, fauligen Linsenteppich. Bleierner Dunst brach aus ihm im Po und spielte mit den Schatten, die eine Reihe uralter Kastanienbäume vom jenseitigen Bord über den starren Tümpel warf. Heiseres Froschgequake klapperte aus dem Nebel und manchmal huschte es im Sprung über die Fläche und die grünen Kugeln strudelten dann im engen Kreis auseinander. Ja, sicherlich, hier öffnete sich das abschüssige Tor. Hier konnte ein Wanderer eingehen, der für Vergessenheit und spurlose Entrückung, das letzte, äußerste zu zahlen bereit war. Linda griff nach einem Tollkirschenzweig, der in dem Geröll wurzelte, und während ihre Füße bereits den Halt lösten, da summte ihr noch wohltätig die Erinnerung durch die Sinne, da schon zur Zeit der Fäden gepanzerte Reiter mit Ross und Speer dort unten von smaragdgrünen Armen ins Bodenlose gezogen worden seien. Es mußte ein langes, traumhaftes Sinken werden, und dann würde es sein, als ob eine ungeheure Faust glätternd über eine Unebenheit dahingestrichen wäre. Schon strauchelte sie, schon spannte sich die Tollkirschen Gerte zum Zerreißen, aber es war anders über sie beschlossen. Kein erschreckter Menschenschrei störte sie, kein schützender Männerarm fing sie auf. Nein, es war nur das Leben selbst in seiner überredenden Stärke, das auf sie zuschritt, um die Betroffene ein paar Spannen weiter als bisher in seine schimmernde Vielgestaltigkeit blicken zu lassen. Das Rad, das so lange einförmig gelaufen war und nun stockte, es empfing plötzlich einen unbegreiflichen Antrieb nach der entgegengesetzten Richtung. Hinter den Kastanienbäumen brauste ein Windstoß, ein langes Summen wühlte sich über das Meer und dieser seltsame Ruf schleppte die Aufmerksamkeit der Verlorenen gebieterisch und zwangsweise mit sich. Sieh dort, welch ein Bild! Auf der Seehöhe, abgehoben von dem blauen Strich der aus milchigen Schwaden auftauchenden schwedischen Küste, schwoll der dunkle Leib eines Schiffes. Gewaltig, von nie geschauten Formen lag es in dem blauschwarzen Teppich, widerstand sogar dem leisen Schaukeln der Fläche und stieß zwei riesenhafte Masten in den matten Silberhimmel. Und jetzt wehten nicht auch von der diesseitigen Küste undeutliche Stimmen herauf? In den feuchten Sand hatte sich eine Snüke, ein großes, weit gebuchtetes Boot, eingebohrt und Linda, die sich noch immer in ihren Zweig klammerte, fing auf, wie dort von winzigen schwarzen Gestalten allerlei Vorrat über die Planken verladen wurde. Oh, jetzt wusste sie es, dies Besitztum dort unten war ihr eigenes Gut, das vergewaltigt wurde, ebenso wie es ihr selbst geschehen, und auf dem Schiff dort hinten thronte ihr Vernichter und spann seine umwälzenden Pläne. Willenlos ließ sie die Gärte fahren, strich sich die Haare aus der Stirn und lehnte sich mit einem tiefen Aufatmen zurück, als wenn sie auf unbegreifliche Weise einen Arm gefunden hätte, der ihr eine Stütze gewähren müsse. Was war ihr denn nur in diesem flüchtigen Augenblick widerfahren? Welch seltsame, überlegene Ruhe strömte in sie über? Woher plötzlich diese Wandlung, die ein und dasselbe Wesen so völlig teilte, dass das jetzt das vorher nicht mehr begriff? Unwillkürlich beugte Linda sich herab, um angestrengt zu spähen, ob dort unter ihr nicht doch etwas verschlungen worden sei, was sie kurz vorher noch im Übermaß seelischer Zerrüttung vor dem Morgen verstecken wollte. Jetzt stieg der rote Triumphzug herauf, schlug breite Brücken über das Meer bis zu dem fernen Schiff, und aus dem Wind rauschte eine aufreizende Stimme. Die sprach, »Was stehst du und fürchtest dich? Wandle über mich fort, denn dort ist ein Weg.« Entschlossen richtete sich die Verlassene empor, mit einer Entschiedenheit, die ihr früher niemals eigen gewesen, und sah erstaunt, fast gierig, in den sich weitenden und breitenden Tag. Trotz der roten Verklärung zeichneten sich Nähe und Ferne in glasheller Klarheit ab. Die blau- und rotgeschichteten Linien des Horizontes, die schwarze Wölbung des Schiffes, das steile Ragen seiner Masten, das kürze Schwellen der schaumlosen Wogen, das Erschauern der Fläche unter dem Wind, das schräge Schießen einer Möwenschau. Alles erfüllte sich mit Licht und Wahrheit. Es verkündete sich so wirklich und voll Absicht, dass die Zeugen jener Dinge bestürzt und beinahe hungrig diese klare, fernsichtige, hüllenlose Welt an sich zog. So hatte sie es nie geschaut. Das, was sie gewesen, war zertreten. Ob jene Vernichtung berechtigt, schlimm oder gut schien, darüber grübelte sie nicht länger. Was lag wohl daran, ob ein einzelner in dieser kämpfenden Welt rein oder besudelt einherging? Ob er heute Fürstenschmuck oder morgen Lumpen trug? Und ob derjenige, der dies alles gewollt und verschuldet, als ein elender, verstoßener Gebrandmarkt oder als sieghafter Empörer dafür gefeiert wurde? Was lag an diesem oder jenem, mochte er noch so fürchterlich wüten? Aber, und die Erkenntnis einer neuen, sie völlig überwältigenden Offenbarung, leuchtete in die fernsten Winkel ihrer wie von Spinnenweben sich befreienden Seele. Hilf Himmel! Dort hinten das gewaltige Schiff führte ja eine köstliche, noch nie an die Welt verschenkte Ladung. Linda musste sich wieder an das Tollkirschengestrüb lehnen, denn ihr Herz klopfte zum zerspringen und ein sehnsüchtiges Verlangen überglänzte ihr totenblasses, vernichtetes Antlitz. Wie war denn das? Das Schiff schwamm ja nicht allein auf den Wassern. Es durchsegelte die Luft und fuhr durch Städte, Dörfer und Geister, weil es von dem Herzblut der Armen und Verlassenen getragen wurde. Es war eine Erlöserbarke und verschloss den Gedanken eines Menschengottes, gewoben aus Mitleid und Kraft. Hilf Himmel! Die Erde musste bald auftauchen aus der Sintflut ewigen Jammers, der Unsegen und die Ungerechtigkeit vertrieben werden. Aus hasserfüllten und Mordgierigen sollten die sanften Triebe wieder aufblühen, die der Ewige im Anfang in sie gepflanzt, und um alles Lebende sich ein weiches, goldglitzerndes Bandschlingen das Herz an Herzen schloss. Wer es auch verkündete, der Wille war überirdisch. Er blendete ihr die Augen. Diesem Gedanken war sie geopfert worden, als die Angehörige einer Versippung, die ihn nicht mehr fassen konnte. Doch deshalb gehörte sie auch jenem Gedanken. Es war das einzige Besitztum, das ihr geblieben, und darum durfte sie nicht untergehen, bevor sie nicht einen Strahl der Erfüllung aufgefangen. Hilf Himmel! Sie war hingemordet und neu geboren, geschändet und gleichzeitig getauft in dem lodernden Geist, der dort draußen über die Wasser glühte. Und mit einem trunkenen Schrei löste sie sich von der Mauer und taumelte über die Stufen in den Burghof zurück. Das Eigentum einer Fremden, sie unter jochernden Gewalt. In dem leeren Kastell wurden Türen auf und zugeschlagen. Eine fieberische Hand suchte, riss an sich und fand, und eine kurze Weile später sahen die Männer an dem Boot, da man es gerade tiefer in die Flut hinabdrückte, wie sich ihnen ein junger, schlanker Bursche in der schwarzen Dänentracht näherte. Guck, zeigte der Wurzmann Wolf Wulflahm und schob seinen schweißigen Stirnacken vor. Da kommt einer, ist nicht ausgekniffen, was mag das Kindlein wollen? Auch die anderen Matrosen hielten breitbeinig in ihrer Arbeit inne, stemmten die Fäuste in die Seiten und wunderten sich, woher wohl der blasse blonde Pfand den Mut aufgebracht, sich so zutraulich ihrer Rotte zu überliefern, die mit Spähern und Kundschaftern nicht gerade viel Federlesens zu machen pflegte. Potzmarter witterten ein paar der ausgepichten Spürnasen. Guckt, die Hüften und das Bein wagt, gebt Achtung, da stimmt was nicht. Und da meckerte auch schon der Bootsmann aus vollem Halse, knifft die Augen zusammen und legte seinen schweren Arm prüfend um die Schulter des Ankömmlings. Bist ein Burschlein Feintrauter, schmunzelte er, oder ein Jüngferlein? Sag mir es ins Ohr, was willst du? Der Bursche wurde noch um einen Grad bleicher, aber er nahm sich zusammen und zwang seine sanfte Stimme zur Festigkeit, als er erwiderte, wenn du ein Mensch bist, so leite mich zu deinem Herrn, ich will bei euch bleiben und mit euch ziehen. Viel Ehre führte eine spaßhafte Verneigung, dann zwinkerte er noch unverschämter mit seinen verschwollenen Augen, winkte jedoch mit beiden Fäusten seine höhnenden Gefährten zur Ruhe. Halt Maulgesindel, siehst du nicht, dass ein fürnehmer Junker sich zu uns herabläßt? Eier, welch feines Tuch und welch ein geschorenes Krägelchen! Er leckte sich die wulstigen Lippen und schlürfte vor Wonne. Potwelten und wie gerade und voll sich die hübschen Beine runden! Traun, wer möchte sich nicht solch einen holden Schatz zum Freund wünschen? Spürend, tapsig, ließ er die Hand an der Weiche des jungen Dänen herabgleiten und begriff es wohl selbst kaum, wieso ihn ein verzweifelter Stoß dieser kleinen, kraftlosen jungen Hand so überraschend zurückschleuderte. Aber während der Ungeschickte unter dem schadenfrohen Gewirr seiner Gesellen bis an den Bordrand stolperte, wo er endlich einen Halt fand, wirkte der Versteinerte Ernst in den Zügen des Knaben doch so wunderlich auf den Seemann ein, dass er mürrisch von seinen unangebrachten Scherzen abließ. Weißt du auch Milchbart, brummte er warnend, wobei sein Blick noch einmal die weichen Formen des Fremden betastete. Was geschieht, wenn du keine Gnade bei uns findest? Dann wirst du kopfüber ins Meer gestürzt, denn nur die Stummen halten reinen Mund. Das schreckt mich nicht, entgegnete der Däne mit einer seltsamen bangen Stimme. Ich habe keinen Namen, keine Heimat und keine Ehre. Der Bootsmann fuhr auf, um ihn herum waren die Leute still geworden. Steig ein, mummelte er nachdenklich. Dann gehörst du vielleicht zu uns. Solchen Burschen haben wir schon geholfen. Hilfreich bot er dem Knaben die Hand. Wenige Augenblicke später knirschte das Boot in die Fluten hinaus. Hinter seinem Kiel schrumpfte die menschenleere Küste. Und nur das ausgeplünderte Kastell hob sich schärfer über die Gegend, als wenn es aus seiner Starrheit erwache, um ein rächendes Leben zu gewinnen. Unter dem mächtigen Kriegsaufbau am Heck stiegen sie eine breite Treppe hinunter. Dann hob sich ihnen eine eisenbeschlagene Tür entgegen, und davor stand ein wärtiger Matrose, den Spieß aufgerichtet, die linke auf ein kürzes Schwert gestützt. Er hielt die Wacht. Lass das Burschlein ein, Thilo, vermittelte der Bootsmann, der hier zögerte. Mich dünkt, Klaus kennt es schon, wollte er zweideutig hinzusetzen, aber von einem dieser erdenfernen, unglücklichen Blicke getroffen, verbesserte er sich und polterte ungeduldig heraus. Lass es ein, es wird Klaus Spaß machen. Geh, Burschlein. Vorsichtig öffnete er die Flügel nach innen. Der Tag schwand zurück und eine bläuliche Dämmerung empfing die Eintretende in dem tiefen langgestreckten Raum. Beruhigtes, sattes Morgenlicht floß durch zwei kreisrunde Löcher, deren Bretterverschläge zurückgezogen waren, und die blaue Abspiegelung der See verlieh dem Teppich belegten, fürstlich geschmückten Saal etwas Kühles und Fröstelndes. Aber es war nicht diese Wahrnehmung allein, die dem blonden Weibe in Knabentracht, das doch von ihrem Dämon unerbittlich hergetrieben worden war, das Herz erstarren ließ. Nein, als es nicht weit von sich, dicht unter der einen Fensteröffnung, einen überlebensgroßen Mann auf dem Mann auf seinem Ruhebett lagern sah, den Frevler, der es hartherzig zertrümmert hatte, da bäumte sich sein besudeltes Magdtum in seiner ganzen Qual und Zerrissenheit auf. Leichenblässe bedeckte es, und wie ein schwerer Stein brach es in die Knie, um starr und sprachlos liegen zu bleiben. Im selben Augenblick wurde jedoch auch der Ruhende durch den dumpfen Fall aufgeschreckt. Unwillig über die Störung wandte er seine Aufmerksamkeit von einer in rohen Strichen gezeichnete Seekarte ab, die ihm gegenüber an der Wand angebracht war. Aber kaum hatte er sich halb emporgerichtet, da krampfte er in jähem Erkennen eines der Kissen zusammen, und eine hitzige Welle spritzte ihm ins Antlitz. Das Bild des knienden Wesens offenbarte sich ihm so überraschend und unglaubwürdig. Es warf ihm seinen eigenen Frevel so wild ins Antlitz, dass er zuvörderst seine herrische Sicherheit einbüßte und ein widerspruchsvoller Grimm gegen die Mahnerin seine Brauen zusammenschnürte. Was willst du? drohte er in erstickt am Zorn. Wer ließ dich ein? Keine Güte verkündete sich in den heftig hervorgestoßenen Worten. Nicht ein Schatten von Reue. Nur der verletzte Übermut eines jede Verantwortung Verschmähenden tobte sich ihr aus. Aber gerade diese helle, schneidende Stimme riß Linda aus ihrer demütigen Stellung empor. Wie ein Pfeil fuhr es ihr durch den Sinn, dass der Mann auf dem Lager ein bedenkenloser Übeltäter sei, dass er nichts heiliges an sich trage, als seinen fremdartigen, erlösenden, umwälzenden Gedanken, und dass auch dieser nur durch ein unerklärliches Wunder gerade in seine kalte, spiegelglatte Schale verschwendet sei, und fieberisch getrieben, sich wenigstens das Letzte zu rettern, was ihr noch von Hoffnung Himmel und Jenseits übrig geblieben, sich nicht ausschließen zu lassen von jener Gnadenfreistadt, die hier allen armen Seelen gepredigt wurde, erhob sie sich und trat dem gefürchteten stockenden Schrittes entgegen. Ihre blauen Augen drängten sich suchend, flehend, jeden Widerspruch von vorne herein fortstreichelnd in die Seinen. Du hast mir alles genommen, Klaus störte Becker, selbst wo ich mich verbergen kann, sagte sie mit einem unausweichlichen, bebenden Ernst, von dem sogar ihr Zuhörer gewendigt wurde. Du hast mich getötet, obwohl ich dir nichts Übles sann, da ich dich zuvor kaum zweimal geschaut. Aber sie, das, was besser ist als du, dein Werk, diese letzte Zuflucht der gemißhandelten und niedergebrochenen, sie kannst du auch mir nicht verschließen. Der Heiland spricht nicht mehr zu mir, aber in deiner Hand leuchtet ein Licht, das mich beseligt. Lass mich dir dienen, Klaus Hände in letzter Angst nach einem schwankenden Lichtstrahl, als ob er zwischen ihren Fingern zu einem rettenden Seil werden könnte. Der Mann jedoch, ihr Verderber und Zerstörer, von dem ihre hingenommenen, betäubten Augen meinten, dass ihm das weisende Licht in der rechten flackere, er sprang finster auf, und während er ungehalten das Haupt schüttelte, da stritten sich in ihm niederdrückende Verlegenheit, mit der peinlichen Abneigung, seinem lebendig gewordenen Frevel, Rede und Antwort stehen zu müssen. Dergleichen war der selbstherrliche Genießer nicht gewohnt. Alle Weiber waren doch nur dazu geschaffen, damit sie auf weichen Kissen der darbenden Lust Genüge täten. Was verschlug es, ob sie unter geschwungenen Weihrauchfässern hingenommen wurden, im Taumel des Weines oder einer überraschenden Siegerlaune? Nein, nein, den unbequemen Vorwurf wollte er nicht an seiner Seite dulden. Weib klang es scharf und hitzig von seinen Lippen. Du träumst. Das Freibeuterschiff ist kein Platz für Frauentränen. Hier fließt Blut. Nicht zum Scherz nennen wir uns aller Welt Feind. Allein Linda senkte nicht ihren ernsten Blick. Ich weiß, entgegnete sie ohne zaudern. Du bist ein Feind der verdorbenen Welt. Jedoch, Klaus, störte Becker, auch ich habe meine alte Welt abgestreift, und du darfst es mir glauben, ich will nicht ruhen noch rasten, bis ich, gleich euch Männern, nur noch das Flammenzeichen vor mir schaue, auf das ihr zufahrt. Weib, Weib, unterbrach hier der Admiral mahnend und ungläubig, und doch geschah es nur, um zu verbergen, wie sehr er von der sehnsüchtigen Hingabe dieses fremden Geschöpfes getroffen wurde. Unruhig durchmaß er den weiteren Raum, bis er plötzlich hart vor dem dänischen Knaben stehen blieb. In seinem schmalen Antlitz zog er jene wilde Entschlossenheit, die stets seine Züge spannte, wenn es zu Streit und Kampf ging. Weib, drohte er, sonder Rücksicht noch Scham. Was verstecken wir uns voreinander? Dir ist übel von mir mitgespielt worden, und ich weiß nicht einmal, was mich dazu trieb, ob nur der Weindunst oder die Freude daran, deiner Patronin einen Streich zu versetzen. Aber jetzt täusche dich nicht. In mir gibt es keine Bereitwilligkeit, das Begangene wieder gut zu machen. Totenblas warf der Knabe die Hand vor. Allein seine Finger wurden von dem Seemann ergriffen und beiseite gepresst. Mein Leben wird kurz sein, hastete er weiter, und ich will es mir nicht durch deinesgleichen mindern lassen. Zahlreich schlüpft ihr durch meine Hände. Was seid ihr mir? Aufgebracht, erzürnt, stand der Hochgewachsene vor ihr, als sei er es, der grimme und berechtigte Vorwürfe über die Zudringliche ausschütten dürfe, weil eine Fremde sich unterfinge, sein Dasein zu beladen oder dem Ungebundenen eine Richtung weisen zu wollen. Dazu hielt er noch immer die Hand des Knaben in der Seinen und umspannte sie, dass die Blonde einen leisen Wehruf nicht unterdrücken konnte. Und doch die verletzende Offenheit des wilden Menschen, die das klägliche Schicksal einer Vernichteten erst in seiner ganzen kargen Armut enthüllte, gerade diese schonungslose Rohheit, sie ließ die Edelingstochter einen Rest ihres alten, angeborenen Stolzes wiederfinden, das Bewusstsein ihrer geraden, rechtlichen Art. »Was sprichst du von anderen Weibern?« beharrte sie fest. »Begreifst du nicht, dass du mich für immer hinweggelöscht hast?« »Sei gewiss, niemals werde ich dich an mein Wesen erinnern, aber auch nicht dulden, wenn es im Gedächtnis anderer wieder auflebt.« »Zudem in der Stunde der Gefahr bietet das weite Meer ringsum für jeden Mutigen eine Freistaat.« Ruhig entzog sie dem Admiral ihre Hand, und lüftete die Kappe von ihrem Haupt. Und jetzt bemerkte der Erstaunte erst, wie ihre Haare kurz abgeschnitten waren, gleich denen eines Knaben. Kopfschüttelnd, mit einem halben Lächeln über die Zähigkeit ihres Willens, trat der Störtebäcker zurück. Sein Gast aber sprach mit unvermindertem Nachdruck weiter. »Darum, noch einmal, Klaus Störtebäcker, dulde mich, denn mir ist es, als ob mein Leben erst enden könnte, nachdem ich das Glück der vielen Tausende geschaut habe, um deren Willen du geboren bist.« Es lag ein solcher fernseherischer Glaube in dieser Bitte, dass er jedem anderen an die Seele gerührt hätte. Klaus Störtebäcker indessen begann plötzlich zu lachen, streckte sich auf das Lager und indem er bequem das Haupt aufstützte, warf er hin. »Sage mir, wie heißt du, Büblein?« Obwohl sie alle Kraft aufbot, errötete doch die Gefragte. »Linda«, entgegnete sie, an sich herabschauend. »Gut«, lobte der Admiral und betrachtete neugierig die ranke Gestalt. »So will ich dich Licinius taufen.« Und auf ihren verständnislosen Ausdruck setzte er angeregt hinzu. »Merke dir, dein neuer Schutzpatron war im alten Rom einer von jenen, denen weder Suppe noch Braten schmecken wollte, solange die Hungrigen in ihren Pesthöhlen verfaulte Tiberfische fressen mußten. In dir sitzt von dem Mann etwas, das ich gern habe. Und nun suche dir ein Loch zur Behausung. Was schiert es mich? Es waren schon viele Weiber auf dem Schiff. Du magst bleiben, solange deine Grille zirpt oder es dir sonst Spaß bereitet. Geh, Licinius! Drittes Buch Erstes Kapitel von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Klaus Störtebecker von Georg Engel Drittes Buch Kapitel 1 Von ihrem roten Gefieder getragen glitt die Agile durch Tag und Nacht. Geschmeidig, zuverlässig, wie ein nimmermüder Läufer rannte das Schiff über die blaue Ebene und sein Erbauer musste einen eigenen Zauber in den Kiel gesenkt haben, denn es war befähigt, durch eine unscheinbare Schwenkung mühelos den Zusammenrottungen größerer Flotteneinheiten zu entgehen, wie sie sich jetzt auffällig oft auf der Ostersee zu zeigen begannen. Über die Wasser musste bereits das Gerücht von der Untat auf Ingaldist schwirren. Mehrfach am Tage wurde die Kogge von allerlei Schiffsgemeinschaften angerufen. Dann bemerkte Linda, die in ihrer schwarzen Knabengewandung hinter dem hohen Bord lehnte, um in das ihr unbekannte Fluten und Schwellen des Seeverkehrs zu starren, wie unter die Freibeute eine wilde Bewegung geriet. Dunkle Haufen rotteten sich auf den Kriegsaufbauten über dem Bug oder hinten über Steuerbord zusammen, verborgen spannten sich die Armbrüste, die Geschützbedienungen traten unten im Raum hinter die drei Lederschlangen und während unheimliche Ruhe herrschte, kletterte gewöhnlich der Bootsmann Wulf-Wulf-Lahm in den Mannsruhen Mastkorb, um von dort faustdicke Lügen auf die Wispgierigen hinabzuschleudern. Bald nannte er sein Schiff Roi de France, bald die Perle von Brügge und die Flaggen, die er aus Leibeskräften schwenkte, nahmen ebenso fantastische Farben an wie seine Auskünfte über Ziel und Ladung des Seglers. Rückten darauf die fremden Schiffer misstrauisch und unbefriedigt näher, dann fing mit einem Mal die Erfindung des Störtebäckers anzuspielen. Eine Hebevorrichtung trug die Lederschlangen mitsamt den Bombardieren auf den Aufbau über den Bug und der Donnergruß aus den drei Mäulern vertrieb den Neugierigen weitere Fragen. Um Linda herum aber gelte der höhnische Triumph der Freibeuter. Bei solcherlei unbedeutenden Scharmützeln pflegte sich der Admiral fast niemals zu zeigen. So oft der Blick des Knaben ihn suchte, immer mußte er sich überzeugen, daß der Befehlshaber den Seinen unsichtbar das stolze Fahrzeug lenkte. Fremd und hochmütig vermied er die Gemeinschaft mit dem Seevolk und Linda entdeckte, daß dieser Schwarzflaggenfürst einen Wall um sich gezogen hatte, über den keiner seiner Untergebenen hinüberzuschauen wagte. Dafür raunten sie sich über ihn allerlei geheimnisvolle Geschichten ins Ohr, der Aberglaube des Schiffers spannte bereits bunte Fäden um den Lebenden. Daß er eine Hexensalbe besitze, die ihn schußsicher mache, das brauchte nicht einmal eine halbwüchsige Schiffsjunge zu versichern. Viele hatten sie selbst gesehen, beim Mondenwechsel bestrich sich der Herr mit ihr den nackten Leib, und dann wurde er wieder jung und schön. Der scharfe Zug um seinen herrischen Mund verschwand und in sein Lachen vor jener silberne Klang, der die Herzen betörte. Ferner, ihr wisst es wohl, sieben Höhlen eignen ihm in allerherren Länder, von unten bis oben vollgestopft mit den herrlichsten Kostbarkeiten. Er ist der reichste Mann der Erde, hat er doch einmal gewettet, er könne die Ostersee durch eine goldene Kette in zwei gleiche Teile schneiden. Aber was bedeuten solche Nebendinge? Die Hauptsache bleibt, der wilde Klaus steht in Beziehung zur Geisterwelt. Er hat einen Pakt und das ist gut für die Schwarzflaggen, darauf bauen sie. Ein graues Männchen, ein Rauch, fährt mehrmals zu Klaus herab. Dann verschließt sich der Admiral einen Tag und eine Nacht in seine Kajüte. Selbst der wachhabende Matrose muß abziehen und mit Grauen hört man zuweilen auf dem Vordeck, wie der Störtebäcker stöhnt und ächzt, weil er mit dem Kobold ringt, um ihm die Zukunft zu entlocken. Er scheint der Anführer am nächsten Morgen wieder auf Deck, so sieht er totenblass aus, die schwarzen Augen stehen ihm wie zwei glanzlose Brunnen, denn in ihnen hat sich die Zukunft gespiegelt und sie können sich an das Licht der Erde nicht so schnell gewöhnen. Angstvoll stiebt in solcher Stunde das Schiffsvolk vor dem gezeichneten auseinander. Ein weiter Umkreis bildet sich um ihn und wen er anruft, der zittert und bekreuzigt sich heimlich. Nur das Hechtkreuz, das man auf der bloßen Brust trägt, schützt vor dem leeren, erfrorenen Blick. Wer kann aber auch wissen, mit wem der Geisterbanner die Nacht verbrachte? Es braucht durchaus kein ehrlicher Christenalp zu sein, vielleicht war es der Teufel, Odin, der ja gleichfalls um die Zukunft weiß und noch lange nicht tot ist. Brand und Not, das Christentum gilt nicht immer. Es traf sich, dass sich der forschende Blick Lindas in solcher Stunde der Einsamkeit mit dem des Anführers verfing. Aufgerichtet lehnte der störte Bäcker am Hauptmast, flatternd wehten ihm die braunen Haare um die Stirn, aber während seine sonst so blitzenden Augen wie geblendet mit der Weite stritten, da dämmerte eine derartige Blässe auf seinen Wangen, dass das Mädchen, von einem plötzlichen Mitleid erfasst, auf ihn zutrat. Sie wagte, was noch keiner sich unterfangen. »Bist du krank?« fragte sie hastig. Es war das erste Wort, dass sie nach jenem Zusammentreffen in der Kajüte mit ihm gewechselt. Allein ihre Barmherzigkeit fand keine günstige Stätte. Wie von einem Stich getroffen fuhr der Admiral empor, und ein abgeneigter, widerwilliger Zug grub sich um seinen Mund, da er sie kaltherzig von sich wies. »Torheit!« herrschte er sie an. »Um was kümmerst du dich? Wir brauchen hier keine Quacksalber. Scher dich an deine Stricknadeln.« Dazu streifte sie ein Blick voller Fremdheit und Geringschätzung, der ihr bewies, wie überflüssig ihre Gegenwart von dem Befehlsaber noch immer gewertet wurde. Eine Last, ein Vorwurf blieb sie ihm, deren erzwungene Duldung er sich wohl selbst nicht verzieh. Und doch, weil die Scene, wie der Knabe allmählich auch seitens der Mannschaft genannt wurde, von dem schmunzelnden Schiffsvolk dazu aus ersehen, für die persönlichen Bedürfnisse des Admirals zu sorgen. Ohne, dass es der störte Bäcker sonderlich bemerkte, wurde sein fürstlicher Hausrat von ihrem gefälligen Geschmack in Ordnung gehalten. Ja, gleich einem Edelknaben trug sie dem Gebieter täglich sein Mahl auf. Dafür lohnte ihr wohl manchmal ein lästiger Wink, doch duldete Klaus ihre Gesellschaft nie länger, als ihr Dienst unbedingt erforderte. Schweigend, gestört, sah er den schlanken Knaben bei sich eintreten, und es geschah fast immer, dass er ihm mitten im Werk ein ungeduldiges Zeichen gab, sich zurückzuziehen. So flog die Agile, von dem Willen ihres verborgenen Lenkers angetrieben, ihrem Ziel entgegen, und schon begann die Mannschaft zu munkeln, dass der Admiral die Stadt Visby auf Gotland zum Ankerplatz bestimmt habe, jenes ehemalige weltbekannte Handels-Emporium, das die Freibeuter seit geraumer Zeit durch einen Handstreich in ihre Gewalt gebracht. Dort, so versicherten einige besonders Kundige, sollte sich etwas ganz Ungewöhnliches ereignen. Doch worin diese Überraschung bestehen konnte, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Vielleicht handelte es sich um erneute Feindseligkeiten gegen die Flotte der Königin. Vielleicht winkte der unglücklichen Stadt abermalige Brandschatzung, denn der Admiral besaß keinen Vertrauten für seine Pläne. Allein bevor das Schiff noch seinen Anker im sicheren Hafen barg, da sollte Linda begreifen lernen, welch blutigem Handwerk sie das Glück kommender Geschlechter anvertraut wähnte. Eines Nachts lag sie in ihrem Verschlag unter dem Steuerbordaufbau, dem man ihr als besonders luftig angewiesen, und ein wilder Traum hatte seine haarigen Arme um sie geschlagen. An der Schiffswand plätscherten dazu die Wogen wie ferner Gesang. Da wurde heftig an die Bretter des Verschlages gehämmert, und als sie angstvoll und noch in halber Betäubung auffuhr, da hörte sie die raue Stimme ihres Nachbarn, Wulf-Wulf-Lam, durch die Ritzen hindurch. Sie solle sich ankleiden, es sei nicht geheuer. Schon gelten in ihre, sich mühsam zurechtfindenden Gedanken, von allen Seiten schrille Pfeifentriller hinein. Ehe sie in ihrem Taumel die Gewandung aufstreifen konnte, merkte die Betroffene bereits, wie sich von Minute zu Minute der Lauf der Agile verminderte, und über ihrem Haupte vernahm sie die dunfen Tritte vieler Männer. Notdürftig bekleidet stürzte sie aus ihrer Kammer. Über der See graute gerade der Morgen. Ein ungeheurer, bleierner Schatten lag dem Admiralsschiff dicht zur Seite, unbeweglich aufgebaut, als ob das eigene Spiegelbild des Seglers aus den Wassern aufgetaucht sei. Auch von dort drüben quirlte und rasselte es, und an den nebelhaften Masten kletterten dunkle Punkte empor, für den hinstarrenden Knaben riesenhafte Spinnen, die dicke Stricke zu einem unheimlichen Netz verknüpften. Woher aber drang diese magerschütternde, übermenschliche Stimme durch die Lüfte? Der unter die Freibäuter Verschlagene hatte noch nie die Laute einer Sprachdromete aus nächster Nähe aufgefangen. Jetzt glaubte seine zitternde Seele, nur aus der Brust eines menschlichen Ungeheuers könnten solche schreckhaft verstärkten Töne ausgestoßen werden. Und doch, durchdringend verständlich klang es, was die geisterhafte Stimme durch den Seequalm dröhnte, und obwohl jede einzelne Silbe gleich einem Schlag gegen das Ohr des Knaben hämmerte, so verstand er doch recht gut, wie von drüben in französischer Sprache gefordert wurde, der verdächtige Segler möge sofort beilegen, um sich einer Untersuchung seitens des Le Contable zu fügen. Hier nahte ein Unheil, das empfand Linda, an dem unbeherrschten Beben ihrer Glieder. Untergang und Henkerschande schüttelten bereits ihre Häupter, und trotzdem starrte sie in fieberhafter Spannung auf den gewaltigen Schatten, der immer wuchtiger die Morgennebel zerteilte. Um sie herum regte sich nichts, alles stand gebannt auf Posten, kaum ein Flüstern schlich, unter der Mannschaft der Agile umher. Da, mitten aus der gepressten Stille, schwang sich plötzlich jene Stahlstimme empor, die allen wie ein glühender Trunk durch die Adern schnitt, und sofort erleichterte ein einziges Aufatmen die Brust des bedrohten Schiffes. Da, dort, der Admiral, Klaus, der Störtebäcker, lehnte am Hauptmast seines Fahrzeuges, und als ihn seine Gesellen gewahrten, den einzelnen Mann, der sein Linnenhemd offen über der nackten Brust, die derben ledernen Schifferhosen eng um die Knöchel geschnürt, den langen Hieber aber in den verschränkten Armen, da vergaßen sie die noch eben geübte Vorsicht, und ein toller Jubelruf brauste in den kühlen Wind, der spöttisch mit den Locken ihres Führers zauste. Der Störtebäcker ergriff ein Sprachrohr. »Kontabel heißt du«, rief er gleichfalls durch das Mundstück, »Morte Dieu, seit wann kriechen die Seidenwürmer von Lyon in unsere Töpfe? Hat Charles, euer geistesverwirrter König«, »Fußnote«, »Karl VI. von Frankreich«, »Fußnoteende«, »Leibweh bekommen, daß er meint, die Schiffe der Ostersee ständen ihm offen wie sein Nachtstuhl?«, Darauf von drüben, »Klärt eure Ladung, zeigt die Briefe eurer Patrone.« Darauf der Störtebäcker, »Knurrt's euch im Magen, ha, ha, dann freßt den Mörtel eurer Bastille. Dürstet euch aber, so leckte den Panzerschuh eurer Peiniger. Erbärmlich geknechtet Volk, wie machst du dir Richterspruch an über windfreie Leute?«, Darauf von drüben, »Wir haben Kriegsgerät. Nenn deinen Namen, Mensch, sonst hängst du in Frist eines Atemzugs mitsamt deiner Mannschaft.« Darauf der Störtebäcker mit einem gellenden Lachen, »Meines Namens lüstet euch! Es liegt etwas drin, um den Durchfall zu kriegen.« »Lüst du etwa der Störtebäcker?« Noch war die Frage nicht verheilt, da brach die Mannschaft der Agile in ein trotziges Kampfgeschrei aus, denn schon der Name ihres Helden trieb ihr das Blut ungestümer durch die Adern. Zugleich aber Salinda, die vor Erregung ihrer selbst nicht mehr mächtig war, wie die überlebensgroße Gestalt des Admirals, jede Vorsicht vergessend, auf den Burgaufbau hinaufflog, um dort, scharf gerändert von dem ersten Morgenrot, seinen Hieber gegen die fremde Kogge zu schwingen. Eine solche Gewalt ging von dem halbnackten Menschen aus, das auf beiden Seiten sofort eine erzwungene Stille eintrat. »Franzosen!« schmetterte die helle Stimme. »Ja, der Störtebäcker spricht zu euch. Meine Flagge ist schwarz, weil ich um das Leid der geknebelten Erdvölker trauere. Was seid ihr anderes als wir, zertretene Halme unter dem Eisenschuh eurer Unterdrücker? Die Ebenen zwischen Loire und Somme, wir wissen es wohl, liegen verödet. Eure Städte wurden durch Hunger und Pest entvölkert. Eure Bauern leben als Räuber in den Wäldern, damit die Seidenwämser behaglich in eurem Schweiß baden können. »Sperrt eure Augen auf und seht mich an. Ich bin gekommen, um den Fluch der Völkertrennung fortzuwischen. Wenn ihr Mitleid empfindet mit euren Kindern und Enkeln, oh, dann kommt zu mir, ihr armen, blutig geschundenen Tiere. Kommt zu den Gleichelenden, auf das wir zusammen das Reich der Gotteskinder begründen. Brüder, denn das sind alle Gemisshandelten und Geplagten. Zerbrecht die gepinselten Lügen eurer Schlagbäume, das menschliche Herz kennt keine Grenzen. Und wenn ihr mich liebt, wie ich euch, frisch, dann bindet eure Patrone an die Masten und folgt mir nach Wispi. Dort, mögt ihr wissen, dort sollen die Nägel der Armen aus der Erde scharren, was man euch jahrtausende lang begrub. Gerechtigkeit!« Es war wieder, als ob der Mensch dort oben völlig allein Zwiesprache hielt. Mit der Sonne oder dem Meere. So herausgehoben ragte er in das Grenzenlose hinauf. Hunderte von Augen hoben sich ihm inbrünstig entgegen, Hunderte von Herzen schlugen unwillkürlich heißer, obwohl ihr enger, unbelehrter Verstand diesen vorausgeeilten Geist nicht begriff. Nur von dem Blonden, den Knaben zerfloss die Gefahr. Ja, die Planken des Schiffes schwanden ihm unter den Füßen. Denn er allein nahm wahr, wie die riesige Gestalt dort oben in die Glorie des Morgens hinaufwuchs. Er allein ahnte etwas von der glühenden Aufrichtigkeit der Verkündung und ein ungeheures Glücksgefühl überwältigte die ergriffene Seele und trug sie verbrüdert bis zu den Füßen des Seers. Was macht es, daß sich vielleicht bald Untergang und Tod auf den Wogen heranwälzten? Was galt noch, ihre eigene Schmach und Verelendung, seit sie die Gewissheit erlangt hatten, daß sie in die Gefolgschaft eines Schicksalsgesandten aufgenommen sei, über dem sich jetzt schon das Tor der Zukunft in Firmamenthöhe wölbte? Der dort oben war aus dem Geschlecht des entschwundenen Christus, aber statt des Hirtenstabes schwang er ein Schwert, in dem die Strahlen der Morgensonne vielfarbig wieder blitzten. Ein hartes Geräusch knarrte in die Schwärmerei der Hingerissenen hinein. Eine Bordschwelle des Kontable war plötzlich zurückgeschoben worden, und zwischen den Mäulern von zwei riesigen Eisenschlangen zeigte sich die zierliche Gestalt des französischen Kapitäns. Ein vornehm gekleiderter Herr war es, mit einem schwarzen Spitzbart, und der Fremde rief scharf und abgehackt herüber. Hör auf mit deinem Gewäsch, deutscher Dieb- und Galgenvogel, wir kennen das verlogene Gefasel, durch das du deine Bübereien bemänteln möchtest. Nur noch eines, bevor wir dich hänken, der Königin Margareta, erhabene Majestät, hat fünfzig Goldgulden auf dein vogelfreies Haupt gesetzt. Du weißt, warum, Mädchenräuber, und deshalb magst du entschuldigen, warum ich, obgleich ein edler von armer Nack, mich so weit erniedere, das Kopfgeld an dir verdienen zu wollen. Zwei düstere Glimmkäfer krochen während der letzten Worte auf die Schlangen. Im nächsten Augenblick brach Feuer Odem aus ihren Rachen. Zwei unförmige Steinkugeln donnerten auf das Deck der Agile, rissen den jenseitigen Bord in Stücke, und auf der weit auseinandergefegten Gasse wälzte sich eine Anzahl zerrissener Leiber. Blut spritzte um den Mast, dann ein Stoß, die Rippen des verwundeten Schiffes stöhnten, ein Schwarm von Flugbolzen zischte, unter die schreienden Freibeuter und über die Enterbrücken stürzte es heran, ein Gewoge wütender, verzerrter Gesichter, ein Busch gebeugter Spieße streckte sich wie unter niedermähendem Wind, und zwischen den Hämmern der blutigen Walkmühle stieg der widerliche Rauch des Mordes gegen Himmel. Wo sich Linda befand, das wußte sie von jetzt an nicht mehr. Mitten in dem Wüstengedränge wurde sie vorwärts geschoben, ein Schlag traf ihre Brust, krampfhaft gekrümmte Finger krallten sich im Fallen in ihre Locken, Gekreisch und Gebrüll lärmten ihr Gehör. Nur eines vermochten ihre entgeisterten Sinne festzuhalten, das goldige Schwertgeflimmer auf dem Brückenaufbau. Merkwürdig, dort oben lachte etwas, ein fürchterliches, brennendes Gelächter, das die nüchternsten umwerfen und toll machen konnte. Ein regelmäßiger Blitzkreis trug sich dort langsam vor, und in jenen sprühenden Reifen wurde alles eingesogen, Freund und Feind, als ob trunkenen Motten befohlen wäre, sich in jenen Feuerstrudel zu stürzen. Noch ein paar taumelnde Schritte, immer näher, immer überzeugter und verwegener tönte das seltsame Lachen, dann ein gelles Aufkreischen der Angst, wie es Tiere vor dem Schlachten ausstoßen, und scharf von einem Messer zerschnitten, sprang der Faden des Bewusstseins in dem gepeinigten Mädchenhirn auseinander. Wurde ihre Wange gestreichelt? Oder zupfte man wirklich an ihren Haaren? Deutlicher spürte sie freilich, dass jemand an ihrem Brustlatz rüttelte, aber schließlich war es doch wieder das gleiche, unerklärliche Lachen, durch das sie plötzlich und wie mit heftigem Griff in bekannte Räume zurückgerissen wurde. Verwundert schlug Linda die Augen auf. Ringsum ungetrübte Ruhe, bläuliche und goldene Lichtrinnen wallten langsam über die Teppiche und über sie, die schwach auf einem Schemel an der Kajütenwand lehnte, beugte sich der riesenhafte Gebieter. Gerade zauste er wieder an ihren Locken, aber es war nicht böse gemeint, denn als er merkte, dass sich das Blau in ihren Augen belebte, klopfte er dem Knaben lebhaft auf die Schulter. »Gott zum Gruß, junge Kriegsheld«, tönte es der Erwachenen hell in den Ohren. »Nun, was treibst du, Lizinius? Hast du genug, mein Bübchen? Stell, die widerfährt groß heil, blinzle durch den Ausguck. Eben packen wir die Überlebenden vom Kontabel in ein paar Sneeken und schicken sie deiner Königin als Morgengruß ans Bett. »Ha, ha, die Dame weiß, wie man solch flinke Gesellen verwendet.« »Darum, Hurtig, wir sind dich nicht lange. Spring zu ihnen, und morgen hast du beim Honigseim und Würzkuchen all dem blutigen Graus vergessen. Nimm Rat an, Kleiner, ich meine es ehrlich.« Hastig streckte der Admiral den Arm nach der Treppe aus. Er schien den Abschied sogleich, ohne Rührung, noch Zeitverlust zu erwarten. Der Knabe jedoch erhob sich auf zitternden Füßen und starrte den Befehlshaber mit kaum verhelltem Entsetzen ins Anlitz. Das war nicht mehr das edelgebildete Gesicht, das er kannte. Blut floss dem Störtebäcker über die Stirn und verwandelte die stolzen Züge in eine rote Maske. Ein Rinnensaal sickerte auch über die gelüftete Brust des Mannes und unter dem Linnen des linken Armes quoll es unaufhaltsam hervor und zog in klebrigen Streifen über die Schifferhose. Da wurde Linda von einer unnennbaren Furcht ergriffen. »Es kostet dich das Leben!« schrie sie schrill und in jähr Verzweiflung auf. »Ja, ja, das war's, das Leben des Menschen konnte vorzeitig enden. Aber es mußte ja erst unvergängliche Wurzeln strecken. Es mußte höher, weit höher wie andere Bäume empor schießen, um durch Einengung und Schatten hindurch tausend grüne Blätter zum Himmel tragen. Auch ihr Leben zerrte an seinem Stamm als solch ein schwirrendes Blatt und erbebte jetzt vor Angst, herabgerissen zu werden. »Es kostet dich das Leben!« der störte Bäcker schnürte unwillig die Augenbrauen zusammen. Die leidenschaftliche Anteilnahme behagte ihm nicht. Sie erinnerte ihn an etwas, das er bereits vergessen glaubte. »Torheit!« entzog er sich ihrer tastenden Hand. »Was soll das Gepläre über den lumpigen Adalas? Aber von dir, Licinius, heische ich Antwort. Willst du mit den Franzosen hinüber oder nicht?« Der Knabe antwortete nicht, er schüttelte nur bestimmt das Haupt. Allein in dieser Bewegung bekundete sich eine Entschlossenheit, die nur durch den Tod zu brechen war. »Dann bleib zum Teufel!« schrie der störte Bäcker ingrimmig und enttäuscht, das Haupt zurückgeworfen, die blutende Linke, in die Weiche gestemmt. Wie es sonst seine Gewohnheit war, durchmaß der Verwundete heftig den langen Raum. In seinen Bewegungen fieberte wieder einmal etwas Fegendes, Zerstörungslustiges, und sein Jezorn stürmte vollends zur Höhe, als er jetzt ohne rechte Absicht einen der bunten Laternenpfähle des Tisches umklammerte. Klirrend brach eines der kunstreichen Gläser aus seiner Fassung, und während es auf der Tischplatte zersplitterte, wich Klaus verwundert zurück, bis er endlich in ein beschämtes Lachen ausbrach. Das ungezügelte, knabenhafte seiner Natur verließ ihn nicht bis an sein Ende. Doch seine Wildheit hatte sich immerhin entladen, und so trat er wieder etwas gemäßigter vor den Knaben auf dem Schemel hin, um abermals seine Rechte auf die Schulter des Sitzenden zu betten. »Dann sag mir wenigstens, du halsstarrige Kröte«, fuhr er ihn an, »sag es mir, damit ich es mir endlich merke, was suchst du eigentlich hier? Hab ich doch nimmer gehört, dass es den Schnürleibern Spaß bereitet, Blut zu riechen? Oder lüstet es dich vielleicht nur, mich hängen zu sehen?« Er presste die weiche Frauenschulter etwas stärker. »Dann laß dir bedeuten, Junker, der Leichnam des Prahlers, der dir das vorhin versprach, er fährt eben mit zwei Steinen beladen zur Tiefe. Auf dieses Fest wirst du bis zum nächsten Mal harren müssen.« »Lass mich auf etwas anderes warten«, sprach Linda still und erschöpft. Ergeben faltete sie die Hände im Schoß, und ihre blauen Augen füllten sich wieder mit innigster Gläubigkeit. Es war jener hingenommene, bedingungslose Ausdruck, der den blutigen Mann schon einmal in Schrecken versetzt hatte. Ein unerklärliches Frösteln faßte ihn auch diesmal, er wich zurück. »So sprich, was ist das für ein Wunder?« Der hob sich Linda. »Es ist das Wunder«, sprach sie ganz leise und voll träumerischer Gewißheit, »dass du uns Unglücklichen versprachst.« »Aber eile, Klaus Störtebäcker, daß ich mich nicht mehr lange zu sehnen brauche.« Da schüttelte der Störtebäcker befremdet und verständnislos das Haupt. Es war noch nicht die Zeit, daß Männer die Mitarbeit der Frauen erwünschten, und so drängte sich dem Freibeuter dieses heiße Verlangen zu förderst als eine unwillkommene Einmischung auf. Geeignet seine stürmischen Zeugergedanken, die bis jetzt nur gleich einem Zug brennender Vögel durch die allgemeine Nacht strichen, einzufangen und zu zähmen. Lange starrte er dem bebenden Knaben an, dann stieß er endlich ein gepresstes Lachen aus und brach das Gespräch ohne weiteres ab. »Gut, gut«, endigte er, »das ist Männerwerk, warte mal enthalm, aber jetzt komm kleiner, damit du etwas verrichtest, was dir besser ziemt.« Wuchtig warf er sich auf sein Ruhebett, riss das Hemd über seiner Brust auseinander und drückte die Ränder der frisch empfangenen Wunde ohne große Umstände fest aneinander. »Mutig, Licinius«, rief er, »scheure den Unrat fort. Auf euren Burgen übt ihr ja die heimliche Kunst. Nun zeig, was du gelernt hast.« Und der Knabe fuhr auf, als ob er zu fest Unfeiertag gerufen wäre. Glühend vor Diensteifer stürzte er davon, kehrte jedoch gleich darauf mit einer Schüssel voll kalten Wassers zurück, und als er dann, über den hingestreckten gebeugt, in seiner Hast einen brauchbaren Linienstreifen vermißte, öffnete er ohne Bedenken seinen Wams und riß von seinem eigenen Hemd entschlossen einen langen Fetzen herab. Seidig leuchtete die Frauenbrust unter der dunklen Gewandung, und in den Augen des störte Bäckers entzündete sich blitzartig jenes zümmelnde Feuer, das schon einmal in der Nacht des Niederbruchs über ihr geleuchtet. Ungestüm griff er nach den beiden Armen seines Opfers, aber siehe da, als das schmerzliche Stöhnen der Gefesselten an sein Ohr schlug, da lief ein düsterer Schein der Selbstverachtung über seine gespannten Züge. Freiwillig gab er die Gepackte frei, und nun stöhnte er selbst auf und warf sich gebändigt zurück. »Bleib, bleib«, murmelte er, »vertrag dich mit dem bösen Geist, der in mir haust.« »Beim ewigen Leid, ich wünschte manchmal selbst, es flöße Milch durch meine Röhren, und ich hätte gelernt, weiße Lämmer zu weiden. Bleib, ich tu dir für da nichts.« Er streckte sich aus, schloß die Augen und wartete scheinbar unbeteiligt ab, bis Licinius mit zitternder Hand sein mildherziges Werk vollendete. Erst da spürte er, wie eine Decke wärmend über ihn gebreitet wurde. Fuhr er auf und schob die Hülle entschieden zurück. Schonend strich er so dann über die Locken seines Gefährten. »Armer Bursche«, sagte er gutmütig, »armer Bursche, ich wollte, wir wären auf andere Art Freunde geworden.« Und als er gewahrte, welche Blässe seinen Pfleger befiel, versetzte er ihm einen spöttischen Schlag auf die Wange und rief ermunternd, »Lass gut sein, Licinius.« Dem Tier sind ein paar Unzen Blut abgezapft, jetzt beißt es für eine Weile nicht und geht nicht auf Raub. Lache, lache, mein Kneblein, dann aber bring eiligst den Weinkrug und lass uns trinken. Ende von Drittes Buch Kapitel 1 Drittes Buch Kapitel 2 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Klaus Störtebecker von Georg Engel Drittes Buch Kapitel 2 Bis dahin hatte die Agile allein das blaue Feld der Ostersee gepflügt, einzig gefolgt von dem Konnetable, welcher von den Schümern besetzt worden war. In den letzten Tagen jedoch tauchten von allen Seiten Schwarzflaggen auf. Allmählich wurde ein dichter Schwarm daraus, der sich gleich einem langen Startzug um die Admiralskocke zusammenschloss. Je stattlicher aber sich seine Flotte verstärkte, je zahlreicher spitze Pfeifentriller oder emporschießende Wimpel die sich einordnenden Genossen begrüßten. Eine desto auffälligere Unruhe zeigte der Mann auf dessen Wink all diese Kiele ihrem Ziel zustrebten. Innere Rastlosigkeit trieb den Störtebäcker umher. Bald musste ihm Licinius, den er jetzt ebenso oft herbeirief, wie er ihn früher verjagt hatte, beim Schachspiel in der Kajüte Gesellschaft leisten. Bald zog er den Knaben, nachdem er die Figuren mitten im Kampf ungeduldig durcheinandergeworfen, auf das Deck hinauf, wo er weit vorn am Bugspriet durch Nacht- und Morgennebel hindurchspähte, ob die gutländische Küste sich noch immer nicht vom Horizont trennen wollte. Whispy, die sagenhaft herrliche Stadt, jetzt durch Raub und rohe Volkswut ein menschenleerer Trümmerhaufe, schien den Einsamen auf zauberische Weise anzulocken. Vielleicht, weil ihn die Ahnung quälte, dass ihn dort das Schicksal mit fesselnden Armen umschlingen würde. Verschwenderisch hatte er bis jetzt mit Gold und Schätzen jeden Lumpen beworfen, der sich seinem Trotz als ein besonders gemisshandelter vorzustellen vermochte. Jetzt aber nahte die Stunde, wo er mehr austeilen sollte. Sein Eigenstes, die Summe seiner heimlich geliebkosten Gedanken, und dann die Unsicherheit, wie wenn das zusammengelaufene Volk, das ihm diente, Verbrecher, Diebe und Mörder, Juden und Heiden, Polen, Deutsche, Franzosen und Engländer, die kein anderes Vaterland kannten, als die Planken zu ihren Füßen, zumal, wenn die Segel sie möglichst weit von Rad und Galgen entfernten, wie wenn diese raubsüchtigen, verwilderten Horden das Unrecht, durch das sie zu einem namenlosen Menschenbrei zerstampft waren, dennoch weit weniger schmerzlich empfanden, als ihr Anführer, indem ihre menschliche Schmach wie eine Eiterwunde fraß, konnte in solchen, von allem herkömmlichen, getrennten Gesellen die Gier nach Genuss und Ungebundenheit nicht heißer lodern, als die Freude an der Möglichkeit, jene Welt, die sie verstoßen, durch ein nie geschautes Beispiel zu beschämen? Was geschah, wenn sich der Haufe schon zu roh und verwöhnt zeigte, um zu einer regelmäßigen Arbeit zurückzukehren? Zwang? Das war nicht das Rechte. Dazu hatte ihnen seinen Träumen schon zu häufig der Jubel umbrandet, den allein die Verkündung, die Preisgabe seiner weltverändernden Pläne in den Beschenkten entfesseln sollte. Wie stand es nun in Wirklichkeit um die neuen Römer, mit denen die reingewaschene Erde besiedelt werden musste? Der höhnische Einwurf der Königin fiel ihm ein. Und mit einer Bande von Räubern und Dieben willst du die ewige Gerechtigkeit begründen? Und während er auf der Seekarte zum hundertsten Male den Ankerplatz von Whispy aufsuchte, klopfte ihm das Herz vor Verwunderung, dass er bis jetzt nur sich selbst, das Haupt des hellen Gedankens gesehen, indes ihm die Glieder, die doch das Gedachte erleben sollten, in einem gleichgültigen Dunkel verschwanden. Was brütete die Masse? Und weshalb hielt er sie von sich fern? Hey, Licinius, unterbrach er in einem solchen Augenblick des Erschreckens seinen Gefährten, der ihm bis jetzt unbeachtet und folgsam aus dem Petrarka vorgelesen. In die Ecke mit der Eselshaut! Der Tagedieb von Italiener ist ein Narr, weil er die Weiber beschnüffelt, nur der Mann ist die lebendige Erde. Komm, du unbelehrtes Kind, damit ich dir eine Handvoll unserer künftigen Werkleute zeige. Hastig griff er dem Knaben unter den Arm, zog ihn widerstandslos die breite Treppe hinauf, und was er sich nur selten abgewonnen, ermischte sich unter sein Schiffsvolk, redete es leutselig an und begann die Betroffenen nach Vergangenheit und Heimat zu befragen. Alles unter dem Vorwand, seinen zarten Gefährten unterrichten zu müssen. Da öffnete sich denn manches Schicksal bis zum Grund. Mit bangem Schauder sah der Knabe, wie sich hier Sünde und Gegensünde zum Knäuel verstrickten. Da war zuerst der Steuermann Lüdiger Roloff, ein herkulischer Mann mit einem blonden Strohdach, das ihm wirr über die Augen hing. Aber auch so irrte der Blick des Schiffslenkers scheu und schielend zur Seite, als widere ihn das Antlitz jedes Mitgeschöpfes an, und nur in den Stunden vor Kampf und Streit taten sich diese verkehrten Sterne lechzend auf, und ein Blutreifen umschloss sie gleich dem eines tobsüchtigen Hundes. Der Mann hatte in seiner mecklenburgischen Heimat tanzen müssen. Tanzen? Jawohl, nicht freiwillig. Es bestand nämlich auf dem flachen Lande die ehrbare und fromme Sitte, sobald die Gutsfrau ihren Leib gesegnet fühlte, dann mussten die leibeigenen Bauern zu ihrer Ergötzung um den Dorfteich tanzen. Die Weiber rutschten auf bloßen Knien, die Männer aber tollten und sprangen halbnackt mit ihrem Nachwuchs an der Hand, ohne Rast, ohne Aufhören, bis sich ihnen ein Quill im Gehirn drehte. Lüdiger Roloff jedoch war ein Spielverderber. Als er sah, wie sein Weib bei dieser Belustigung ohnmächtig liegen blieb und Marik sein Töchterchen unter Zuckungen in den Teich fiel, da hatte der rasende Tänzer die adlige Zuschauerin erwürgt und dem Gutsherren seinen Dolch durchs Genick gestoßen. Am selben Abend gab's zu dem Tanz überdies noch ein Feuerwerk, das Schloss brannte ab. Seitdem war dem Flüchtling ein Böserbteil geblieben. Wenn irgendwo die Stunde zu Kampf und Rache schlug, dann musste Lüdecke tanzen. Hopsend und springend drehte sich der Wütende in den Streit, und in dem wahnsinnigen Greigen fiel er seine Opfer noch immer mit bloßen Fäusten an, um sie brüllend zu erwürgen. Als Linda jene Geschichte hörte, bedeckte sich ihr die heitere See mit Nacht. Klaus Störtebecker aber strich sich die Haare aus der Stirn, denn er wusste nicht, ob er des Mannes sicher sei. Da war der schmächtige Arnold Frohwein ein ganz anderer Kerl, immer grinsend, immer lächelnd, was vielleicht daher rührte, weil ihm das weltliche Gericht auf dem Streckbett einmal alle Zähne gezogen, immer einen um den anderen. Weshalb wollte der verstockte Rechthaber aber auch nicht eingestehen, was er über die Besuche Urians bei seinem Weibe wusste? Die Nachbarinnen hatten doch nicht umsonst eines Morgens den ungeheuren schwarzen Kater auf dem Bette seiner Liesbett schlafend Und anders ließ es sich auch nicht erklären, warum ein armer Töpfer zu einigem Wohlstand gelangte und wieso in den bleichen Milchwangen der Dirn nie ein lebendiger Blutstropfen gerollt. Aber schließlich hatte das Recht triumphiert. Punkt für Punkt stand es bezeugt in den Akten, wie oft Meister Urian knisternd aufs Bett gesprungen. Es war alles wissenschaftlich begründet und nur eines blieb merkwürdig. In Meister Frohwein musste sich selbst etwas Katzenhaftes eingeschlichen haben. Gar zu biegsam schlich er an den Wänden entlang, immer schnurrend, immer schmeichelnd, und es war wohl nur ein Gerücht, dass er im Gefecht mitunter aus geduckter Stellung einen Satz tat, um dem Gegner mit zahnlosem Maul an den Hals zu fahren. Ungeduldiger, rastloser rührte der Admiral in dem Menschenbrei herum. Er suchte, erfahndete nach Bürgertugend und Bürgersehnsucht. Wie tief lagen diese so selbstverständlichen Dinge wohl versteckt? Der Nächste ein himmelblauäugiger, rotmähniger, wüster Bursche, denn obwohl sich Patrick O'Shellow in den weichen Urlauten der grünen Iren ausdrückte, so war er doch gefürchtet als streitzüchtiger Zänker, aber noch mehr verschrien als Anführer bei jeder maßlosen Ausschweifung. Weiber, Würfelspiel, Rauferei und Beute waren die vier Stichworte seines rasenden Verbrausens. Und doch mutete es seine Genossen manchmal wunderlich an, wenn dieser nimmersatte Schlemmer zuweilen wie aus fernem vergessenen Traum fremdartige Psalmen vor sich hin murmelte. Sie wussten nicht, dass Patrick O'Shellow, das leidige Kind einer begüteten Wollwebers Tochter aus Dublin, von erschreckten Verwandten frühzeitig in die Zelle eines der Irrensklöster gesteckt worden war, damit er durch Hunger und Geißelungen die heimliche Verfehlung seiner Mutter Abbüße. Eines Tages aber, als er gerade vom Fluss für die Küche Holz schleppen sollte, hatte eine Flößerin den Buben in ihre schwimmende Strohschütte kriechen lassen, und seitdem wusste das abgezehrte Gebein, wie hell der Tag schimmern konnte. Heißer, jetzt fraß er die Sonne, und seine größte Belustigung bestand darin, Nonnenklöster wie Vogelnester auszunehmen. Auch diesen nimmermüden Gläubiger des Genusses musterte der Admiral mit bedenklichem Kopfschütteln, und ein zweifelhaftes Lächeln mischte sich in seinen herablassenden Gruß, als er sich von ihm trennte. Da, Licinius, betrachte dir zum Schluss die Krummnase genau. Womöglich haben seine Vorfahren schon mit dem Heiland um Säge und Hobel gefalscht. Sahst du jemals solche verzweifelten Hebräer Augen? Der Admiral hätte noch hinzufügen können, dass der Jude ein alter Bekannter von ihm sei, denn der graulockige Isaak war derselbe unglückliche Verfolgte, den er als Knabe im Hause der Sibba aus den Händen abergläubischer Bauern befreit. Jetzt war der immer in sich gekehrte, demütige Menschenscherben der grausamste, unerbittlichste Würger unter dem Schiffsvolk geworden. Zum Zeichen seines sich immer neu gebärenden Rachegelüstes hatte er den gelben Judenfleck auf das Schifferwams genäht, und je mehr ihn die Freibeuter daob verhöhnten, desto zärtlicher streichelte Isaak oft den Schandfleck. Aber in dem Hebräer lebte auch eine unheimliche vergötternde Liebe. Sobald der Admiral in seine Nähe kam, dann begannen die schwarzen Augen Isaaks die alte tausendjährige Sehnsucht zu strahlen. Er glaubte, er glaubte unverbrüchlich an den Messias, der die stinkende Erde von Verfolgung und Menschenhass erlösen würde. Und nach den Sagen seines Stammes würde der Gesandte Jehovas kein Lämmlein und kein Schriftgelehrter sein, sondern ein Gerüsteter, in dessen Rechter ein goldenes Schwert über die Erde funkelte. Wer war's? Klaus Störtebecker war's, der Schimmernde Überlebensgroße, der Liebreicher und Befreier. Er war's. Kein Zweifel, der alte Jude stand als der Einzige auf den Planken, der das neue Reich im Herzen trug. Am Abend desselben Tages lag der Admiral in seiner Kajüte und zächte singend und lachend den italienischen Wein, auf dessen Flut es wie von Glühkäfern schwärmte. Auch auf Deck schwirrte und jauchzte es. Dort krölten die Freibeuter zum Klang der Instrumente ihre wilden Lieder, denn es war eine laue, windstille Nacht und die Agile plätscherte kaum noch ihren Pfad. Heuch, warf sich der störte Bäcker zu dem Knaben herum, der müde und schon vom Schlaf bezwungen den unmäßigen bediente. Ermuntere dich, Büblein, du musst lernen, die Nacht zum Tage zu kehren. Auf, flüstere mir ins Ohr, mein Blasser, wie gefallen dir meine Kinder? Meinst du nicht, es seien Hengste, die sich gerade nur vom Teufel reiten lassen? Da erwachte Linda, raffte sich zusammen und ein leidvoller Blick streifte den Gebieter, denn seine wüste Freude an Trunk und Prasserei schmerzte die ewig Grübelnde. Wer den heiligen Gedanken trägt, erwiderte sie mit leisem Vorwurf, was braucht er die Menge? Sie erwartet ihn an jeder Ecke und mich dünkt, sie zieht stets hinter dem einsamen her. Sonderbar, das Wort übte eine unerwartete kaum war es gefallen, da sprang der störte Bäcker stürmisch in die Höhe. Das sonnige Strahlen leuchtete unvermutet wieder von seinen Zügen, und ohne Besinnen riss er den Knaben an sich, um ihn jauchzend an seine Brust zu pressen. Er spürte nicht, dass es ein Frauenherz war, das aufgepeitscht gegen das Seine hämmerte. Gesegneter, jubelte er und hob seine Last hoch in die Höhe. Du hast recht, top, Atlas vielleicht eine Hilfe, als er den Himmel trug? Komm, sei gepriesen, du kluger Wicht! Und er küßte seinem Gefährten ungestüm das blonde Haar. Der Knabe aber wandte sich beschämt aus seinen Armen, er wagte die Augen nicht vom Boden zu erheben, und ein langes Zittern lief über die schlanken Glieder. In der darauf folgenden Nachtwache war vom Mastkorb Land ausgerufen worden, einen Gast aufgenommen. Auf der Höhe von Whispy, schon unter den Lichtern der Stadt, war der Hauptmann Wichmann zu den Schiffen des Admirals gestoßen, und jetzt hockte der strohblonde Zwerg seinem einstigen Zögling an dem Prunktisch gegenüber. Vor ihm brach die Tafel fast unter der Wucht von silbernem und goldenem Gerät, und doch streckten die beiden Freibeuter ihre Hände nicht nach Speise und Trank aus, sondern ihre Augen überfielen sich gegenseitig, wie wenn jeder die heimliche Schwäche des anderen erspähen und beschleichen müsste. Gar verborgen betrieben sie die Unterredung. Niemand durfte die Anführer bedienen. Einsam erhitzt saßen Erzähler und Lauscher unter den brennenden Laternen. Selbst Licinius weilte hinter der geschlossenen Kajütentür bei dem wachtabenden Posten, um mit Herzklopfen darauf zu harren, ob ihn bald ein Ruf erreichen würde. Endlich hatte der Admiral geschlossen. Seine Rede, anfänglich kühl und überlegt, war immer höher und höher gestiegen, wie jemand, der Sprosse um Sprosse auf einer Leiter empor klimmt. Zuletzt wehte diese seidene Glut hoch über dem Haupt seines Zuhörers hinweg. Der krümmte sich in seiner schwarzen Gewandung auf einem Scheme und indem er das weiche Frauenkinn auf den Hieber gestützt hielt, glitzerte es aus seinen zweifarbigen Augen bald vor Spott, bald vor Erstaunen und sein Händchen wickelte sich dabei eifrig in eine der Haarsträhnen fest. Zum Schluss ertrug sein Schüler die erkünstelte Beherrschung nicht länger. Rücksichtslos warf er das Geschirr beiseite und beugte sich weit über den Tisch. Unter der rostseidenen Schecke arbeitete die Brust so heftig, dass die Ringe der Halskette ein metallisches Geräusch hören ließen. Nun, Magister, rief er in schlecht verhehlter Spannung, warum kostest du, als hätte ich dir die tägliche Milch in den Napf gegossen? Hast du vielleicht bei deinen Professoren schon ähnliches geschleckert? Der Zwerg schloss die Augen und wiegte leise das gelbe Haupt. Es schien ihm Spaß zu bereiten, den Entdeckerstolz des Anderen zu quälen. Doch, Geliebter, hauchte er mit seiner Mädchenstimme, das Jubeljahr der Hebräer und die Ackergesetze der Grachen waren schon da. Auch in den Wäldern der Germanen trug sich beinahe das Gleiche zu. Du bist weit zurück gegangen. Zurück, schrie der Störtebecker verletzt. Jä fuhr er in die Höhe, als überwältigte den Riesen die Lust, den Tisch samt dem Gast umzustürzen. Dann jedoch schlug er ein hochmütiges Gelächter auf, riss den Weinkrug heftig an sich und leerte ihn in einem langen begehrlichen Zuge. Ziere dich nicht, stieß er in greller Lustigkeit hervor, was gibt's weiter zu benagen? Er warf sich auf den Tisch, dicht neben den kleinen und schlug seinen Gast auf die Schulter, das es hohl durch den Raum halte. Doch der den Stoß ausgehalten und dadurch dem Admiral von Neuem bewiesen, dass er mit keinem gewöhnlichen Manne streite. Jetzt sammelte sich auf den regelmäßigen Gemmenzügen des Hauptmanns ein versonnenes, ein wenig bösartiges Lächeln. Er klopfte seinem ehemaligen Zögling auf den grauen Beinling, als gelte es vor allen Dingen abzuwiegeln und zu besänftigen. Geliebter, wisperte er voll zärtlicher Bissigkeit, und dabei hüpften in den doppelfarbigen Augen die frechsten Teufel herum. Ich bin nur ein schäbiger Tropf, der Zeit bedarf, um sich an solch beschämende Größe zu gewöhnen, aber siehe, nun bin ich in deinen Spuren nachgeschlichen und mein Herz zittert vor Freude, weil es dich fassen kann. Der störte Bäcker griff nach dem Weinhumpen und hob ihn dem Genossen hart über den Kopf. Na, sagte er ruhig, achte mich, oder ich zerschmettere dir den Schädel. Später, entgegnete der andere freundlich, ohne von seinen Liebkosungen abzustehen, erst lass dir von meiner Nahheit bedeuten, dass sie einen großen Vorsprung für dich wittert. Welchen? Bedächtig lehnte sich der Kleine zurück und malte mit seinem Hieber auf den Boden. Die Freude am Zergliedern und Disputieren schien den einstigen Bacalaureus mächtig eingefangen zu haben. Die Staaten sind lockerer er vergraben. Die Reiche sind zermorscht. Hunger und Elend sitzen zwischen dem Mörtel. Ein Faustdruck kann ihren jämmerlichen Bau zerquetschen, schaltete hier der Admiral ein und durch Maß einmal weiten Schrittes den Saal. Nur die Menge und er blieb stehen und zerrte an seiner Kette. Wird sie mit mir ziehen? Sie wird. Die Fahne des ewigen Glücks auf dem Neubau lockt sie an. wilden Augen brauten Unheil. Er lehnte gerade an einem Wandteppich und raffte nun das Gewebe um sich zusammen, als ob ihn fröstelte. Packt euch zum Teufel, ihr Gehirn Krähen! Was liegt daran, ob ihr meiner Seele nachfliegen wollt oder nicht? Ehrfurcht brauche ich, demütigen Nacken, gehorsam! Gut, gut, das brauchst du, Herrlicher, aber ich ziehe mit dir. Du? Noch hielt der Zweifel den Sitz des Kleinen zu und schüttelte den halb emporgezogenen wütend an der Brust. Wenn du nicht an mich glaubst, schrie er dem Zwerg ins Gesicht, Heino Wichmann, du weißt, von allen sind mir die halben und lauen am meisten verhasst. Damit schleuderte er das strohblonde Bündel gewaltsam hin und her, als könnte er ihm die gewünschte Antwort abpressen und sein Grimm stieg, als er die Zähigkeit dieser grinsenden Maske erkannte. Bereits war ein nahes gefährliches Ringen aus der freundschaftlichen Unterhaltung geworden. Da entglitt ihm der Magister geschickt, schöpfte Atem, und nachdem er wie ein spielend Kind auf den Tisch gehüpft, ließ er gemächlich die Beine herabschlenkern. Sei ruhig, schmeichelte er, dein treuer Lehrer verlässt dich nicht, saß ich nicht in Paris Monate lang in einer Goldmacherhöhle, um zu warten, ob der Sud aus Ton und dreizehn Erdkräutern den königlichen Leuen ergebe. Fußnote, das Gold, Ende der Fußnote. Ha, und ich sollte mir nicht für meinen Liebling abermals die Küchenschürze umbinden? Pass auf, es glückt dir, es glückt, sofern du es nur fleißig mit den Weibern hältst. Angeekelt wurzelte der störte Bäcker fest. Mit den Weibern? wiederholte er wie von Eimern kalten Wassers übergossen, und unwillkürlich musste er nach der geschlossenen Tür spähen. Schlepp sie zu Hunderten zusammen und achte darauf, dass sie dir lauter Klaus Störtebäcker gebären, dann wirst du ein Fürst im neuen Reiche sein. Da fegte Klaus mit der Hand durch die erhitzte Luft, als könnte seine Faust vom Himmel eine lastende Wolke herabreißen, und ein unmäßiges und doch nicht ganz freies Gelächter erleichterte ihm die Brust. Schneidend hatte sein Verstand erfasst, wie um den von giftigen Zweifeln zerfressenen Magister nur noch das Unkraut der Erde wucherte. Armselig glücklos gemüht, rief er voll aufrichtigen Erbarmens, hey Licinius, wo steckst du? Bring roten Verlerner, es gilt eine matte Seele zu berauschen, auf das die Fledermaus sich wieder ans Licht traue. Und als Licinius, der diesen Ruf ersehnt, willfährig herbeieilte, um die Befehle seines Herrn zu erfüllen, da zog ihn der Störtebäcker an sich und streichelte dem Knaben, der sich gezwungen an ihn lehnte, brüderlich die Wange. »Hast wieder die Nacht durchschwärmen müssen, mein bleicher Freund, fragte er teilnahmsvoll, geh, zeig mir deine Augen, ob noch die reine andächtige Flamme in ihnen brennt. Und ohne auf das vieldeutige Grinsen des Strohblonden zu achten, führte er das Kinn des Knaben empor, bis er endlich gefunden zu haben glaubte, was er suchte. Dann jedoch schmetterte seinem Gefährten das ihm eigene glückselige Jauchzen entgegen. »Freudig, Licinius,« schrie er, »beim Zeus, du kannst fliegen, könnte ich dich doch als eine weiße Taube aufsteigen lassen. Aber nun setze dich zu mir und sage, wie gefällt dir dies kleine strohblonde Kerlchen, das aus dem Schmutz der Erde nicht heraus kann?« Über die gespannten Züge des Hauptmanns lief ein begehrlicher Schein. »Schöner Knabe,« wisperte er, »welche glücklichen Eltern haben dich geboren, du bist ein anmutig Kind.« Allein im Sprechen schien ihm heiß geworden zu sein, denn er sprang auf, um eine der Schiffs Luken zu öffnen, und plötzlich schwiegen die drei. Drüben zuckten die Lichter von Whispy. Die tote Stadt regte sich. Ihr prächtig geschmückter Leichnam wandelte. Unvermutet begannen die steinernen Adern zu zucken und zu pochen. Von den sechzehn verödeten Kirchen, von den sieben zerbröckelnden Toren löste sich das Schweigen und schwebte als ein graues Spinngeweb über die See. Durch die gestern noch leeren Gassen von Whispy, in denen jeder Schritt wiederhalte, wo verhungernde Hunde das Gras zwischen den Pflastersteinen rupften, schob sich der Braus der Volkshaufen. Kopf drängte sich an Kopf, Schulter rieb sich an Schulter, das scharrende Geräusch Nägelbeschlagener Schuhe mischte sich mit dem Gewirr einander verschlingender Stimmen und das erste Morgenrot, das die kunstreich bemalten Holzhäuser anglühte, es ran allmählich auch auf die zusammengeballten Freibeuter herab, sodass aus der Masse zuweilen Gesichter und Händer aufblitzten. Unaufhaltsam wälzte sich die Menge einem vorbestimmten Gebote folgend aus den niedrigen Gassen hinter der Seeumwallung dem hochgelegenen Marktplatz zu, und je höher sie stieg, desto mehr entstrebte sie dem Dämmer und desto heller wurden ihre vielfarbigen Ringel von Licht getroffen. Auch Sprache gewann das Ungeheuer. Oft hörte man es aus seinem Rachen Branden. Wo ist der Störtebäcker? Gott zum Gruß, seid ihr nicht vom Gürdecke Michael? Wir sind Wichmannsche. Verfluchte Hunde, habt ihr uns hier in den bunten Kästen was übrig gelassen? An der leeren Kurie ging es vorüber. Durch niedrige Laubenhallen schob man sich, hinter denen einst mächtige Kaufherren ihre Kontore und Warenlager hielten. Jetzt lauschte manch neugierig Ohr vergebens auf das Knistern der Federn, oder auf das Rollen der Fässer. Ach nein, da hätte man früher kommen müssen. Schon vor etwa dreißig Jahren hatte der geräuschlose Abzug des Handels begonnen. Damals, als der Dänenkönig Waldemar Atertag, mühelos das köstliche Nest ausgenommen. Aber erst der Handstreich der Freibeuter hatte dem siechenden Gemeinwesen den Rest gegeben. Von dem Augenblick an, da die trunkene Freiheit die Stadtgesetze den Flammen überliefert, die verhasste Ordnung mit Füßen getreten und jauchzend die allgemeine Willkür verkündet hatte, jenes heiß ersehnte Losungswort aller geknebelten und unterdrückten, die nur einmal im Leben das Herrengefühl genießen wollten, seitdem war der steinerne Körper von der Leichenstarre ergriffen. Von da an bedeutete Whispy nichts anderes mehr als einen Stapelplatz für geraubtes Gut. Lichtscheue, heimliche Geschäfte wurden hier betrieben. Wochenlang tönte kein Laut in den verlassenen Straßen, bis sie plötzlich wieder einmal aufgällen konnten von Händlergezänk, Schifferflüchen und maßlosen Feiern. Aber trotz alledem hingen noch Fetzen ehemaligen Reichtums an dem Gerippe der verwesenden Stadt, und noch immer strahlte zuweilen ein liebliches Grinsen aus dem steinernen Schädel. Dicht am Markt in den Fenstern der Herberge zum silbernen Bischof ächzten die Holzrahmen unter der Last der Neugierigen. Zumeist waren es Dirnen aus aller Herren Länder, die sich stets einstellten, sobald Herren des Platzes ihr blutiges Gold verjubeln wollten. Aber auch Krämer und waghalsige Kaufherren scheuten das Abenteuer nicht, denn nirgendwo in der Welt ließ sich schneller und wohlfeiler Verdienst erjagen als in diesem leicht verderblichen Raubgut. Unten in der stickigen Gaststube saß Licinius auf der Ofenbank. Andere hielten gerade Wäsche, die beiden Geschlechter unbedenklich nebeneinander. Zwei Schüsseln waren zu dem Zweck auf Schemel gestellt, und man nahm es nicht so genau, wenn der neue Reinigungsbedürftige noch das alte Wasser vorfand. Derweil reckelten sich auf den Holzbänken einige Schläfer umher, wieder andere schlürften bereits ihren dickflüssigen Mehlbrei, und und der Diele hockten ein Dudelsackpfeifer und eine Flötenbläserin und ließen zu ihrer gellenden Musik ein gezähmtes Äffchen zwischen sich tanzen. Niemand nahm Anstoß an dem bunten Durcheinander, weder an der schlechten Luft noch an dem wimmelnden Ungeziefer, denn damals gab es noch keine nach Ständen eingeteilten Wirtshäuser und der Fürst wohnte dort ebenso wie der Bettler. Der Knabe auf der Ofenbank verschränkte die Arme über der Brust und ließ sein helles Haupt an die Kalkwand sinken. Aber es war nicht Müdigkeit, die ihm die Augen zudrückte, obwohl er die Nacht schlummerlos in dieser übelriechenden Hölle verbracht. Nein, es bedeutete vielmehr einen Augenblick der Nachgiebigkeit gegen die wilde Flucht, die an seinem inneren Schauen vorüberstiebte. Hier entschied sich's. Heute würfelte ihr gotterfüllter Spieler um seine eigene Seligkeit, aber noch vielmehr um diejenige, die dauern sollte, solange Menschen auf Erden lebten. Ob das zu erreichen war? Rascher wehte der Atem des Grübelnden, unbeherrschter zuckten seine Lippen. Ein prunkenes, verführerisches Bild trat vor seine Seele. Während er hier saß, um mit immer steigender Bedrückung auf das Plätschern der sich Reinigenden zu horchen, auf ihre derben Scherze, auf das Schlürfen der Trinker, sowie auf das Quäken des tanzenden Affen, da zog es den Träumer fort. Es riß ihn auf den Markt. Dort draußen, durch die ausweichenden Haufen schritt der Störtebäcker. Über alles Volk hinweg ragte das schmale Haupt unter dem Goldhelm, die gestickten Wappenlöwen schimmerten auf dem blauen Fürstenrock. Und als er sich zu der Menge umwandte, da kam der Bann über die Tausende, genauso wie er den Einzelnen hier unterjochte auf der schmutzigen Ofenbank. Beganne nicht auch markige Glockentöne zu schwingen? Ängstlich fuhr der Knabe in die Wirklichkeit. Jetzt lauschte er, lauschte mit dem Aufgebot aller Sinne. Nein, es war keine Täuschung. Dort draußen hatte sich das Meer der Stimmen beruhigt. Eine atemberaubende Stille legte sich über das Gewoge. Und was nur ersonnen war, es geschah. Ganz aus der Nähe donnerten Glockenklänge gegen das zitternde Gebäude. Auch unter den Herbergsgästen erstarb jeder laut. Für einen Herzschlag erstarrte alles, um eine Deutung für den Vorgang zu gewinnen. Dann aber bäumte sich der Schall gegen den Ausgang. Die Treppen knarrten, und wirre Rufe verkneuelten sich. Der störte Bäcker! Der störte Bäcker! Polternd stob man auseinander, um den merkwürdigen Augenblick nicht zu versäumen. Licinius griff sich ans Herz. Er wankte auf seiner Bank. Die Entscheidung fiel. Jetzt ein Gebet, ein Notgebet. Allein die Worte wollten sich zu keinem Sinn mehr verflechten. Stattdessen brodelten aus dem kochenden Fieber immer dieselben inbrünstigen Silben hervor, die er selbst nicht begriff. Erlösung! Wem galt dieser Wunsch? Draußen verschwang das letzte Beben der Glocken. Da fühlte Licinius, der noch immer kraftlos gegen die Mauer lehnte, wie sich eine spürende Hand in die Seine schob. Erschreckt beugte er sich vor. Zwischen seinen Knien hatte sich der Leib der Flötenbläserin aufgerichtet. Jetzt streichelte die Dirne ihm vorsichtig das Knie. Feins Bübchen, schmeichelte sie mit einer glatten, liebgewohnten Stimme. Was hast du für ein zartes Gestell? Komm, draußen heckt der Störtebäcker etwas nagelneues aus, wer weiß, wie voll der großschneuzige Kerl wieder die Taschen trägt. Ich kenn ihn, der feischt nicht lange um Kissen und Bettpreis. Komm, will ihn dir weisen. Und ohne sich darum zu kümmern, in welches Taumeln ihr Begleiter verfiel, packte das fahrende Weib die ihr überlassenen Finger und zog den willenlosen unter spöttischen Ermahnungen die Treppe hinauf. Munter, munter, hast wohl schon am frühen Morgen Mett getrunken. Hier noch eine Stufe, so, und jetzt zum Fenster, mach Platz, damit der Junker sehen kann. Plötzlich kauerte Linda eingekeilt in den Drang von Dirnen, Spaßmachern, Wechslern und lichtscheuen Handelsleuten in der offenen Fensterhöhlung, und während ihre Gönnerin schützend den Arm um ihre Hüften schlang, da mussten die Ohren der halb betäubten das unsaubere Gewäsch der Nachbarinnen ertragen. Ihren Augen aber bereitete sich zu gleicher Zeit das große heilige Fest. Unter ihr Kopf an Kopf, ein Menschensee. Er wogte nicht, er stand ganz still, schwarz und rötlich überlaufen, wie Landfeen starren, wenn sich die Spannung des Gewitters in ihnen birgt. Aus allen Fenstern ein Geriesel unerkennbarer Gliedmaßen, bunter Tücher, gefangene Augen, dünne Rinnsale, die in das große Becken hinabflossen. Selbst die Morgenröte hing still an den Mauern. Sie lauschte. Ja, ein gottzugekehrtes Schweigen schien über die Welt gekommen, so gewaltig, dass Linda erschauerte, als dieses bedingungslose und doch mit Unglauben und Entsetzen gemischte Lauschen auch ihre vorbereitete Seele ergriff. Zitternd, atemlos, neigte sich ihr Leib aus dem Fensterrahmen, und sie merkte es gar nicht, wie sie von dem Arm der Dirne dabei fester umschlossen wurde, während ein paar heiße Lippen ihr ins Ohr vertuschelten. Dort drüben, traute auf den Stufen, der große im blauen Wappenrock, ja, das ist der Störtebäcker, sieh nur, wie die Affen ihm zuhören. Pah, ich kenn den Sauf aus, du bist mir lieber. Eine brennende Wange schmiegte sich an eine kalt durchfröstelte, und Linda duldete es, so körperlos hing sie hier in dem Gedränge, ihr innerstes selbst aber, ihr hingebungsbereites, blutig gequältes Sehnen, es hatte sich längst von ihr gelöst, und schritt nun über die vielen Köpfe hinweg den hellen Tönen entgegen, die unter dem gerippten Portal des Bischofspalastes sich hell und markig aufschwangen. Alles andere ging für sie unter, Linda sah nur das edle, herrschgewohnte Antlitz, überhaucht von einem im tiefsten glühenden Feuer. Seine Worte verstand sie nicht, wozu auch, sie begriff dennoch jede Biegung, jede neue Begründung dieses noch nie vor Menschenohren entwickelten Bekenntnisses. Unten ging ein ingrimmiges Stöhnen durch die Masse. Der fürstliche Verkünder, dort auf den Stufen, musste seinem Volk wohl die Verfolgung und die Schmach seiner bisherigen Lage geschildert haben. Nun aber hoben sich die Häupter begieriger. Man drängte sich näher, denn der Admiral warf den Arm vor, als deutete er seinen Schiffern eine bisher noch nie gesegelte Fahrt. Der Blonden stockte der Atem. Sie wusste es ja. Nun tauchte vor den Geschundenen und Gequälten, vor dem Auswurf alles Lebens das gelobte Land auf. Nun wurden sie von einer Riesenfaust aus dem stinkenden Schlamm gezogen und vor ihnen breitete sich eine saubere Erde, damit sie fortan in unangefochtener, unschuldiger Gemeinschaft auf ihr wohnen sollten. Ruhe! Ruhe! Linda presste die Hände auf das hämmernde Herz. Hier öffnete sich die steile, ungewohnte Straße. Würde das verdammte Geschlecht noch jung und hoffnungsstark genug sein, um sie überzeugt wandeln zu können? Oder hielt seine Verderbnis es bereits bei dem unheiligen Rachegeschäft fest? Noch regte sich nichts. Keine Welle lief über den Menschensee. Und so tief sich auch Linda beugte, ihre brennenden Augen nahmen weder Hohn noch Widerwillen, aber auch keine jauchzende Zustimmung wahr. In erstarrtem Schweigen stand die Flut, nur auf ihren Gründen wälzte es sich zuweilen wie ein langes, banges Wühlen. Heuch! sagte die schwarze Dirne neben Licinius. Was faselt der störte Bäcker? Will er Geld unter uns werfen? Aufgeregt nestelte sich die Flötenbläserin los, verließ den Knaben ohne weiteres und bald hockte sie ganz vorn in der Höhlung, wo sie die nackten Beine frech herabschlenkern ließ. Siehe, unter dem altersgrauen Portal des Bischofspalastes geriet ein merkwürdiges Wachsen in die ohnehin schon ragende Gestalt des Einsamen. Über sich selbst hinaus reckten sich seine Glieder, eine menschliche Pappe, die kein Ende für ihr Aufwärtsstreben finden wollte. Und seine letzten Worte schleuderte er hinaus, selbstbewusst, gewappnet, fordernd, gleichsteigenden Lerchen, die sich trotzig jedem Pfeil aussetzen. Und jetzt? Was geschah jetzt? In der gewalttätigen Überzeugung seiner Natur ballte der gereizte, weit vorgeworfen seine Faust und schüttelte sie, nicht nur gegen die starre Masse, die sich nicht wecken lassen wollte, sondern am meisten gegen den untersetzten Mann in der ledernen Schifffertracht, der kalt und unbeweglich eine Stufe unter ihm harrte, Goetheke Michael. Das letzte aber, was man vom Störtebäcker vernahm, war ein ungeheures, vermessenes, ihn wahrhaft schüttelndes Gelächter. Die Menge stand verbissen in Taubheit. Ungewiss brütete sie vor sich hin. Träge verfolgte sie allein aus tausend Augen die geballte Faust ihres Führers, denn jene Rechte wurde eben vom Sonnenlicht gefärbt, sodass aus dem Siegelring des Admirals ein schmales rotes Blitzen aufstieg. Ein Feuerstrudel tanzte auf seiner Hand. Die Menge rührte sich nicht. Da, plötzlich, ungewiss, aus welchem Grunde, schrillte ein Kreischen über den Markt. Ungebärdig, vielleicht vor Langeweile, hatte die Dirne in der Fensterhöhlung des silbernen Bischofs ihr Brusttuch von sich gerissen. Dadurch entblößten sich ihre Schultern vollends und nun schwenkte sie den Lappen unter Geschrei und Gelächter ungestüm in der stillen Luft. Als hätte es nur auf dieses Zeichen gewartet, brach endlich das lang gestaute Gewitter über dem Menschensee los. Ein Donnerschlag antwortete, ein Brausen warf die schweren Wogen gegeneinander, ein Orkan von Stimmen wütete, tausend schwielige Hände griffen in die Morgenröte, als wäre es jetzt möglich, die vorüberrollende Sonne festzuhalten, und durchzuckt von krampfigen Erschütterungen schwoll die brüllende Menge dem Portal entgegen. Wollte sie den Einzelnen dort oben, der in tiefes Staunen versenkt, war küssen? Wollte sie ihn ermorden? Keiner Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen, saß Licinius und horchte. All die verworrenen Stimmen, die unter Heulen und Toben etwas zu ersticken suchten, das den feinen Ohren des Knaben ein Völkerschluchzen deuchte, das blasse, reglose Menschenkind beherbergte seit Wochen all jenes Sieden, überquillen und Staunen in seiner eigenen Brust. Aber jetzt, da das Unbegreifliche, in trüben Stunden häufig Angezweifelte, sich der Erfüllung entgegenneigte, da Ausgestoßene und Verworfene sich für fähig hielten, ihre Verdammnis durch Arbeit und Brudersinn zu lösen, da sie die Macht spürten, das ursprüngliche Gute in sich anzubeten, um es weiter und weiter in Menschenfurchen zu streuen, da schauerte Licinius, denn er fühlte sich von unbarmherzigen Fäusten emporgerissen und ein herrischer Mund küsste wie schon oft seinen Scheitel. Erlösung durch Menschenhilfe, ein Neuanfang, eine Wiedergeburt schon auf Erden, Gesegneter, O Gesegneter, der diese Quelle des Heils unter dem untätigen, pesthauchenden Himmel erschlossen, O du Geliebter, Gesegneter, Einziger! Aufschluchzend presste der Knabe beide Hände vor sein Antlitz und während unten des Jauchzens kein Ende war, rieselten ihm Schmerz und Danktränen reichlich über die Wangen. Guck, wie der Dummkopf heult, spottete die Flötenbläserin und stieß ihn während des Vorüberschreitens mit dem Fuß in die Seite. Auf dem Markt hörte man jetzt eine andere Stimme. An der Stelle, wo bisher der störte Bäcker sich gezeigt, stand nun der Mann in der ledernen Schifffertracht. Kurze, fortschleudernde Handbewegungen deuteten an, dass er mit hartem Wirklichkeitssinn das einriss, was eben in die Luft gebaut war. Allein der Triumph des Anderen überheulte ihn. Das Volk kehrte jauchzend der nüchternen Vernunft den Rücken, um jenem nachzuströmen, der ihm soeben das Herrlichste, nie mehr erwartete, versprochen, die Rückkunft in Sorglosigkeit, Bürgertum und Menschenachtung. Immer huldigender prallten die Haufen gegen den aufgerichtet Schreitenden an. Sie küßten ihm den Mantel, sie warfen sich vor ihm nieder, sie schrien verzückt seinen Namen, und dennoch blieb stets ein Raum zwischen dem im blauen Wappenrock und den Namenlosen Gewahrt, denn die unsichtbare Mauer zwischen dem Schöpfer und dem Empfangenden ließ sich auch hier nicht überklettern. Vor der Tür des silbernen Bischofs wandte sich der Gefeierte noch einmal zurück. Tut euch gütlich, warf er hin, in allen Schenken fließt heute roter und weißer Freiwein, an jeder Straßenecke lasse ich einen Mastochsen vor euch braten, so nehmen wir von dem Raubgut Abschied. Gebrüll stieg zum Himmel, dann knarrten die Treppenstufen, und der wohlbekannte federnde Tritt verkündete sich, aber wie anders kehrte Klaus Störtebecker zurück, als der hochgestimmte Licinius ihn erwartet hatte. Erhitzt, mit funkelnden Augen, an jeder Hand eine Dirne mit sich schleppend, so stürmte der prächtig Geschmückte herein. Als er seines Begleiters ansichtig wurde, da stieß er die beiden Weiber von sich, und trunken von seinem Erfolg, schloss er den Knaben in die Arme und hob die zarte Gestalt spielend empor. Blondkopf löste es sich aus der mächtigen Brust. Hast du's gehört? Was sträubst du dich? Was starrst du mich so an? Ja, es macht heiß, wenn der Atem der Zwiebelfresser übel um einen duftet. Gib Achtung, ich hab etwas für dich. Lauf zu Michael, er wohnt in der Kurie, und lad ihn für heute Nacht auf die Agele. Spring kleiner, ich muss ihn Ende von Drittes Buch Kapitel 2 Gelesen von Markus Wachenheim Drittes Buch Kapitel 3 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Böses Wetter herrschte über der Agile, nicht als ob Wind und Wogen den Segler zum Streit herausgefordert hätten, denn der Himmel lachte im hellsten Gold und die Flut breitete sich als ein blauer Acker vor dem Meerwanderer aus. Nein, es war die schlechte Laune des Admirals, die immer schwer auf dem Schiffsvolk lastete, sobald das Unvermögen besonnenen Wartens die Herrschaft über den Lebhaften erlangt hatte. Die Tat, auch die aussichtsloseste, schloß er jauchzend in seine Arme, das Hinbrüten jedoch, das Minute an Minute rein ertrug er nicht, und mitten aus der erzwungenen Ruhe schoss er manchmal empor, entschlossen, durch irgendeinen heftigen Wurf den Zaun, von dem er sich eingeengt wähnte, zu zerschmettern. In solcher Lage aber befand sich der Sieger von Whispy nach seiner Meinung gerade jetzt. Die Tage wollten sich für ihn nimmermehr vom Firmament lösen, und keine noch so drohend emporgereckte Faust beschleunigte ihre Fahrt. Unerträglich! Nicht wahr zu leben! An der Galerie, die ganz hinten am Heck zu Füßen des gewaltigen Aufbaues den Abschluss des Schiffes bildete, schritt der Störtebäcker eines Morgens rastlos auf und nieder. Das Haar flatterte ihm um die Stirn, und seine schwarzen Augen spähten über die eingefürchte Kielinie zurück auf den Weg, den er gekommen. Hinter ihm war die tote Stadt längst versunken. Das letzte Goldkreuz ihrer Kirchen hatte sich in Dunst aufgelöst, und das Einzige, was sich auf der Fläche abzeichnete, waren die zwerghaften Umrisse von zehn schwarzen Freibeuterschiffen, die im weiten Umkreis dem Kurs der Agile folgten. Nur zehn? Wohin hatte sich der übrige Teil der noch vor Kürzem so stattlichen Flotte verloren? Und weshalb befand sich Gödeke Michael nicht in der Gesellschaft seines Freundes? Wo blieben der Magister und der fromme Saufbruder Wichbold? Und noch eins? Den Kundigen war es schon seit geraumer Zeit aufgefallen, dass man die dänischen Gewässer verlassen und auf der Höhe der deutschen Küste kreuzte. Spürte der Admiral plötzlich Sehnsucht nach Heimat und Sippe, die er stets hofertig verleugnet? Niemand erfuhr es, und unentwegt hielten sich die Schwarzflaggen auf derselben Mähstraße. An klaren Tagen konnte man aus den Mastkörben bereits die blauen Linien von Rügen dämmern sehen. Allein kein Näherrücken gab es, sondern man harrte. Enttäuscht lehnte sich Klaus Störtebecker an die Wand des Aufbaus, kreuzte die Arme über der Brust und schickte noch einmal einen hoffnungslos finsteren Blick über die lachende Ferne. Nichts. Das, was er erwartete, die roten Segel, die in der Nacht seine Träume teilten, sie wollten sich nicht zeigen. »Ich möchte lieber«, sprach er endlich höhnisch zu dem Knaben Licinius hinunter, der mit einer Schreibarbeit beschäftigt zu den Füßen des Admirals hockte, »der dicke Wichbold schwömme als ein unförmig Bauchgebirge an uns vorüber, als daß mich der Wüste Saufaus noch länger nahrte. Acht Tage! Könnte ich doch mit dem Wind dem widrigen Kerl meinen Namen in die Ohren heulen, ich!« Mitten im Satz schleuderte er jedoch alles weitere von sich, um sich unvermutet zu seinem Gefährten herabzubeugen, denn das Schweigen des Knaben verdroß den Heftigen. »Was bedeutet ein ewiges Gekritzel?« rief er hastig. »Was treibst du, Bursche?« Folgsam schloß der Angeredete seine Wachstafel. Allein seine Augen suchten fortgesetzt den Boden, als er stillerwiderte. »Ich tue, was du mich geheißen.« »Ich?« Plötzlich lachte der Riese und fuhr dem Blonden versöhnt über die Locken. Er besann sich. Damals, als er zur Nacht von Whispy auf sein Schiff zurückkehrte, war ihm zum ersten Mal der Einfall aufgestiegen, es sei ratsam, vor Mit- und Nachwelt jene Begebenheiten aufzuzeichnen, die sein seltsamen Vorhaben gefördert oder gehindert hätten. Denn, ohne dass sich der Sorglose ganz klar darüber würde, hatte ihn ein drängendes Verantwortungsgefühl gegenüber seinen eigenen Plänen erfasst, sodass er meinte, sie müssten in ihrer Ursprünglichkeit erhalten werden, auch wenn er nicht mehr atme. »Geh, Bübchen!« hatte er sofort seinen Gefährten angepackt, da Licinius in jeder Nacht auffallend wortlos und sonder Teilnahme neben dem innerlich Berauschten einherging. »Du hast ein Reinhardts. Zeichne auf, was du hier erspähst. Mag dein Sanftgemüt einst für mich zeugen, wieder Trug und Missgunst.« Und so hatte der Knabe in all seiner bedingungslosen Schwärmerei und heimlichen Trauer zur Schreibtafel gegriffen. Heute entdeckte nun der Seefahrer ganz unvermittelt, nachdem er endlich seinem verbitterten Warten entrissen war, was sich längst in seiner Gegenwart entwickelt, und sofort entwendete er dem Knaben die Tafel vom Schoß, um sie in starker Spannung zu überfliegen. Er lehnte noch immer am Aufbau, aber bevor er zu Blättern begann, warf er dem Blonden erst noch einen merkwürdig fragenden Blick zu. Der hielt das blitzende Augenpaar gefasst aus, wie jemand, der mit sich und seinem Urteil im Reinen ist. Da schlug der Störtebäcker das Buch auf. »Nun gut, Licinius«, meinte er neugierig, »laß sehen, was ein sauberer Spiegel zu melden weiß.« Klangvoll fing er an zu lesen. »Dies schreibe ich der Wahrheit zuliebe und auf das mir selbst einst vergeben werde.« Der Störtebäcker hat auf dem Markt zu Whispy alles Volk zu sich bekehrt. »Bis auf die wenigen um Götike Michael.« »Dies ist ein Schade, denn es sind gar wackere Schiffer und in guter Zucht.« Die anderen aber streckten die Hände zu ihm wie zu einem Gott aus der Höhe. Sie küßten ihm den Mantel, einige ließen ihn über sich wegschreiten und ich habe etliche Narbengesichter weinen gesehen gleich den Kindern. Niemals zuvor wurde er aber auch Verlassenen dergleichen verheißen und unser Herz quoll über vor Dank und Sehnsucht. Am Abend kehrte der Störtebäcker heim auf die Agile. Seinem blauen Prunkrock war böse mitgespielt und er selbst gebärdete sich hitzig und voll Unrast, so dass man hatte fürchten können, er habe seinen Stern in übler Gesellschaft verloren. Bei dieser Stelle fuhr der Lesende erstaunt herum, strich sich über die Stirn und schlug dann auf die Wachstafel. »Was hast du hier geschrieben, Pfand?« rief er, nicht ganz sicher. Dann aber faßte er sich. »Töricht Kind! Weißt du nicht, dass des Menschen Gebein aus Ton und Erde gemacht wurde? Es kann den Funken nicht immer vertragen.« »Ich will den Satz tilgen«, versetzte der Knabe sanft. »Nein, mag er bleiben«, bestimmte der Admiral nach einer Weile und versuchte zu lachen. »Er meint es redlich. Gehen wir weiter.« Zur Nacht kam der Goetheke Michael an Bord. Mein Herr hatte ihn durch mich bescheiden lassen. Wir saßen zu dritt in der Kajüte. Der Michael hatte ein ernst und undurchdringlich Gesicht und verschlossen war sein ganz Wesen. Es schien mir aber dennoch, dass seine Augen voll Trauer und Teilnahme an dem Störtebecker hingen. Da griff ihn mein Herr gleich scharf an und sprach. »Goetheke, warum hast du dich heute wieder mich gewendet?« »Darum«, sprach er, »weil du über die Wolken stiegst und der armen Sach auf Erden ausgefochten wird.« Der Störtebecker hielt an sich und erwiderte, »Weißt du denn nicht, dass ich darauf bin, ihnen ein Asyl zu öffnen?« Der andere zuckte die Achseln und sprach, »Wie willst du wohl dazu kommen? Auf den Schiffen sind wir stark, aber zu Land ein verloren Häuflein. Mit so geringer Macht wird nicht einmal ein Acker gewonnen.« Da lachte der Störtebecker hell auf und sagte, »Potzmarter, du denkst nur immer an Schädelspalten.« »Ich aber will mein Land in gutem Frieden mit Gold und Silber einhandeln.« Darauf schwieg der Götheke Michael eine Weile und bedachte sich. Dann fragte er, »Wer solch ein Land wohl freiwillig verkaufen würde?« Als er nun hörte, dass mein Herr schon den Hauptmann Heino Wichmann auf Kundschaft zu den Fließen gesendet hätte, da die Großen dieser Stämme aus Geldgier sogar ihre eigenen Weiber preisgäben, da schüttelte er den Kopf und fragte zum Schluss, »Und woher willst du eine solche Menge Goldes nehmen, wie sie gewißlich von dir fordern werden?« Da zögerte der Störtebecker ein Weniges und es war, als ob er sich schäme. Dann aber schüttelte er es ab und meinte kecklich, »Ich weiß, eine Stadt in Norwegen, die hat sich seit Alters her gemästet, so daß sie schier stickt vor Wohlleben und Überfluß. Auch die Hansischen halten dort ihre Kontore und nagen gleich den Ratten am Speck der Eingeborenen. Dorthin will ich den dicken Wichbold mit zwanzig Koggen senden, damit er den feisten Wanst mit Tribut und Steuer zur Ader lasse.« Kaum hatte der Michael dies vernommen, da sprang er auf, stieß den Tisch von sich und schrie, während die Zornader ihm schwoll, »Ist der Wichbold schon fort?« Und als mein Herr bestätigt hatte, die Koggen wären schon seit Mondaufgang unter Segel, da geriet der Michael außer sich, hieb auf die Tischplatte und verschwor und vermaß sich, ganz rot war er im Gesicht, als er hervortobte, »Wehe, du hast unsere Sache erwürgt und ins Grab geworfen!« »Gödecke«, unterbrach der Störtebecker, und ich glaubte, er ersticke, »Nimm dich in Acht, mich hat noch niemand beschimpfen dürfen!« Bevor aber noch ein Unglück geschehen, da hatte der Michael sich selbst an der Brust gepackt und nun wirkte und rang er gar erschrecklich, bis er endlich in seiner gewohnten Weise hervorbringen konnte. »Ich kenn deine Stadt.« »Heißt sie nicht Bergen?« »Du sagst es«, erwiderte mein Herr. »Und ich kenne auch den dicken Wichbold«, entfuhr es dem anderen, »diesen Wegelagerer und stinkenden Weihrauchkessel.« »Gib Acht, in der Linken sein Gebetbuch und in der Rechten ein Bund brennenden Werks wird er die Bergen errösten, nachdem er ihnen zuvor das letzte Kissen aus dem Bett gezogen. Weißt du auch, was daraus entsteht? »Die Dänischen und die Hansen werden gemeinsam über uns kommen, und um so lieber, als die Schiffe des Preußischen Ordens jetzt schon gen Wispy unterwegs sind.« »Zweifle nicht, dies muss die Schwarzflaggen zu Fetzen zerreißen.« »Als mein Herr so die Nahegefahr verkündet hörte, da wuchs er in die Höhe, gerade wie damals, da die Steinkugeln des Konnetable unser Deck zertrümmerten.« »Schweigend«, schritt er in eine Ecke, holte von dort seinen langen Hieber hervor und streckte die Waffe vor sich hin. »Höre, Gödecke«, sagte er, und es konnte ihm keiner von uns in die Augen schauen, so grimmig flackerten sie. »So wenig ich über dies Eisen springen kann, während ich es in meiner Faust halte, so wenig wird dies alles geschehen. Meint der Wichbold etwa, ich wäre ein Hündchen, das im Schoß einer Dame schmeichelt? Er weiß, so auch nur einem Börgener ein Haar gekrümmt wird, so will ich ihn selbst schänden, daß kein Weihwasser mehr das Mahl von seinem Pockenfraß abwäscht. Sei sicher, die Furcht wird ihm raten.« Damit warf mein Herr den Hieber von sich, holte tief Atem und seufzte. Nachher sprach er mit einer treuherzigen und traurigen Stimme. »Aber dies ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist etwas anderes.« Er legte dem anderen die Hand auf die Schulter. »Ist es wahr, Gödeke, daß du von mir gehen willst?« »Ja«, rang sich der Michael langsam ab, »meine Zeit ist gekommen.« »Gödeke«, rief nun mein Herr, »bist du des Raubens und Stehlens noch nicht satt?« Über das Gesicht des Michael lief eine Röte. »Ich habe mein Tag nichts für mich genommen«, rechtfertigte er sich rasch, »aber es muß einer da sein, der für die Geknechteten und Geschundenen als ein Racheengel daherfährt. Was würde, wenn die Mächtigen nicht mehr vor dem Würger schauderten?« Der Störtebäcker nickte und sah vor sich nieder. »Und von dem Wiederanfang hältst du nichts?« fragte er. »Ich bin ein Kriegsmann«, zuckte der Michael die Achse. »Wir haben am Kreuz gestanden und den Herrn vergeblich verröcheln gesehen. Seitdem weiß ich, daß Blut um Blut gefordert werden muß.« »So gehe«, fuhr der Störtebäcker heftig auf, »und wir wollen warten, wer unsere Sache besser nützt.« »Dies geschehe«, sprach der andere kalt und wandte sich. So wären die beiden alten Genossen schier unversöhnt voneinander geschieden, wenn nicht der Störtebäcker dem Michael mit einem Sprung nachgesetzt wäre, gerade als jener die Treppe erreichte. Aber auch der Michael kehrte zu gleicher Zeit um und streckte meinem Herrn beide Hände entgegen. »Bruder«, rief der Störtebäcker in einem Ton, wie ich es bis dahin noch nie von ihm gehört. Auch dem anderen schien das Wort durch und durch zu gehen, denn er führte die Hände des Freundes gegen seine Brust und sah ihn lange an. Dann sprach er, »Klaus, seit du als Halbpflöger zu mir kamst, hast du ein reiner Licht über mein Handwerk fallen lassen als je vorher. Das will ich dir nimmer vergessen. Darum kann ich auch in der Ferne nicht aufhören, auf dich zu achten. Geht es dir aber übel, so sende mir unsere Schwarzflagge und hänge deinen Siegelring daran. Daraufhin will ich meinen Kopf für dich wagen wie bis auf diesen Tag. Und nun frisch, Klaus, tue, was dein Herz dich lehrt und was ich nicht mit dir tun kann.« Darauf umarmten sich die beiden Männer und gingen auseinander. Hier schloß der Admiral das Buch, löste sich ein wenig von der Wand des Aufbaus und sein Blick glitt abgekehrt zu der Kielfurche hinunter, die sich wirbelnd in der Weite verlor. Die Bilder aber, die sein Schreiber entrollt, gaben ihn noch nicht frei. Sie fingen ihn vielmehr in einen dichtbevölkerten Käfig ein, aus dem es keinen Springen gab. »Nein, das nicht! Was sollte der Verkehr mit Schatten?« Gewaltsam schüttelte sich der Entrückte, um, wie zur Rettung, abermals nach der Tafel zu greifen. »Siehe da! Waren da nicht in kleinerer Schrift ein paar Zeilen eines Nachtrags hingesetzt?« Klaus beugte sich, um sie zu entziffern. Und während des Ausdeutens kam dem Lesenden der Argwohn, als habe der Schreiber absichtlich seine Zeichen grauser und undeutlicher gehalten als bisher. Da stand, »Dies schreibe ich für mich allein.« Als der Michael gegangen war, da stand mein Herr steingehauen, als wäre er aus der Welt ausgestoßen und verbannt. Aber dem war nicht so. Wer ihn recht betrachtete, der merkte wohl, dass ihm während dieses ganzen Streites ein weißes Licht auf der Stirn geleuchtet, so dass man hätte vor ihm niederknien mögen und ihn anrufen, »Nimm mich mit dir, wohin du dich auch wendest.« Deshalb weiß ich, unser Heil ist nur in den Spuren dieses einen. Denn er sucht das Gute. Und ob es sich auch tief versteckt, es ist nicht aus der Welt. Mögen wir alle es schauen vor unserem Ende. Tief aufatmend fügte der Störtebäcker die Wachsplatten zusammen, schlang die Bänder um die Holzhülle und reichte Licinius, der sich inzwischen erhoben, die Tafeln zurück. Auf dem engen Raum hinter der Galerie standen sie dicht nebeneinander. Ein Ausweichen war nicht möglich. Gern hätte der Knabe erfahren, ob der Admiral mit der Schreibarbeit zufrieden sei. Allein dieser hatte sich abgekehrt, so dass seine Gesichtszüge dem Blonden verborgen blieben. Da versuchte Licinius, dem Seemann die Hand bescheiden auf den Arm zu legen. Kaum aber spürte dieser den Druck, da fuhr er zum Schrecken seines Gefährten mit einem Sprung herum. Dann ein Augenblick des Erstarrens, und in den Blonden schlug es ein, dass dies nicht mehr derselbe sei, dennoch soeben höhnisch, ungeduldig, verbittert nach seinem Schicksal ausgespäht. Nein, wild, hingerissen, über alle Grenzen geschleudert, so stand der leuchtende Mensch vor dem Fassungslosen, der solch jähen Wechsel nicht gleich begriff. Dann ein selbstverständliches Zupacken, in irrem Schwindel fühlte Linda ihre Glieder emporgeworfen, und dann lag sie wie in einer mächtigen Wiege, und das edle und doch so fürchterliche Antlitz ihres Bezwingers beugte sich nah und näher auf die Zitternden nieder. »Knabe, Weib, was bist du eigentlich?« jauchzte ihr eine heiße, verzehrende Stimme ins Ohr. »Du Stern, der mir vom Himmel herabfiel, was soll die Vermummung?« Da sprang über der Hingestreckten das blaue Gewölbe auseinander. Entsetzen und Verzückung stürzten zugleich auf sie herab. Voll Schauder warf sie die Hand gegen die sündhaften Augen. Allein der erhobene Arm brach kraftlos auf halbem Wege zusammen, und nichts als eine lächelnde Starrheit war dem erschreckten Bedränger preisgegeben. Als ihn dies gänzliche Verstummen erreichte, da kehrte dem Betroffenen die Besinnung zurück. Eine bittere Verachtung verzerrte plötzlich seinen Mund. Schützend packte er seine Last fester, und zum ersten Mal warf er einen scheuen Blick um sich, ob auch die Mannschaft nichts von seiner Verlegenheit erkundet. Allein, da hinter dem hohen Aufbau keine Überraschung zu besorgen war, so öffnete der Störtebäcker entschlossen die schmale Hinterpforte, und gleich einem Einbrecher schlich er tief gebückt in die große, dunkle Kammer. Ein Lichtstrahl verriet ihm die Lagerstreu seines Gefährten. Nur Stroh und Schilf, sowie eine raue Decke, dieten hier zu Rast und Schlummer, und eine heimliche, nie empfundene Bedrückung belehrten den Eingedrungenen, ganz unerwartet, welcher Dürftigkeit das verwöhnte Geschöpf, das er jetzt so behutsam auf den Armen trug, sich hier habe anpassen müssen. Und weshalb? Weil sie, die gemißhandelte, unverrückbar und felsenfest an seinen Stand glaubte. Ein heißer, dankbarer Blick streifte das totenähnliche Antlitz, und während er den fühllosen Körper sanft auf die Streu gleiten ließ, da regte sich in den Prachtliebenden, stets zu jeder Verschwendung bereiten, ein unzähmbarer Haß gegen die Ärmlichkeit dieses Lagers. Wie? Er selbst wühlte im Golde, und seine Nächsten sollten darben? Das konnte ihm nur Schande eintragen. Solches berichteten auch die Lieder keines Weges, die man im Volke von ihm sang. »Wulf, Wulf, lahm!« befahl er eine Weile später, als er überdeckschritt, seinem Bootsmann. »Wir haben noch die Schlaftruhe des Bischofs von Strangnäs an Bord. Schnell, schaffe den Plunder zu Licinius in die Kammer. Das Büblein braucht sich die Knie nicht wundzuscheuern.« Vergnüglich wollte der Schiffer Beifall grinsen, allein ein Blick auf das hochmütige Gesicht seines Herrn ließ es ihm doch geraten erscheinen, lieber die Kappe zu lüften, um sich dann wortlos an seine Arbeit zu trollen. Er wusste aus Erfahrung, wie wenig für Einverständnis und Vertraulichkeit von diesem Seethyrannen in gleicher Münze eingewechselt wurde. Tag und Nacht war verstrichen, und in seiner Kajüte streifte der Störtebäcker ruhelos auf und nieder. Zuweilen hörte man auf Deck, wie unten ein harter Faustschlag gegen die Holzwände dröhnte. Zwiefach harrte der Admiral. Auf die roten Segel, die nicht aus dem Horizont brechen wollten, und ein heftiger Zorn peinigte ihn daneben, weil ihm sein Knabe heute zum ersten Mal nicht bei Tisch aufgewartet. »Was sollte das?« »Auflehnung?« Der Gereizte blieb stehen, und ein verständnisloser Blick streifte die lederne Peitsche an der Wand. Er wusste nicht, was er wünschte. Gleich darauf zwar brach er ein Hohn über sich selbst aus, und er verspottete sich, weil in dieser unerträglichen Spannung Weiberkram seine Gedanken beeinträchtigen konnte. Angestrengt sah er eine Weile nach und horchte, ob sich kein weicher Tritt melde. Als ich jedoch nichts regte, spritzte ihm die Wut verschärft in die Stirn, und doppelt besessen stürzte er an die Schiffsluke, um in ohnmächtiger Verzweiflung über die schwanke Ebene zu spähen. Nichts, nichts, bei den fünf Wunden, nicht der Schatten eines Käfers ließ sich entdecken, und mit schmerzenden Augen taumelte der Unbändige zurück und raufte sich stöhnend das Haar. Zwanzig sahen am mächtigsten Schiffe, der Kern der gesamten Schwarzflaggen. Sie waren verschollen. Er hatte sie unter die Hand eines gewissenlosen Henkerknechtes gegeben, und nun bohrte in ihm die immer spitzere Erkenntnis, dass auf diesen Planken alle Hoffnung der Armen und Elenden verladen war, zu deren Wortführer er sich aufgeworfen. Welch ein Hohngelächter würde rings um die Küste schallen, wenn man erst erfuhr, dass diese gefürchtete Waffe vielleicht von einem seiner eigenen Genossen gestohlen war? Lähmend stieg ihm die Befürchtung des Göhleke Michael auf, und zu stolz und herrschsüchtig, um den geringsten Vorwurf zu erdulden, begann seine Tobsucht, nach irgendeinem Opfer Ausschau zu halten. Warum kroch dieser blonde Tröster nicht wie sonst gleich einem demütigen Hündchen zu seinen Füßen? Das durfte der Herr doch verlangen. Und wieder haftete sein verwirrter Blick an der Lederpeitsche, und seine Rechte streckte sich krampfgeschüttelt nach ihr aus. Da, mit einem Mal, welch ein singender, langgezogener Ruf aus den Himmeln! Der störte Bäcker schnellte in die Höhe, und so sehr hatten sich alle seine Sinne in eine einzige Erwartung verzogen, daß er die Gestalt nicht unterschied, die jetzt in die taghelle Öffnung der Tür drang. »Herr!« jubelte Licinius, wie immer ein Bote des Glücks, »der Wichbold!« Da wurde ihm noch einmal der Freispruch von unerträglichen Foltern vergönnt, die Entkettung von irgendetwas Wildem, Bösartigem, das schon Gestalt gewonnen. Beide Arme warf der Störtebäcker auseinander und stürzte auf den Ersehnten zu, als wollte er abermals die seinen, schlanken Glieder im Übermaß des Entzückens an sich pressen. Aber der gewaltige Zug, der über ihm war, sprengte ihn weiter. Nur die Hand des Knaben umklammerte er, und ohne sich für der um ihn zu kümmern, riß er den Blonden widerstandslos hinter sich her auf Deck. Oben ein glasheller Sommertag, und unter ihm das seidige Wallen des Blauen Meeres. Jedoch der Besessene blieb blind für die gewohnte Pracht, ihn trieb einzig die lodernde Wut seines Wesens an, sein abergläubisch verehrtes Glück, allein und weit über den Häuptern der anderen auskosten und ermessen zu dürfen. Niemals hatte er sich dazu hergegeben, heute stürmte er unempfindlich gegen seine Würde über die Strickleitern empor, und bald entdeckte ihn die erstaunte Mannschaft, wie er hoch oben in der rot gestrichenen Masttonne sich weit über den Bügel warf, um die ungeschützten Augen frech und dürstig in die Sonne zu bohren. Ja, von dort her schwamm sein Glück. Mit rotglitzernden Funken war die Straße gepflastert, über die es langsam ein Herzog, wenn man auch bis jetzt nichts weiter als eine sich immer vergrößernde Anzahl schwarzer Flaggen unterschied, die scheinbar von unsichtbaren Händen durch die Wolken getragen wurden. Da wartete der Störtebäcker nicht länger ab, bis sich auch der Rumpf jener Schiffe zu zeigen begann. Er fragte sich in seinem Taumel auch nicht, warum der Leib der Koggen gar so dünn und linienhaft am Horizont haftete. Mitten in der lauen Luft wurde die riesige Gestalt dort oben von einem übernatürlichen Sturm geschüttelt, und mit einem ins Unermessene langenden Griff zehrte er die Schwarzflagge von der Wimpelstange, und nun schwenkte er sie in langen, atemlosen Windungen durch den goldspinnenden Äther, bis das dunkle Tuch selbst von Feuer und Brand erfasst schien. Er grüßte sein Glück, er grüßte das Heil der Unzähligen, von dem er meinte, dass es ihm jetzt unwiderruflich in die Hände gegeben sei. Da brandete auch unter dem Schiffsvolk der langgesparte Beifall empor. Linda, die fast unkörperlich zwischen den schreienden, winkenden, durcheinander wimmelnden Männern umherirrte, denn ihr Blick kletterte über alle hinweg dem trunkenen Fahnenschwinger in die Lüfte nach. Sie fing dennoch auf, wie der Jude Isaak den kleinen, zahnlosen Arnold Frohwein an den Katzenpfötchen packte, dazu innenbrünstig murmelnd, »Glaubst du nun, Bruder, dass sie da sind?« »Wer?« miaute der ehemalige Töpfer, der sein gezwungenes Grinsen nicht lassen konnte. »Das neue Reich, der Messias.« »Mag sein,« zischte der andere, und in seinen Augen entzündete sich ein grünlicher Brand. »Aber die Katzen müssen erwürgt werden, damit Urian sich nicht in dem neuen Reich Kinder zeuge, und auf das Streckbett soll man spannen, was sich Richter nennt. »Meinst du nicht, Freundlein?« Der Jude sah ihn starr an, dann ließ er die kratzenden Nägel fahren und grübelte bange in sich hinein. »Lass, dort ist Freundschaft. Wo sonst?« Inzwischen war der Störtebäcker geschmeidig an den Wanden herabgeglitten. Nun bildete sich eine schweigende, atemlose Menschengasse, durch die er hindurchschritt. Noch immer hing an Leuchten, ein Jubel an dem Riesen. »Komm, Licinius,« befahl er, als er den Knaben erreicht hatte, »hilf mich schmücken. Die Spielleute sollen sich bereithalten. Wir wollen dem Wichbold ein Bankett geben, wie sich Silene und Bacchus nimmer erträumt haben. Tummele dich, Kleiner, dass er uns nicht überrasche.« Allein der Wichbold kam nicht. Längst schimmerte die Kajüte der Agile in ihren satten Farben, wie zum Hohn sandten die Spielleute ihre Weisen in den sinkenden Tag, und in seinem roten Prachtwams saß der Admiral blass und verstört unter den brennenden Laternen und ließ sich von Licinius einen Becher nach dem anderen füllen. Der Erwartete stellte sich nicht ein. Durch die offenen Luken sah man, wie sich über die Flut grauer Schaum wälzte. Allmählich liefen die Mondkäfer über die tanzenden Hügel hinweg. Das Gesumme der Nacht meldete sich. Endlich ertrug der Störtebäcker die getäuschte Erwartung nicht länger. Geräuschvoll sprang er auf, und so sprechend war die Gebärde, mit der seine Rechte in die leere Luft griff, dass ihm Licinius, ohne weitere Frage, den schwarzen Mantel um die Schultern hing. Achtlos nickte der Admiral, dann stieg er schweren Trittes die Treppe hinauf, und kaum hatte er auf Deck die Bordschwelle erreicht, so schrillte jener Pfeifentriller über See, der eine der begleitenden Snügen herbeirief. Gleich darauf schwang sich die hohe Gestalt unter die Ruderknechte des Bootes. Bevor er jedoch die Weisung zum Aufbruch erteilte, warf er noch einmal das Haupt herum, denn er vermisste etwas. Oben an der Bordschwelle lehnte Licinius, um schweigende Abfahrt beizuwohnen. Da hatte der Riese gefunden, was ihm fehlte. Spring herab, hieß er den Knaben, und als dieser zögerte, noch einmal ungeduldiger. Springe, der widerfährt nichts. Da erstarb das Widerstreben in dem Erblasten, folgsam schloß er die Augen, und ohne einen Laut von sich zu geben, ließ er sich durch die Bordlücke in die Schwärze fallen. Allein er berührte den Boden nicht, denn in heftigem Anprall stürzte er dem Störtebäcker in die geöffneten Arme. Recht, murmelte der und setzte seinen Gefährten sorgsam neben sich auf die Ruderbank. Nun zum Wichbold. Rauschend verlor sich das Boot im Dunkeln. Am Nachthimmel hing bereits der Mond, als sie Snüke in die Linie der Wichboldschen Schiffe einfuhr. Diesmal aber mußte es auch dem Unbefangensten auffallen, wie tief und schwer beladen die Fahrzeuge im Wasser lagen. Augenscheinlich hatten die Ungeheuer über jedes Begreifen hinaus von dem Hab und Gut, um das aller Streit in dieser Welt geht, in sich eingewirkt. Besonders war es die goldene Biene, die Führerkogge des Wichbold, die unbeweglich herabgedrückt in den schwarzen Wassern lag. Und als ihre Besatzung von den Bootsleuten angerufen wurde, da antwortete zunächst ein dumpfes, bleierndes Schweigen. Leblos oder von dickem Schlaf umhüllt, ruhte die Biene auf der Flut. Jetzt stieß das Boot an die Wandung und zu gleicher Zeit richtete sich der Störtebäcker sonderbar schwerfällig unter seiner Schar auf und führte mit dem Ruder einen harten Schlag gegen die Planken. »Wichbold!« schrie er. Es klang beinahe ängstlich. Auf der Kogge gab sich noch immer kein Lautkund, doch an den Masten glitten wenigstens ein paar Laternen in die Höhe und eine Strickleiter fiel mit Gepolter über Bord. Wortlos schwang sich der Störtebäcker hinauf. Ungeheißen kletterte Licinius ihm nach. Auf dem Deck der Biene stand die Mannschaft Kopf an Kopf, eine dunkle, nicht unterscheidbare Masse. Aber merkwürdig, kein Ruf hieß den sonst so gefürchteten Führer willkommen. Schweigend, verlegen wich die Menge vor dem einzelnen Mann auseinander, bis ganz hinten am Mast eine aufgeschwemmte, unförmige Gestalt sichtbar wurde. Die sank, wie ein baufällig Weinfass, vor dem noch Fernen zusammen und man konnte fast annehmen, sie wolle zur Begrüßung in die Knie brechen. Alle Heiligen, gürgelte es tonlos aus dem Zober, du, mein gesegneter Freund. Irre fuchtelten ein paar fleischige Hände dazu in der Luft. Allein, trotz dieses demütigen Empfanges, rührte sich der Ankömmling nicht. Starr aufgerichtet verharrte er in der Menschengasse, und nur die vom Laternenschein grünlich getroffenen Augen des Admirals wanderten ungläubig, ja, wie von aufsteigendem Irrsinn entzündet, über die merkwürdige Beute der Biene. Da lagen freilich Kostbarkeiten aufgestapelt, die man sonst nicht oft beieinander findet. Truhen waren über Truhen geschichtet, die meisten halb offen, so dass Gold- und Silbergeschirr, kupferne Ampeln, eiserne Lichtreifen, Holzschnitzereien, bunt gemalte Wappen und Gildenschilder, riesige Deckelkrüge, sowie Fetzen unordentlich hineingepreßter Teppiche aus ihnen hervorlugten. Etwas weiter türmten sich verschimmelte Wein- und Bierfässer übereinander, ungeheure Ballen unverarbeiteter Tuch- und Leinenstoffe hoben sich bis zur halben Höhe der Masten. Da standen Pferde und Kühe angebunden, dort verschlangen sich Betten, seidene Frauenkleider, Schuhzeug und allerlei Gewaffen zu einem unerkennbaren Haufen. Und ganz hinten auf dem Aufbau beugte sich inmitten eines wüsten Reigens von Weihrauchkesseln, Messegewändern und Stola-Stickereien, Opferschalen und Prozessionsfahnen, eine überlebensgroße Mutter Gottes wehklagend zur Erde nieder, obwohl nichts anderes vor ihr lag, als ein Stoß scharf duftender Lederhäute. Erst allmählich schwamm dieses tolle Durcheinander aus dem undeutlichen Laternenlicht hervor, und je brütender der Störtebäcker auf jedes einzelne Stück hinstierte, desto qualvoller breitete sich unter der Mannschaft diese unbeschreibliche Strafe des Schweigens aus. Einzelne wischten sich mit groben Fäusten den Schweiß von der Stirn. Hör, hör, jammerte von seinem Mast aus der dicke Wichbold und schlug, während er ein paar Schritte vorwärts wankte, schallend die Hände zusammen. Dies ist nicht mein Werk, beileibe nicht. Wie es wohl getan ist, den Ungerechten von ihrem Überfluss zu helfen, damit er unter die Armen verteilt werde, so ist dies hier eine Versuchung vom Herrn der Finsternis. Nicht ich, nicht ich, so wahr ich will selig werden. Noch immer tasteten die Blicke des Störtebäcker umher, taub und unempfindlich schien er, und so faßte der schwammige Buschklepper den Mut, wieder einen Schritt näher zu rücken. Verzeihungsheischend beugte er sein graulockiges Haupt, wobei er sich selbst voller Anklagen die Brust schlug. Ach, du mein gesegneter Freund, bettelte er, sprich zu mir, wolle dich überwinden, ich weiß, du denkst ungnädig, aber was sind wir armen Sterblichen anderes als Läuse am Leib eines Hitzigen? Ein Schlag und hin. Wie habe ich deinen Befehl befolgt? Ich lernte ihn auswendig, ich konnte ihn auf dem Nägelein. Fußnote, Luther sagt, die Heilige Schrift auswendig und auf den Nägelein können. Ich lernte ihn auswendig, ich konnte ihn auf dem Nägelein, gleich einem Pater Noster, ich sprach ihn voll Ehrfurcht aus, nicht anders als den gebenedeiten Namen unserer lieben Frau. Und siehe, ihr Segen ruhte über mir Unglücklichen, denn alles war schon in guter Ordnung. Das Abkommen mit den frommen Bürgern von Bergen, der Tribut auf dem Tisch des Rathauses. Auch dein Siegel hing bereits unter dem Pergament. Da, oh, über die Tücke des Schwarzen, da warf eine Hure im Zank ein brennendes Scheid gegen eines meiner Kinder. Und, und, deine Klugheit errät, die hölzernen Häuser, kein Lüftchen, ach, und wehe, die Hitze. Er raffte seinen Rosenkranz empor und warf die Holzperlen in jäher Flucht gegeneinander. Nicht mein Werk, stammelte er, nicht mein Werk. Woran aber hafteten die Blicke des Störtebäcker während dieser langen Rede so fest, dass sie sich von dem seltsamen Ding nicht mehr trennen mochten? Mitten aus dem Wust hing aus dem kupfernen Reifen eines Torringes ein hölzerner Amselkäfig herab, und ein schwarzes Tierchen sprang ängstlich und ungefüttert zwischen den Stäben hin und wieder, wobei es häufig einen schrillen Pfiff ausstieß. Gott allein mochte wissen, aus welch behüteter Ruhe das zahme Geschöpf herausgerissen war. Schützend, ungewiß, streckte der Admiral die Hand gegen diesen winzigen Zeugen ungeheuerlicher Gräuel aus. Allein, plötzlich, wandelte sich der anfänglich so harmlose Griff, die Finger des verstummten Riesen spreizten sich, ein Aufrecken, und er hatte die schwere, eiserne Laterne von der nächsten Mastleine gerissen, und dann, ehe sich noch die betäubte Mannschaft dazwischen zu werfen wagte, da schmetterte das unförmige Gerät auf den Schädel des versteinerten Wichbold nieder. Flammen und Blut spritzten gemeinsam herum, und wie ein abgesägter Baum rollte der Wands dem Angreifer vor die Füße. Doch der Gestürzte war nicht getötet. Obwohl ihm rotes Gerinnsel dick und schwammig über die Stirn ran, so behielt er Gezeichnete dennoch die Kraft, in jämmerlicher Unterwürfigkeit auf seinen Bändiger zuzukriechen, um ganz nahe die Knie des noch immer Schweigenden zu umschlingen. Wehe mir, röckelte er kaum noch verständlich, warum befleckst du dich an mir und Seligen? Nackt im Schnee der fromme Bischof von Strangnäs, im Feuer die Mütter und holzseligen Mägdelein von Bergen, im Schutt die Hostien, überall Todsünde rings um mich Gutwilligen. Wehe, wehe, vor wem soll ich für der noch bestehen? Sein aufgedunsenes Pockengesicht verzerrte sich und wurde bleich, mit aufgespartem Mund schlug er zu Boden. Da lief ein böser Zug über das schmale Antlitz des Admirals. Einen Fußtritt versetzte er dem schwammigen Körper in die Seite und während er sich tiefer in seinen Mantel wickelte, als ob ihn fröstele, da hob er das Haupt gegen die unmutig anrückenden Freibeuter. Aber vor dem wilden Blick des Gebietes stockte der Schwarm. Starr, gedugt, standen die Männer um den Befehlshaber, wie immer bereit, sich der Gewalt dieses Mächtigen, Unbegreiflichen zu überliefern. Noch einmal stieß der Störtebäcker voll Verachtung gegen den aufgetriebenen Leib des Liegenden, dann sprach er mit seiner schneidenden Stimme, Wahrlich, ich tat groß Unrecht, weil ich dies Fass nicht völlig leckschlug. Er hat euren Anfang mit Unflat beschmiert, so dass man unser neues Haus einen Schweinekoben schelten wird. Nun wohl, so wollen wir dennoch auf Schmutz und Morast bauen, denn auf Erden, merk ich, ist kein anderer Grund zu finden. Er wandte sich und nickte kurz. Zieht euch nahe an die Agile. Wenn der Wichmann von seiner Kundschaft heim ist, so gebe ich euch meinen Willen kund. Und nun leuchtet! Damit stieg er als erster über Bord und sofort vermischte sich die riesige Gestalt mit der Nacht. Drittes Buch Kapitel 4 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Klaus Störtebecker von Georg Engel Drittes Buch Kapitel 4 Höret weiter Herr Nikolaus Czocke erinnerte Königin Margareta von Dänemark und es schien der Erhitzten in ihrer Hingenommenheit nicht aufzufallen wie der Gast in seiner schwarzen Ratsherrntracht unbewegt ihr gegenüber in dem Armstuhl lehnte ohne auch nur durch ein eingestreutes Wort seinen Abscheu vor der so ausdrucksvoll beschriebenen Brandstiftung zu bekunden. Die Fürstin aber hatte sich völlig vergessen Sie hielt das Haupt in beide Hände gestützt und ihre blitzenden Augen verfolgten das Buchstabengewimmel auf dem Pergament als starre sie leibhaftig von einem hohen Türm in die brennende Holzstadt hinunter auf die verqualmten Gassen auf lichterloh flammende Menschenbündel und auf den Zusammenbruch altehrwürdiger Gotteshäuser. Damit also begann die neue die so viel gepriesene Weltordnung deren inbrünstige Verkündigung sie doch manchmal den Schlaf kostete? Die Finger der Verletzten krümmten sich rathaischend sah sie auf ihre beiden Vasallen die eine Stufe unter ihr zu ihrer rechten Platz genommen. Aber das Gerippe von Reichskanzler zitterte frierend in der Höhlung des Stuhls nur ab und zu über die Goldmünzen seines Prunkgewandes putzend. Der Kriegsoberste von Moltke dagegen drehte sein Totenschädel häufig nach einer herumsummenen Fliege, denn es reizte ihn, das schwarze Geschmeiß unbemerkt zerquetschen zu dürfen. Margareta richtete ihren wandernden Blick wieder auf den Bürger. Warum nahm dieses kantige Händlergesicht an ihrem gemeinsamen Leid so wenig Anteil? Herr Nikolaus Tschocke, beugte sie sich über den Tisch, entschlossen, den anderen zu versuchen. Es ist mit euch bergischen Hansebrüdern zu Ende. Der Störtebäcker hat euch Kontorsche ausgeräuchert, gleich den Heringen im Schütting. Es ist zu Ende. Allein, wie enttäuscht, zuckte sie zurück, als ihr Gast ohne sonderliche Erregung erwiderte. Königin, es wird euch gewiss freuen, Besseres zu erfahren. Von unseren zweiundzwanzig Giebeln ist nur einer der Feuersbrunst erlegen, die anderen wurden hinter den Holzmauern von unseren Kaufmannsgesellen verteidigt. Ah, und nun meint ihr Kontorschen, ihr brauchtet euch nicht für deren dem Giftstreuen gegen den tollen Hund zu beteiligen? Der Bürgermeister schwieg. Rauschend erhob sie sich. Geschmeidig stieg sie von dem Podest herab, und siehe da, es war nicht mehr die Fürstin, die zwischen sich und anderen Schranken zog. Nein, ganz unvermutet entzauberte sie sich, so dass jetzt nur noch zu aller Bestürzung ein bösartig gereiztes Weib durch die Zelle strich, das nach nichts anderem züngelte, als dem Gegner auf eine niederträchtige Art das Herz aus dem Busen zu reißen. Mit einer merkwürdig ungezügelten Wiegebewegung glitt sie bis dicht vor ihn hin, um ihm ganz nah ins Gesicht zu schleudern. Meint ihr, Herr Nikolaus Schocke, der störte Bäcker habe sich so lange besonnen, bevor er auf Burg Ingerlist einstieg? Wie ist mir denn? Der Konaya Abt erzählt doch, der Galgenvogel habe auch euer künftig Nest beschmutzt. Es Es war die nackteste Absicht den Vorsichtigen zu kränken oder ihn vielleicht gar zu sinnlosen Geständnissen zu reizen. Selbst die beiden dänischen Großen, obwohl ihnen die Vorliebe der Frau für unbegreifliche Zoten bekannt war, schüttelten erstaunt die Köpfe. Dem Hamburger jedoch hatte es zuerst das Haupt auf die Brust gepresst. Jetzt aber richtete er es entschlossen auf und aus seinen blauen Augen, wie aus der festen Stimme des Mannes, schlug der Regentin eine unbeirrbare Geradheit entgegen. Der Konaya Abtherrin, entgegnete er ohne jedes Zaudern, wird euch auch gemeldet haben, dass eine höhere Hand meine Rechnung durchstrich. Gräfin Linda ist tot und verschollen Königin. Ihr irrt, mein Freund. Um ihren Besuch krachte die Erde. Jetzt verlor er jede Vorsicht. Was wißt ihr von ihr? Da sprudelte es in Margarethas ausführlich malender Schilderungskunst davor, wie sich der Seeräuber die Ohnmächtige über die Schulter geworfen, um sie in schlimmer Absicht von dannen zu tragen. Und in der unehrlichen Vorname zu trösten oder zu entschuldigen setzte sie hinzu, sie konnte sich nicht wehren, er mißt sieben Fuß. In dem Antlitz des Bürgermeisters stritt sich die grünliche Blässe des Todes mit der eigenen unrechtbaren Entwürdigung. Ein paar kreisrunder Blutkugeln erschienen auf seinen Backenknochen, bevor er heißer hervorstieß. Aber seitdem hat die Unglückliche, wie nicht anders zu erwarten, die Erde verlassen. Am jüngsten Tat wird auch ihr Gerechtigkeit widerfahren. Die Königin schüttelte das Haupt. Herr Nikolaus Tschocke, hier täuscht ihr euch abermals? Spürend hielt sie das Antlitz ein wenig geneigt und zuckte jetzt fast feindselig die Achse. Sie begriff im Grunde den Reiz nicht, den das frömmelnde Nonnengesicht ihrer früheren Hofdame auf den nüchternen Stadtbürger ausübte. Noch weniger freilich vermochte sie zu ermessen, welch verdorbene Lust den Heiland aller Mordbrenner gerade zu jener Himmelsbraut geführt haben mochte, und in dieser Stimmung verkündete sie rücksichtslos, was ihr selbst von den Flüchtlingen des Konnetable über den Aufenthalt des Mädchens auf dem Seeräuberschiff zugetragen worden war. Ihr sollt alles erfahren. In Männerkleidern, in Beinlingen und in der gepressten Schecke geht sie dort unter den Vitalianern umher. Sie wartet dem Unhold bei Tisch auf, und erherzt und streichelt sie dafür. Was weiß ich, was ihr sonst noch erweist? So wenig vermochte die Königin bei den letzten Worten eine Art ferner, sie quälende Eifersucht zu unterdrücken, dass sogar ihr hindämmernder Kanzler vieldeutig die Lippen spitzte. Der Mann aber, auf den die niederträchtige Schilderung allein wirken sollte, er blieb zuvörderst ganz still. Endlich brach es außer Nikolaus Czocke starr, trotzig, überzeugt, hervor. Dies ist nicht Gräfin Linda. Wer sonst? Kenn ich alle Dirnen auf der Agile, aber Linda ist es nicht. Könnt ihr meinen, Königin, eine nur dem Himmels nicht sich öffnende Seele, sie könnte plötzlich zu einem Pfuhl zerfließen? Doch, doch. Margareta sprach diesmal mehr zu sich selbst. Sie hatte die Hände auf dem Rücken gebettet und schritt nur mit sich beschäftigt im Zimmer auf und nieder. Deshalb klang auch wahrer, was sie in die Tiefe ihrer eigenen Brust hinab sandte. Doch, doch, lehrt mich die Weiber kennen, die da stehen sind andere, als da auf weichem Pfühl liegen, Tag und Nacht wechseln schnell unter unseren Zöpfen. Seht, mummelte der Bürgermeister verworren, eine geraume Zeit verstrich in tiefem Schweigen. Dann tat der Hamburger einen schmerzlichen Atemzug und griff sich an den kürzen Dolch seines Wehrgehänges. Gebt mir ein Dokument des Vertrages mit, wandte er sich rau an den Kanzler, der sich vor Überraschung nicht zu erheben vermochte. Und sollte ich auch von dem mir liebgewordenen Amt scheiden müssen, ich will durchsetzen, was ihr von mir verlangt. Im Frühjahr seht ihr mich wieder, gewappnet. Versäumt nichts, meidet lieber den Schlaf und die Kost, als dass ihr in diesem Ding lässig seid. Und nun lasst mich an mein Werk gehen, Königin. Er beugte sich über die ihm dargereichte Hand, schlug den Vorhang zurück und schied. Die drei anderen blickten ihm nach, als ob sich ein gewöhnlicher Mensch in eine Traumgestalt verlöre. Mit brennenden Augen spähten die Freibeuter durch Luft und Erde, ob ihr Kundschafter nicht endlich heimkehre. Wie lange wartete wohl Joshua auf die Boten aus dem gelobten Lande? fragte der Störtebäcker seinen Knaben, mit dem er lang ausgestreckt unter dem Sonnensegel des Bugaufbaus lag. Sie spielten Würfel, allein ihre Gedanken fanden in dem ledernen Becher keine Herberge. Seit dem Streit mit dem Wichbold war der Riese wortkarg geworden. Sein Stolz schien Gewalt über den schwer zu Brechenden erlangte, schrie manchmal mit fremden, prahlerischen und drohenden Zungen aus dem Entfesselten heraus. Aber selbst dann entdeckte Licinius in den glühenden Augen des Wilden noch das ernste Bild der Gottheit, das durch ihn über die Erde rufen wollte. Um die beiden Lagernden herum hing aus wolkenlosem Himmel jene kaum wahrnehmbaren Silbergespinste herab, mit denen Uranus das Meer an sich zu knüpfen und zu Sänftigen sucht. Es war Herbst geworden. Die See rollte rote Wogen gegen die fernen weißen Kreidefelsen und über ihnen auf den Erhebungen der Insel meinte das Auge des Seefahrers, das Sausen und Wiegen der schwarz-grünen Wipfel zu spüren, so oft uralter Runenzauber in ihrem Schoße wühlt. Wohl ließ der Störtebäcker ab und zu die beinernden Ritter springen, aber er wandte keinen Blick nach ihnen, seine Seele war in etwas Früheres geknüpft. Wie lange warten wir nun auf den Wichmann? fragte er zurücksinkend. Es geht bald in den zweiten Mond her, zögerte der Knabe. Der Störtebäcker streckte sich lang aus und presste die geballte Faust schwer auf seine Brust. Dann sprach er langsam. Ich sage dir, Lizin, wenn der jüdische General so lange hatte lauern müssen. Wer weiß, ob sein Tatwille nicht gebrochen wäre. Das Warten hat zwei eiserne Arme. Komm, ich wollte mich umfinge Weicheres. Als ich jedoch neben ihm nichts rührte, schwieg der Riese eine geraume Weile, bis er endlich die Hand des Knaben suchte, um sich die Finger des Gefährten gewaltsam und wie zur Kühlung auf die geschlossenen Wimpern zu betten. Und wieder, nach langer Zeit, forschte er, als ob ihn ein Traum beschäftige. Sage mir, Bursche, was blickst du so aufmerksam auf die Dünen seitwärts von der Felsenschlucht? Der Liegende warf den Arm vor und zeigte auf die Ferne strichfeine Küste. Merkst du dort eine hölzerne Hütte und daneben den Stall für die Ziegen? Nichts schaue ich her, entgegnete der andere verwundert. Doch, du gibst dir nur keine Mühe, Rauch ringelt aus dem Schlot und in dem Riedgras vor der Schwelle steht. Wer wagte die Zinius zu unterbrechen? Ich selbst, fuhr der Störtebäcker plötzlich ungestüm in die Höhe, packte seinen Gefährten an der Brust und schüttelte ihn unter einem rauen, abwehrenden Gelächter. Ganz nahe brannte das wilde Gesicht des Freibeuters vor den sanften, erschreckten Augen des ihm Preisgegebenen. Torheit, rief der Aufgestörte geringschätzig, es sind Schatten. Was kümmert es mich, ob man da drüben frisst oder modert? Will mich nicht doch welke Küsse von meinem Weg treiben lassen? Hingenommen, verängstigt durch die kaum verständliche Drohung, aber auch bezwungen und aufgelöst von dem schreckhaften Zauber des Menschen, so lag Licinius vor dem Gebieter auf den Knien und schaute zu ihm auf. Jetzt aber flüsterte er ganz leise und doch voller Gebenheit. Wer kann dich ablenken oder abziehen? Dein Weg führt über die Wolken? Es Es klang Es klang so aus einer zu Gewissheit erhobenen Seele, dass es den gespannt lauschenden wie ein scharfer Trank durchfuhr. Diesen geistigen Wein bedürfte er, er konnte ihn nicht mehr missen. Einen weithin hallenden Ruf stieß er aus, dann aber beugte sich der Riese stürmisch herab, umfing den knienden, und indem er den schlanken Leib stützte, zaußte er übermütig und in vollem Triumph in den Locken des Knaben. Recht, Bübchen, findest immer einen guten Spruch, hab schon den besten Fang an dir getan, nun aber lass das heulen um alte Weiber, wollen lieber sehen, wessen Glück besser gelaunt ist. Damit warf sich der Admiral von Neuem neben Licinius auf den Teppich und begann mit einer unrastigen Gebärde den Würfelbecher zu stürzen. Hastig riss er dabei seine Gürteltasche auf und schüttete einen Haufen Goldes zwischen sich und den Freund. Da, Schelm, dies setze ich gegen dich, möchte ich gern vollends um Hab und Gut bringen. Und als ihm sein Gefährte Kleinlaut bedeutete, dass ihm ja nichts mehr an Gold und Besitz eigne, da schlug der andere eine vieldeutige Lache auf und meinte, flunkere nicht, Püppchen, es ließe sich dir wohl noch manch Gutes Abgewinn. Da senkte Licinius plötzlich betroffen die Augen, zitterte und bettete unerwartet beide Hände über den Becher. Was soll das? rief sein Herr ärgerlich über die Störung, konnte es aber doch nicht verhindern, dass sein Knabe in das eben verlassene Gespräch zurücklenkte. Herr, brach er mit einmal hilflos ab, ich verbarg dir etwas. Heute Morgen wiesen sich zwei Schiffsleute deine Heimat auf Sassnitz und der eine meinte, du suchtest nur deshalb nicht nach den Deinen auf der Insel, weil sie arm und elend wären. Jetzt sprang der Riese empor und schob seinen Gefährten heftig mit der flachen Hand von sich. Dulde dies nicht, bat Licinius noch einmal, warum sollst du Tröster gerade deine Nächsten verachten? Unterdessen war der Störtebäcker bis zu dem eingebauten Bugspriet geschritten, dort, wo die Riesenlaterne als erstes Warnzeichen des Schiffes bei Nacht ins Meer leuchtete. Hier stand er abgewandt, nackte verdrossen die Lippen und schleuderte zuweilen die Rechte von sich, als ob er irgendetwas verbrauchtes ins Wasser würfe. Endlich rief er schneidend über seine Schulter zurück, dass es in euren Hirnen nicht anders wachsen will als die Kohlköpfe in langen geraden Furchen. So will ich euch dann zeigen, wer meine Nächsten sind, ob ihr, die an dem Henkerstuhl vorbei mit mir ins Ungewisse zieht, oder jene, die sich unter ihren Schlafsäcken vor mir verstecken. Bei Sonnenuntergang halte dich bereit. Toren und Strohwische, brach er plötzlich anklagend aus, möchtet gern fliegen und klebt wie Lehm an den alten Nestern. Sie bückten sich tief, als der prunkhaft geschmückte Mann in der grauen Dämmerung an ihn vorüberwandelte. Da und dort standen die unfreien Sassen auf dem öden Strand, denn von weit hinter den Bergen liefen sie schon seit Wochen herbei, um ihre schreckstarre Sehnsucht an den fernen Schatten der gleichen Beuterschiffe zu weiden. Zwar die dort draußen waren Satans Gelichter, das Kloster predigte es, der Vogt bestätigte es, die Gottverfluchten wollten die Welt an allen vier Ecken anzünden. Um mehr handelte es sich nicht. Dumm und verständnislos hatten die Sassen dazu genickt. Aber als jetzt der Übeltäter geschmeidig an ihn vorüberstrich, der unheimliche, glänzende, sagenumsponnene, vor dessen unmittelbarer Gewalt der Abt, der Graf, ja sogar die kleine Herrscherhoheit des Herzogs von Wolgast verblich, da klopfte den Benommenen das Herz bis in die Zähne, da gürgelten ihnen Wut, Erkenntnis, Hingerissenheit durch die Kehlen, da schlug es ihnen den Rücken ein, und sie brachen vor dem Traumbild ihrer müden Seelen in den Staub. Du, du, stammelten sie mit hocherhobenen Armen. Selbst der Vogt, jetzt ein gichtgekrümmter, hundebissiger Siebziger, an dessen Schläfen nur noch ein paar zersauste Weißsträhnen flatterten, er ließ mit offenem, zahnlosem Munde das Wunder an sich vorübergleiten und hielt sich mühsam an dem kronengeschmückten Stab aufrecht. Der störte Becker aber erkannte ihn sofort. Er maß ihn mit einem mitleidigen Blick. Lebst du? fragte er. Selbstbewusst nickte der Alte, versuchte sich zu recken und bohrte seinen Stock tiefer in die Nässe. Plötzlich bellte er heftig. Es ist verwehrt, an dieser Stelle zu landen! Da brachte Störte Becker in ein geradezu unbändiges Gelächter aus. Selbst der Vogt verfiel vor all den Zeugen in eine unentrinnbare Verlegenheit und am ganzen Strand heulte und wütete ein einziges tobendes Brüllen. Welch ein frischer Wind, welch ein Wirbeln unter dem jahrhunderte alten Staub der Verordnungen! Endlich bezwang sich der gleiche Beuter. Er riss seinem Buben ein Beutelchen aus der Hand. Das warf er dem Knirrenden dicht vor die Füße. Mag dich gern leiden, Klotz, gestand er, dann zeigte er auf die Dünen. Und dort oben? forschte er heimlich. Lebt, kam es aus dem Munde des Vogts, einsilbig und ohne Dank. Wollan, so kümmere dich nicht weiter um mich. Ungeduldiger als bisher schlang er seinen Arm unter den des Knaben und zog diesen den Dünenpfad in die Höhe. Allein kaum nach ein paar Schritten hielt er inne, um sich nochmals zurückzuwenden. Kehre ich wieder, rief er mit seiner hellen, schmeichelnden Stimme, die ihm so oft aller Herzen gewann, dann, Vogt, will ich nicht mehr die Hafengerechtsame verletzen. Ich bin nicht gekommen, um vernünftige Ordnung zu stören. Möchte sie euch gerne bringen. Hört ihr, in meines Herzens Schale bringen. Und nun bleibt jung. Da huldigten unten die Unfreien und warfen dem Menschenfischer die Mützen nach. Der Vogt jedoch schwang in schiefen Wendungen seinen Stock gegen die Menge keifend Packt euch was lungert ihr müßig herum wir wissen nicht wer der vornehme Herr war keiner störe ihn auf seinen Pfaden. Das seltsam 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 die alte strich sich über das glatt gescheitelte weiße haar und wie vor bewunderung unwillkürlich zur seite wie lange Zeit mochte wohl verstrichen sein seit sich ihr der jungen der die mannsbilder so hitzig nachstellten ein ähnlich blitzender genährt hatte vorbei das war längst vergessene bitternis allein die Artharren brachte den geringen nichts gutes ins haus und was hatte dieser da der sich unter dem eingang wohl gar noch tiefer bücken musste als es einst von ihrem verstorbenen geschah was hatte dieser so befehlshaberisch und sicher in ihre Hütte zu dringen plötzlich ließ Mutter Hilda die Leuchte fallen so dass sie erlosch obwohl Himmel und Meer wie eine schwarze Grube unter ihr gähnten so waren vor ihrem geistigen Auge dennoch die Umrisse der gleiche Beuterschiffe aufgestiegen dann hörte sie das geheimnisvolle Raunen der Nachbarn sie fing auf wie man mit Fingern auf sie wies und mit einem Mal spürte sie wie eine drohende Hand ihr Herz festhielt bis es ihr nichts mehr vermittelte weder Freude noch Scham weder Hindeigung noch Grauen nichts redete in ihr als jene kalte raue Stimme die da sagte was will der Fremde die Falten auf der Stirn zog es ihr Kraus ungerührt konnte sie in die Hütte zurücktreten dem Unbekannten nach wie jemand der sein Hausrecht wahren will aber als nun die früh gealterte im Schein des Hartfeuers unter dem Mantel ihres Besuchers die Fürstenkette blinken sah als ihr abgeneigtes strenges Antlitz von den schwarzen lebhaften herrschgewohnten Augen festgehalten und angezogen wurde da wanken ihr die Beine unter dem Leib und die Gewohnheit sich stumm vor allem zu bücken was mit dem Anspruch der Macht unter die Geringen trat es zog ihr den noch eben straffen Rücken furchtsam vornüber verehrungsvoll wandte sie die stark geäderten Hände umeinander kennst du mich entglitt es dem Störtebäcker der vor der Esse stand wo er gegen die lähmende Wirkung des Vergangenen ankämpfte was sollte ich nicht murmelte die Weißhaarige sich vorsichtig zurückziehend und dabei bekreuzigte sie sich stumpf ihr Sohn tat einen starken Schritt gegen sie die Hütte dröhnte von seinem Gang gib mir die Hand forderte er stürmischer als er ahnte die Fischerfrau sah an dem großen herrlichen Menschen in die Höhe dann schüttelte sie in ringender Verständnislosigkeit das Haupt und versteckte ihre Finger hinter der groben Schürze wir sind arme Leute murmelte sie ihr Bedränger jedoch fing ihre Rechte gewaltsam ein und presste sie bis die Arme wimmerte freudig drängte er als könnte er sogar Wärme und Neigung befehlen wieder jener verzweifelte Blick der Leere und dann unter Scheu und Zögern ich weiß nicht mehr wie es tut da da quoll sie endlich hervor die herabgewirkte Wut einer Vergessenen da entlud sich das dumpfe Leid keinen Anteil zu haben an dem was der Leib in Schmerzen gebar und doch der kluge Menschenverstand des Fischerweibes bedeutete ihm sogar noch zu dieser Frist dass dies alles nach der Ordnung der Dinge wäre weil der Fischerkittel niemals erhorchen könne wie es unter dem Herrenwams hämmere weil die Engnis der Sassenhütte unmöglich das Gedränge der Welt zu erfassen vermöge und nicht zuletzt weil die Jugend von jeher vom Alter fortstrebe wie Störche und Stare wenn sie die Kälte spüren alles längst ganz vernünftig überlegt aber jetzt wo ihr das Fremde nahe gerückt war da wehrte sie sich erbittert gegen und schüttelte hartnäckig den Kopf in der Stille die sich einschlich stand der Heimgekehrte verfinstert neben der Esse und siehe da er hatte seinen Knaben an die Hand genommen als müsse er jemand nahe wissen der sich zu ihm rechnete einen Bürger aus jener Welt die noch ungeschaffen hinter Kreisen tanzenden Licht schlummerte auch die Alte blickte forschend auf das hellglänzende Haar des Jünglings auf die biegsame Gestalt und auf die ausladende Weichheit der Hüften abermals wiegte sie argwöhnisch das Haupt über die Wangen des jungen Dänen aber schoss eine feurige Glut sie rührte nicht von den brennenden Buchenklötzen des Herdes her es war das erste Mal dass Linda seit ihrem tiefen Fall wieder einem ehrbaren Weibe gegenüber stand sie froh da rührte sich ihr das Leuchten war aus seinen Zügen entwichen dafür beherrschte ihn gänzlich jenes kürze rücksichtslose zugreifen das die meisten Dinge kaum einer Prüfung für Wörter achtete was weißt du von mir warf er der Alten hart und sachlich zu die stand und verfolgte aufmerksam wie der Riese den schwarzen Mantel über den Tisch schleuderte es schien also als wollte ihr Sohn noch länger weilen um die geschlossenen Lippen des Weibes zuckte es die Leute sprechen viel überwand sie sich endlich was forderte der störte bäcker allmählich gereizt ob ihre sprechfauen störrigkeit da geriet etwas mehr leben in die erstarrte gerade richtete sie sich auf bis sie endlich gestraft vor dem wartenden stand wie in alten tagen sobald ihr hitzig wort oder ihre strafende hand irgendeine verfehlung einem schwer lenkbaren jungen sühnen wollte ist es wahr erkundigte sie sich schon mit zitterndem abscheuen der stimme dass du die große stadt bergen verbrannt hast war es das aufflackern des feuers allein in das der freibeuter eben mit aller wucht die zange hineinstieß wodurch seine kühnen züge so grässlich verzerrt wurden einen wilden blick des einverständnis des hohnes der ohnmächtigen raserei warf er seinem bebenden licinius zu dann ließ er sich auf die hartbank sinken und riss sich gewaltsam ein hämisches lachen aus der brust wahr rief er in widersinniger freude über das entsetzen das er entfesselte was weiter die fackeln die die welt erleuchten riechen oft nach menschen fett ach du barmherziger vergib uns unsere sünden stöhnte die mutter geistes abwesend und schlug im jammer um eine untergegangene menschheit beide hände vor ihr gesicht jedoch nicht lange denn gleich darauf schreckte sie auf um geschäftig ihre finger unter dem brusttuch zu verborgen alle ihre bewegungen malten deutlich die angst auch sie könnte irgendwie durch asche blut und unrat besudelt worden sein was willst du wirrte ihr sohn den stummen unbequemen angriff ab gib uns was zu zehren die fischerfrau hörte nicht sie streckte vielmehr den arm gegen die fensterluke als könnte sie durch sie hindurch auf die verbrannte stadt denn die verkohlten sparren zeichneten sich für sie zackig gegen die nacht ab bin nur dumm und ungelehrt beharrte sie mit dem starrsinn des bauernmenschen deshalb sage mir warum du das verübt hast da griff sich der störte becker an die kehle als könnte er in diesem dumpfen loch keinen einzigen freien atemzug mehr gewinnen ein ringen war's das den krämpfen des alten klaus beckerer ähnelte dann aber riss er sich plötzlich in wut die goldkette vom halse und schleuderte sie mitten auf den ziegelboden das sich ein sprungartiges reißen und klirren erhob nimm schrie er in der verworrenen meinung sich loskaufen oder den unbegreiflich drohenden mund des weibes schließen zu können was gehe ich dich an aber es ist nicht wahr dass nur von weißen lämmern das gute in die welt gebracht wird schau mich an saufe das blut fuderweiß und will doch hoch hinaus weib kain und judas waren gar große herren die befreiung geht oft durch das übel weit streckte er die füße von sich stützte die fäuste hinter sich auf die bank und horchte in qual und fieber darauf ob diese alte nicht doch wie alle anderen vor ihm zusammenbrechen würde mutter hilda aber schritt schweigend an den tisch dort zog sie ernsthaft ein langes kreuz in die luft und sprach beschwörend ich will meine hütte scheuern wenn du geschieden bist nur noch eines damit ich doch sicher weiß von wem du stammst bist du's der wehrlosen weibern gewalt zufügt dicht neben der esse entfärbte sich das antlitz des jungen dänen er versuchte mit erhobenen händen den feldstein abzuhalten der ihm wuchtig gegen die zarte brust flog allein er brachte es nur zu einem unverständlichen flüstern mühsam taumelnd wollte er sich gegen die weißhaarige richterin schleppen jedoch bevor er noch eine einzige bewegung ausführen konnte da pfiff ein kalter wind zur tür hinein und auf der schwelle erschien eine zierliche gestalt die verbeugte sich artig und schwenkte in übertriebener höflichkeit die kappe heino jauchzte der störte bäcker sprang ungläubig von seinem sitz und dabei griff er mit den armen in die luft wie ein schwimmer der mit ein paar letzten verzweifelten stößen schweres fauliges sumpfwasser zu durchbrechen suchte vergessen war das zermürbende ringen der abscheuliche kampf gegen das was einst nahe seinem herzen wuchs abgestreift als lächerlich erkannt das anrennen gegen die bröckelnden ruinen einer dummen verfrömmelten zeit stürmwind sauste zur tür herein er würde die wankenden mauerreste von selbst umwerfen stürm jagte die lappen und den dicken qualm in der hütte auseinander und der dort an der schwelle der die windsbraut herein ließ er war nur einer seiner ausgeschickten gedanken die von nun an das verrunzelte antlitz des geschaffenen verjüngen und veredeln sollten heino schrie er seiner selbst nicht mächtig und packte seinen kundschafter an der schulter daß der kleine wankte sendling meiner liebsten hoffnung bringst du mir und dir und all den verschmachteten die vernunft die ruhe und den frieden werden wir brüder sein oder müssen wir einander weiter morden in der hütte verflog der atem des lebens selbst das strohblonde kerlchen rang unter den fäusten des zitternden nach fassung und seine schrille stimme drang allen hörern durch mark und bein als sie sich spitz und schneidend aufschwang dein wille und dein name haben gesiegt klaustörte becker die edelinge der friesen wollen mit dir handeln um land und niederlassung deine hoffnung erfüllt sich das tor springt auf du kannst einziehen als der fürst der hungernden und dein reich der brüder begründen einen augenblick verstummte der fürstliche mensch eingehüllt in eine goldene wolke ernsthaft und doch beinahe kindlich in einen fernen feiertag lauschend doch schnell und fast ohne übergang griffen die dinge des tages nach dem für die erde geborenen das frostige elend der hütte die zersprungenen ziegel des ehstrichs und am meisten die dumpfe verständnislosigkeit in den zerwühlten zügen seiner erzeugerin sie rissen ihn aus dem tanz der lüfte und offenbarten ihm klar und streng daß von jetzt an nur nüchterne werkzeuge wie spaten und pflug den ersehnten schatz aus den schollen schürfen würden ungestüm warf er sich den mantel um dann blickte er noch einmal aufmerksam in der trüben verqualmten engnis umher bis er ruhig und gelassen vor mutter hilda treten konnte wir gehen zu schiff nahm er von ihr abschied lebe wohl weib entweder du und deines gleichen zieht mir eines tages nach oder deine sündige frucht mag im gedächtnis der menschen faulen die hütte stand leer in stürm und nacht waren die gespenster des aufruhrs verschwunden da stieß mutter hilda nach einigem besinnen einen eimer wasser um und begann wie sie versprochen die stelle wo ihr einziger gestanden zu scheuern drittes buch kapitel vier rural ich winter w w w